weil wenn er dir seine Tochter gibt für Geld, du verhandelst ja auch mit ihm, wie viel du zahlen solltest. Nein, das ist vor dem Islam, ja vielleicht, aber in dem Islam nicht. Und auch, guck mal, in dem Islam sagt er dir, du darfst ein kleines Mädchen vor der Pubertät heiraten und wenn sie die Pubertät erreicht, darf sie sich nicht scheiden lassen. Ja, das steht in den Tagsirman. Was willst du mir jetzt sagen? Bist du besser als Ebn Kaffir? Wer sagt dir, du darfst dich zwingen zu heiraten als Kind und wenn sie die Pubertät erreicht, darf sie sich nicht scheiden. Bringt mir einen anderen Mufassir oder ein Gelehrter oder so, dann können wir darüber reden. Aber das, was ich kenne von den Ijma'an, von den Tafsiren, wenn du dein kleines Kind zur Heirat gibst, darf sie sich nicht scheiden lassen nach der Pubertät oder wenn sie die Pubertät erreicht. Ja, das ist das, was ich kenne und das ist ja auch, ich bin mir da tausendprozentig sicher. Also da, ich weiß was, Al-Khul'i, das ist neu, Talak Al-Khul'i ist neu, das haben die Leute heute erfunden. Das haben die Talak Al-Khul'i, das heißt, die Frau verzichtet auf alle ihre Rechte, auf ihr Geld, auf Unterhalt, auf alles, auch auf ihre Kinder, wenn man die Kinder behalten will. Und dann darf sie halt frei mit Händen über den Kopf und nackt rausgehen, quasi ohne nichts. Und das haben die islamischen Länder, paar islamische Länder, nicht Alef, zum Beispiel in Marokko haben wir das. Und das ist aber eine Ausnahme, das hat gar nicht mit dem Islam zu tun. Das haben die heute gemacht, weil die wurden gezwungen. Der Mann hat die Frau einfach nicht, sie hat sich nicht scheiden lassen wollen und die Frau hat gewartet. Wenn er ihr ihr Brief nicht geschickt hat, wir sagen in Marokko, der hat ihr ihr Brief geschickt, also ihr Scheidungsbrief. Der schickt ihr nur ein Brief, den muss ich nicht mehr sehen. Und wenn er das nicht gemacht hat, ist sie einfach verheiratet geblieben. Sie könnte nicht weiter heiraten, die könnte gar nichts. Und das war ja, dann haben die Menschenrechtenorganisationen dafür gekämpft, dass die Frauen diese Recht bekommen, aber nicht der Islam. Kennt ihr den Hadith, wo die Frau kam mit blauen Flecken zu Mohammed und Aisha gesagt hat, guck mal, ihre Haut ist grüner als ihre Kleid und sie wollte sich scheiden, was hat er gesagt? Nein. Ich kenne ihn Babu vielleicht. Ja, ich kenne den Hadith, natürlich habe ich alles im Kopf, oder? Warte, ich gehe schnell nachschauen. Ja, ja, der sagte nein, die darf sich scheiden. Die war untergeschlagen, die Frau hatte blaue Flecken, grüner wie ihr Kleid, sagte Aisha. Die sagte ihm, ich habe noch nie gesehen, dass die Frauen so schlecht gingen wie der in der Islam. Das hat er sagte ihm Aisha als Hadith. Ja, und hat Mohammed nicht gesagt, man darf einem Mann nicht nachfragen, wieso er seine Frau schlägt. Ja, der hat ihm nein, der hat gesagt, hast du ihre Honigstück gekostet. Die sagte, nein, ich habe sie noch nicht, ne, Dings gemacht. Der meinte, nein, der darf sich nicht scheiden lassen. Sie darf sich nicht scheiden lassen. Das ist ein Hadith, sahih. Ja, das auch, aber der hat auch weiter gesagt, danach gesagt auch, dass man einem Mann nicht fragen darf, wie er seine Frau schlägt. Ich glaube, ich glaube, es war 828, sahih Bukhari. Ja, hier, Heinrich, sahih Bukhari, 58, soja, gelesen. 828, glaube ich. Natürlich, hallo, ein Sahabi hat seine Ehrfrauen, zwei seiner Ehrfrauen von den Haaren zusammengebunden, ne, und geschlagen zusammen, auf einmal. Die durften sich nicht scheiden lassen, es erzählt er. Ja, das ist mein Gott, Leute. Dürfen wir Christen uns scheiden? Ja, es kommt, guck mal, bei uns gibt es keine Scheidung, sondern das ist einfach dann Abolkation von dem Heirat, Annullierung. Und das ist keine Scheidung dann. Ja, das ist auch hier kein christliches Stream. Aber wie gesagt, bei uns gibt es keine Scheidung, so. Hey, die sagt dir in dem Koran, wenn sie nicht mit dir schlafen will, dazu sie schlagen und beschimpfen. Die hätte die sagen, wenn sie nicht mit dir schlafen will, lass sie doch sich scheiden lassen, also wenn sie dich nicht will. Die sagt dir, schlag sie. Also Leute, ich bitte euch, ein bisschen, ne, benutzen, ein bisschen. Ich weiß, dass du keine Gehirnmasse hast, sondern Hefe, aber du versuchst trotzdem irgendwie zu denken. Schlafen. Ja, oder nicht, die schléf sind, weil sie eine Weisbrüchte haben, durch die Gehirns Louise gange in ihremиях Gehirn ist. König au Girist auf den Koran gehen? Oh mein shepherd, das stimmt, n'llig все. телgedau Den Messiah, du hast es in Stream ges JD, ohne sie kennenz stammet ist, habe ich nicht getrocknet, ohne sie geenee, ich kogst noch die dann beneficial, steak. Ja, k Shay, ne irgendwelche rich Sachen. Ich sag, wie esigo ist, ich integrated, über Runde himself zu den Runde, der erachthopft. Ich spreche und er früh also auf Jan und er ja um den Ärger aus. ich kenne das alles leute ich kenne doch nicht lesen dass wir zitieren nicht lesen mir ist vorgestern was in den singen kommen und zwar habe ich über die kinderserie aladdin nachgedacht kennst du die über was die die kinderserie aladdin kennst du die ja ich habe über das nachgedacht und dann ist mir in den singen gekommen dass die machen dieser serie sicher muhammad als vorbild genommen haben einfach in einer kinderversion weißt du wieso weil aladdin ist der muhammad und sein teppich sein teppich ist der burak und die zauberflasche ist ich habe die gerade denn die suche auswendig rezitiert was wissen warum meinst du dass ich das nicht verstehe würde ich das lernen wenn ich das nicht verstehe ey der typ der ist wirklich verloren ey der hat wirklich einen schaden ich bin nachts da der ist da ich bin morgens da der ist da der hat nichts besseres zu tun hast du hast du den adit wo beschrieben wird wie abu bakar fatima heiraten wollte als sie zwölf jahre war aber da sagte muhammad nee sie ist doch zu jung oder omar und abu bakar beide omar und abu bakar wollten sie heiraten beide haben gefragt nicht nur abu bakar auch genau und sie war ja zwölf jahre und dann sagte muhammad sie ist doch zu jung hast du den adit die kann ich dir finden wenn du möchtest ja 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 da wäre super kannst du mir ja dann privat in die nachricht schreiben dann aber schreib mir damit weil ich werde dich nicht schreib mir schick mir den adit und dann weiß ich bescheid ja 32 21 vielleicht ist er das ich weiß ich kenne die nummer nicht leute weil wie gesagt ich habe das alles vor jahren gelernt sind wunde dass ich mich überhaupt noch an diese solche sachen erinnere den koran habe ich bestimmt seit zwölf jahren nicht mehr gelesen ok ok nein ich meinte dich nicht damit jetzt bruder ich meinte ja ach so bedeutet rezitiere und nicht lesen wenn du recherchieren nicht ich weiß was ich sage ja ich erzähle wirklich wahrheit das ist der hadith ja genau und es gibt andere die sagen dass abu bakar glaube ich da der hat den ganzen koran rezitiert bei einem gebet und die leute neben ihm haben gerochen wie seine lebe seine lebe hat gerochen wie gegrillt seine lebe wurde gegrillt vor dem koran und die haben geruch gerochen von leber von abu bakar während er gebetet hat ich habe alle möglichen haditen gelesen bruder ja genau und letztens sage ich in koran versen sagt mir was ist die quäle habe ich gesagt ja was ist das koran für dich keine quäle jetzt und der letztens hey panischer danke für die rosen bruder ich sage ihm ja ich sage ihm eine ich sage ihm in sora nissa vers 24 und er sagt mir ist das überhaupt sahih ich sage ihm ey man ich nenne dir gerade eine koran vers und du fragst mich ob sahih ist ich wollte jetzt auch anfangen den koran zu verleugnen kriegslam hi bruder danke ja leute ja keine ahnung keine ahnung der koran ist auch nicht mehr sahih es gibt eine hadithische leute ich habe mir schon einen laptop ne bestellt und ich werde anfangen zu zeigen die alles 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 dann weil die meinen immer ne du musst zeigen du musst zeigen ich werde alles zeigen leute keine sorge und dann habt ihr gar nichts mehr und nur von islamischen seiten also nix ich verstehe nicht jetzt du erzählst ich verstehe nicht warum du diese dumme fragen stellst du weißt doch dass kinder er das klaverei erlaubt im islam ich weiß nicht was was hoffst du noch also auch wenn es wenn jetzt irgendwas anderes wunderschönes gibt in den islam macht es trotzdem schön man es macht es nicht schön weil älter einfach dir sagt geh schlachte die menschen nimm deren geld beklaut beklau sie und gib mir 20 prozent wie sollen wir heute 20 prozent für allah schicken wie wie sollen wir ihn dann schicken in den himmel wie und raketen oder wie sollen wir ihm dann seine seine anteil von frauen und von hildern schicken ich springe nicht vom punkt 5 du erzählst doch die ganze zeit die sachen bringst mich durcheinander ja natürlich bis heute machen die sowas ja klar ist ja nicht verboten heute sterben jeden täglichen jemen acht mädchen nur durch kindes kinder erne aber das ist ja nur offizielle zahlen inoffiziell keine ahnung letztens hat ein typ seine frau in einem brünnen geschmissen in palästina und die ist verstorben und die haben ihn nicht verhaftet ich habe nicht geschlafen immer noch besser ich habe gewartet bis die mein handy abgeholt haben heute morgen und dann konnte ich trotzdem nicht schlafen ich habe gedacht ich mache eine kleine runde hier danach gehe ich schlafen danach gehe ich schlafen ich schlafe nicht viel drei vier stunden dann wach am tag ja 24 stunden manchmal drei dreieinhalb stunden vier ich kann nicht viel schlafen Leute mein kopf arbeitet zu viel so viel von den muslimanis hier ich habe euch gesagt das träume ja es war nicht normal es war nicht normal es war nicht normal Menschen haben noch nie auf Kinder gestanden Menschen waren noch nie direkt bei kleinen Kindern weil die Sachen die sich erregen bei einer Frau hat ein Kind nicht einfach der hat keine Brüste keine Hüften nichts was attraktives ist auch ihre Gesicht ist eigentlich für ein Kind ein sechsjähriges Mädchen und ein sechsjähriges Junge sehen gleich aus die Hormone werden erst ab der Pubertät geschüttet und dann haben sie die Merkmale der männlichen und die weiblichen und daher wenn du vorhin Lust auf Kinder hast dann bist du einfach nur eine Pädo ja du kannst du genauso schön reden wie du bist aber das ist jetzt halt die Wahrheit Mohammed war ein Pädo leider du kannst sagen was du bist weil sonst hätte und das war seine Lieblingsfrau das macht es noch schlimmer das war seine Lieblingsfrau also sie war seine Geliebte der ist immer bei ihr geblieben als zu anderen Frauen zu gehen die Frau von ihm die war eine ältere Frau die hat an ihr alle ihre Rechte abgesagt die hat ihre Geld und alles für moment gelassen nur damit er sich nicht von ihr nicht scheiden lässt weil er wollte nur noch bei Aisha bleiben der ist doch in ihrer in ihrer Arme gestorben oder nicht warum hatte sie über alle anderen geliebt warum nur weil sie jung war es gibt keinen anderen Grund also bitte unterschätzt du nicht meine Intelligenz damit kommst du nicht durch Danke Mr. Nice Danke Bruder für die Rosen Danke mir ist egal was Maria gemacht hat mir ist egal ich bin nicht Christ ja ja Maria hat auch 700 bis 900 Kinder in einer Nacht geschlachtet ja ja und Jesus hat Menschen versklavt ja ich weiß nicht was du ich verstehe nicht auch wenn keine Verse dazu wie es im Quran oder in den Hadithen steht ja ja aber guck mal es gibt das halt das ist guck mal das ist eine logische Fälschluss es steht nicht drin wie alt sie war genau das ist eine logische Fälschluss das heißt auf arabisch wo entdecke werik und du auch das ist kein Beweis du auch zum Beispiel du hast jemanden getötet und sagt mir der auch ja dann seid ihr beide kriminelle was macht das für einen Unterschied man ja die Leute haben Menschen getötet das war man hat Menschen getötet damit ist auch kriminell Leute haben mit Kinder geschlafen die sind pädophil im Moment hat mit Kinder geschaffen der ist auch pädophil und ich verstehe nicht was wir so damit beweisen dass sie mehr pädophil waren wie er oder ich weiß nicht ob du weisen willst dass ein bisschen ey der Typ stand auf dem kleinen Kind das ist krank das ist einfach krank damals heute und das ist immer krank ich verstehe nicht warum 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 verteidigen diese hast du so sehr angst von dem Tod ne weil Allah erschreckt euch ja von dem Tod ne ne das dem Tod ne kommt in deinem Grab die zwei Engels und fragen dich ne weil sein Gott was ist dies als würden sie nicht wissen und dann kommt eine riesige Schlange mit einer Glatze und und die dreht sich um dich und der presst dich der will dich so drücken bis der Milch was du aus der Brust deiner Mutter getrunken hast zwischen deinen Zähnen rauskommt stellt euch mal vor so sehr machen die uns Angst als Kinder so sehr machen die uns Angst als Kinder dass du gar nicht dies gar nicht drauf zu denken ja der koran der koran der islam ist eine Ideologie und eine Philosophie für den Tod um den Menschen schnell in den Tod zu schicken das ist alles es ist nicht fürs Leben hast null Ahnung was habe ich jetzt ich habe jetzt erregiert über Al-Dabal-Qabr kennst du nicht Al-Dabal-Qabr kennst du nicht die die Quälerei im Grab dann hast du keine Ahnung da kommen auch Schlangen und kommen Skorpionen und lese mal Al-Dabal-Qabr lese mal der Buch Al-Dabal-Qabr und mal gucken ob du noch schlafen kannst das habe ich noch als Kinder gelesen waren deine nicht meine Eltern haben mich das erzählt ich hatte es in Büchern gelesen man das gibt du kennst du nicht zu wenn Al-Aqra spinnst du kennst du nicht die Schlange mit der Glatze das gibt es in der die Schlange mit der Haaren er 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 und mich überall als Mist verteilt in den Ozean. Wie will mich deine Nekiru-Wonkar finden? Wie will mich deine Schlange finden? Wie? Auch die Ideologie von den Qualen im Grab stimmt nur, wenn du begraben wirst und wenn du anders stirbst. Stimmt die Theorie nicht. Versteht ihr? Oder wenn mich eine Löwe frisst und mich überall in den Savanen scheißt. Wie soll mich in diese Schlange kommen und mich bespressen? Wo sollen denn diese zwei Engels kommen? Sollen die kommen diese zwei Engels zu diesem Misthaufen und fragen, ja, wer ist ein Gott oder was? Einmal wird erwachsen. Das sind doch Kindermärschen. Nekiru-Wonkar. Als du Kind warst, hast du Buch gelesen und bist noch so doof. Na, wenn du nur so denken könntest, wie ich jetzt ohne zu angeben, aber wenn du nur ein bisschen mit deinem Kopf denken würdest, dann würdest du verstehen, dass das nicht von einem Gott kommen kann. Niemals. Niemals. Ein Gott fragt nicht nach Beute. Der hat ja alles. Der hat ja Meteoriten, der hat Planeten voll mit Gold, Diamanten. Warum soll er das wollen, was hier auf der Erde ist? Das ist doch gar nicht hier. Wir haben kaum, wie viel Gold haben die auf der Erde? 350.000 Tonnen. Wir haben 250.000 Tonnen rausgeholt und es sind nur noch 100.000 Tonnen. Das ist gar nicht. Es gibt ganze, ganze Planeten voller Gold. Tausendmal mehr wie hier. Ich bin gleich wieder da, ja. Okay, Brunnen. Ey, Nil, danke. Guten Tag, wünsche ich dir auch. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn du Ahnung hättest, wie kannst du dich fragen, wie kannst du noch in dem Islam sein, wenn du schon Ahnung hast? Wie kannst du noch Muslim sein, wenn du nicht Ahnung hast? Das ist nicht normal. Rose, danke fürs Herz. Danke, danke, Schwester. Ja, mein Gott, ey. Nichts im Kopf. Ich habe Koran rezidiert, ich habe Hadith rezidiert, ich habe Tafsir rezidiert, alles aus meinem Kopf und ich habe nichts im Kopf. Also wenn das alles, was ich in meinem Kopf habe, nichts ist und du, was hast du denn in deinem Kopf? Was hast du da? Hefe? Sag mir einfach, was hast du da in deinem Kopf? Ich glaube, bestimmt nur Hefe da. Nur mal, dass du nicht denken kannst. Einfach faule Hefe da drin. Scheich Bubu, ja. Ich will Qaddis Babu, der heilige Babu. Nur mal, den können die Menschen verlassen. Ja, klar, sofort. Außer die haben Angst, das ist die Angst, die sie im Islam hat. Zurückwärts, die haben Angst vor dem Tod. Allah sagt denen, wenn ihr nicht für mich stirbt, geht sie in die Hölle, wird sie ihr so gequält und die wollen für Allah sterben. Eisa, tu uns einen Gefallen, warum springst du dich in die Luft irgendwo bei IS? Warum? Und dann habe ich meine Ruhe auch. Und dann gehst du direkt in den Himmel. Und dann kannst du sicher sein. Ah gut. Ja. Das ist ja eindeutig, anleistlich, eindeutig, Luzifer will. Luzifer will auch, dass du für ihn in den Tod gehst, oder? Und dass du so viel wie möglich mitbringst, oder? Eindeutig. Ich habe gesagt, ja. Und so ein Spiel. Und in der Schöpfung. Leute, ihr gehabt in der Schöpfung Geschichte, aber es gibt eine andere Schöpfung Geschichte, die ist richtig lustig. Richtig lustig. Aber es sagt Allah, als er Adam erschaffen hat, er hat es ja riesig erschaffen, gell? 30 Meter. 30 Elen groß, oder? Ja. Und dann hat er, ich glaube, ich glaube, also der hat erst mal, der hat erst mal Jibril geschickt auf die Erde, damit er ihn, damit er ihn Erde holt, Damit er ihn macht, ne? Der hat Jibril, also Jibril ist, Jibril ist gegangen, Mit einer Karosse, hat die Erde geholt, jetzt zurück zu Allah, Allah hat angefangen, er hat ihm gesagt, wir bringen mir helle Erde, dunkle Erde, und ich glaube, die Muslime hat er aus Versehen irgendwo Mist genommen und Allah hat einfach diesen Mist damit gemischt, ohne es zu sehen und deswegen kamen auch Muslime daraus, aus diesem Mist, nicht aus der Erde. Ja, genau. Er hat bestimmt von einer Dinosaurier einen Mist geholt. Man muss nur tiefgründig nachdenken, oder? Hat Jibril aus Versehen mit Erde ein bisschen Dinosaurier Mist genommen und das ist ja der Teil, woher die Muslime kamen. Das war jetzt ein Witz, aber der hat ihm wirklich gesagt, bring mir helle Erde und dunkle Erde. Ja, nee, nicht mit Dings, mit diesem anderen, wie heißt doch das Ding, was die in Baustelle benutzen, wo die Sachen tragen, einfach nur mit der Hand, Was heißt das Ding mit drei Reifen? Mit drei Reifen? Ja, das ist doch so ein Ding, du hast zwei, du nimmst mit deinen Händen und du kannst einfach so schieben, und es hat eine Reife vorne und zwei Reife hinten. Eine Schubkarre? Meinst du eine Schubkarre? Ja, genau, eine Schubkarre, weil die waren doch, die Schubkarre, die waren doch primitiv, oder? Die kennen nur Kalam, Allah kennt nur, der Holz, der schreibt nur auf Holz, ne? Und so Sachen, der ist primitiv, Allah. Also die Schubkarre ist nicht erwähnt, das ist auch von mir, also ihr wisst doch, ich mag es ein bisschen Spaß machen, aber, die Geschichte ist wirklich, war und sie ist auch wirklich so geschrieben, sie hat ihn von weißer, heller Erde geholt und dunkler Erde, und so für die Hauttöne, und dann hat er Adam erschaffen und hat ihn trocknen lassen, und dann kam Jibril, kam Jibril, ich schwörs euch jetzt, das ist, nein, das ist wirklich ohne Mist, ich mache jetzt gar keinen Spaß mehr, also der hat ihn trocknen lassen, und keine Ahnung, wo Allah gegangen ist, keine Ahnung, vielleicht ist er gegangen, dieser Schajaratus Sakum, dieser Baum, der ekelhaft schmeckt, und so, die hat es wahrscheinlich, war am Gießen, und dann Jibril, Adam, war noch am trocknen, Ayahmed Sika, war noch am trocknen, und dann kam Jibril, und dann kam Satan, war noch am trocknen, ich höre mich zurück bei euch Leute, ich stimme euch nur damit, und dann kam Satan, und der geht in den Mund von Adam, und geht von hinten raus, und kommt wieder von hinten rein, und geht von seinem Mund raus, ich schwöre euch Leute, das ist kein Mist, ich schwöre euch Leute, die Geschichte ist so geschrieben, das ist Schöpfung, also Jibril, Satan ging von dem Mund von Adam, weil der war noch am trocknen, der war noch nicht lebendig, und der geht von seinem Mund rein, von seiner hinten raus, und der macht wieder rein, und wieder raus, also der hat gespielt, in Adam drinne, und sagt, ich habe keine Ahnung, ja natürlich, dass man verrückt wird, wenn man so ein Mist liest, so ein Science Fiction, und wäre er nur ein bisschen, hätte er nur ein bisschen Fantasie, weißt du, ein bisschen, äh, 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 Fantasie, der hat gar keine Fantasie, nichts, guck mal ein Paradies, was habt ihr im Paradies, Leute, und sowas erzählen, und die Leute nicht, ja, du kennst dich sehr gut, ja, ja, ich wundere mich, ja, 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 ich verstehe, wirklich, warum hast du 18 Follower, wenn du so gute Ahnung hast, warum hast du nur 18 Follower, warum folgt dir keiner, wenn du so gute Ahnung hast, so eine große Gelehrte bist, ich schwöre dir nicht nur Märchenbuch, ey, das ist wirklich schon schlimmer, wie Märchenbuch, also, eben, das wollte ich auch sagen, wir merken die Muslime nicht, dass das absolut Märchenbücher sind, wo sie da lesen, weißt du, warum, weißt du, warum, ist ganz einfach, weil 90% nicht mal einmal den Koran aufgemacht hat, und gelesen hat, deswegen wissen sie nicht mal, was da drin steht, ja, es sind alles Namensmuslime, ich weiß schon, nur Namensmuslime, weil Allah, der sagt in, Tvo auf Erwelleherbe, und nochmal Tvo, also, ich bitte, ich meine, er spricht auf einen Penner in der Wüste, hat er nichts Besseres zu tun, warum hat Allah seine Botschaft nicht den Römer oder ihnen eine große Zivilisation gegeben, warum, warum hat er diese Leute gewählt, die in der Wüste leben, bei 50 Grad, vielleicht hatten sie nur halluziniert, vielleicht hat Allah gar nicht mit denen gesprochen, vielleicht war das nur die Sonne, wir haben einen Sonnenstich bekommen, wahrscheinlich schon halluziniert, ein Sonnenstich, ja, sie hat keine andere Erklärung, wir kennen Koran, ja, 53, hast du sie wirklich gezählt, also, glaub weiter, sehr schön, über 250 Millionen Menschen kennen den Koran auswendig, aber wissen nicht, was sie da sagen, weil sie kein Arabisch verstehen, ich habe vorhin eine gesehen, so ein Afrikaner, der liest den Koran, der hatte eine wunderschöne Stimme, wirklich, ich fand es so schade, dass er seine Stimme so einfach vergeudet, für nichts, hätte er nur gesunken, oder so, der hätte mehr Erfolg gehabt, in der Liste, der Koran, der Arme, der Ding, der bekommt dafür Belohnung, ne, der weiß nicht, dass er da einfach Werbung für den Teufel macht, das hört sich zwar gut an, aber der Inhalt ist ja halt trotzdem Müll, ne, Weißt du, Babo, ich habe mal gehört, einem Menschen ist es viel einfacher zu täuschen, als ihm die Wahrheit vor das Gesicht zu klatschen. Ein Mensch ist viel, man kann einen Menschen viel einfacher manipulieren und täuschen, wie ihn von einer Wahrheit zu überzeugen, und das passiert mit den Muslimen. Die verstehen nicht, dass er ist, ja, mach ich, mach ich. Die verstehen nicht, das, das, äh, Dings, Sekunde, ich muss den Hadid für den Bruder suchen. Okay, wo ist das? Sekunde, Bruder. Ja. Das hat Ibn Kathir erwähnt und Ibn Al-Athir hat es auch erwähnt. Warte. Ich wollte, ich wollte was anderes erzählen und halt wieder vergesst, die Leute. Ähm, Melik, kennst du nicht? In dir, Mathieu? Oder was weißt du? Nein, es ist ein ehemaliger Rapper und Klamitglied. Abou Chaka, kennst du nicht? Nicht wirklich. Der war letztens mit einem Imam bei Flex drin. Okay. Die haben ein bisschen geredet, debattiert, die waren schneller weg als die Jusein Bolti, die zwei. Der, 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 der Hanjar war drin, ähm, Ali war drin und Flex. Wärst du noch dabei gewesen, wäre der Highlight gewesen damals. Schade, ja, schade. Wenn es wieder so ein Ding ist, dann hole ich dich rüber. Ja, gerne, ich komme dann. Beziehungsweise, ich komme dann. Jemand. Ähm, hier. Ibn Kassirat. Bruder, das sind mehrere Quellen, genannt hat. Tabari, alle haben das erzählt, oder ich suche, ich suche später in Ruhe und dann hole ich dich. Es sind zu viele Quellen, oder? Also, dann hat er ihnen gesagt, willst du mich für meine, für die, für die töten, also für meine Frau wegen mir? Was hat Muhammad danach gemacht? Allahuma, inibari, ulmima, fa'al, Khairi, da hat er dreimal gesagt. Oh Gott, ich bin, ich distanziere mich von das, was Khairi, dem Walid gemacht hat. Und das war, die haben ihn, äh, 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 Sefullah al-Maslul genannt, gell? Die haben ihn, Sefullah al-Maslul, also der Schwert von, von Allah. Der konnte ihm nichts machen. Ja, siehst du, Aissa, wenigstens bringe ich dich zum Lachen, siehst du, kauf dir Follower, Bruder, und komm, dann kannst du hochkommen und uns deine Quellen zeigen, warum nicht? Aissa, Aissa. Aissa. macht es mich, äh, nicht. Wusstet ihr, dass Aissa, ähm, rückwärts gesprochen ist? Also, ich glaube so, wenn man das, äh, so schaut, Joshua, und von Joshua wurde dann einfach rückwärts gesprochen und dann entstand Isa und in Arabien war es üblich, dass, äh, wenn man den, den einen Namen von jemandem rückwärts sagt, ist das eine Beleidigung. Habt ihr das schon mal davon gehört? Wir glauben an alle Propheten ohne Diskriminierung. Ho, 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 der ist da ohne Diskriminierung. Ich diskriminiere die ganze Welt. Ich diskriminiere die ganze Welt um jeder. Isa ist ein assyrisches Name. Okay. Mich beleidigst nicht, habe guten Selbstvertrauen. Du dich beleidigt doch keiner. Also, wenn du nun genauso viel stolz wie Vertrauen hättest und einfach hier verschwindest, wäre auch schön. Ich hab dich ja nicht eingeladen. Ich weiß gar nicht, was du in meinen Streams machst. Er sagt dir, du sollst mit uns nicht sitzen, bis wir über was anderes reden. Du sollst hier gar nicht sitzen, Mann. Ja, sehr gut. Siehst du, ich ruhig wenigstens zu lachen. Ja. Du sollst dir das nicht zuhören, weil du nimmst jetzt einfach du nimmst jetzt einfach Sünden. Du sündigst jetzt gerade hier während du sitzt. Das steht im Koran. Du darfst hier nicht sitzen und hier hören, wie wir den Koran schlecht reden. Gottes Segen, Mann. Das ist ein süßer Hund. Flexa ladet mich ein zu seiner Leid. Aber ich bleib hier. Ich wollte sowieso nicht lange machen, Leute. Ich muss auch ein bisschen schlafen machen und wieder fit zu sein für die Muslime. Dann sagt er wieder, ey, meine Themen sind so leicht. Ey, ich mach doch gerade hier nur Spaß. Das ist einfach Sarkasmus. Bist du dumm oder was? Das ist einfach Sarkasmus. Ich mag es einfach ein bisschen über den Islam zu lachen, zu reden und so. Weißt du, die Geschichten so ein bisschen mit Humor zu... Was stärker, warte, was das... Soll ich dir was stärkeres bringen? Was soll ich dir denn bringen? Was stärker, was stärker? Warte, ich kann ihm vielleicht was bringen. Warte, ganz kurz. Ja, vielleicht kann er uns sagen, wie Allah die Berge als Dings Befestigung für die Erde gemacht hat, ne? Er sagt, wir haben sie gemacht wie Nadel oder so. Er kann uns ja vielleicht mal hier vorlesen. Er hat die Erde nicht mit Dings befestigt. Was ist das Schitter? Mit Sura 34? Sie sagen ja immer, in Islam wird die Frau auf Händen getragen. Aber wort wird ich hier in Sura in Sura 34? Und das bedeutet nicht meidet sie eigentlich das bedeutet, fesselt sie im Bett. Al-Hajr bedeutet nicht vermeiden, das bedeutet fesseln. Ja, wir festigen Hijar wie Hajar al-Ba'ir. Hajar al-Ba'ir bedeutet Tiere zu fesseln oder zu befestigen. Ja, und Hijar ist ja diese Seil, diese spezielle Seil zur Befestigung von Tieren. Und wie heißt meidet sie? Nein, das heißt nicht meidet sie. Und wie würde das heißen auf Arabisch? Heute könnte man sagen, Hajar ist heute meiden, aber damals haben sie das Wort nicht benutzt. Das ist so. Deswegen haben auch die Gelehrten gesagt, nein, kann doch nicht sein, dass er sie einfach meiden soll, weil die Frau will ja mit ihm nicht schlafen und er will sie bestrafen. Und wenn er sie einfach meidet, die hat ja mehrere Möglichkeiten. Der hat drei andere Erfrauen, der hat unzählige Sklavinnen, verstehst du, dann hat sie doch gewonnen, wenn er sie meidet, weil sie wollte von Anfang an mit ihm nicht schlafen. Macht keinen Sinn. Deswegen haben sie gesagt, nein, wir gehen davon aus, dass sie, das heißt, befestigt sie. Ja. Und schlagen. Das hat auch ein Sahabi gemacht, der hat seine Frauen beide von ihren Haaren miteinander verbunden und hat sie dann beide geschlagen. damit sie nicht abhauen, weil jede wollte in eine Richtung rennen, aber die waren befest miteinander mit den Haaren. Ja. Ich schwörs euch, Leute, ohne Müll, also ohne, ohne Witz. Warte ab. Aber zeig ich euch auch alles. Ich hab jetzt alles einfach im Kopf, Leute, aber ich mein, das hab ich doch nicht in Kamasutra gelesen. Ich hab keine andere aus islamischen Bücher gelesen. Was hab ich noch? Mach das jetzt mal. Was war nicht mal der Vers vorhin, der Vers vorhin für die Zuhälterei? Was war das? Was war das noch mal? Suche 24, 33? Nee, oder? Warte, ich sag euch, der Vers sollst du uns zeigen, Brotinand. Sag mir mal, ich höll's raus. Wir haben vorhin so gelacht heute Abend über warum Muslime, warum die meisten Zuhälter Muslime sind. Warte. Trinkt was Stärkeres. Irgendwann, willst du Whisky oder was? Dass du was Stärkeres willst. Wenn man was Stärkeres willst, hast du überhaupt geschlafen wollen oder bist du hier ein Stalker? Der stalkt mich, der geht nicht mal schlafen. Ich glaube, das ist ein bisschen steig. Der arme. Warte. Okay, dann habe ich eine Frage. Du hast gesagt, es wurde alles debattiert. Ja, Suche 24, Suche 24, Vers 33. Okay, dann habe ich noch eine Frage zu diesem hier. Suche 9, Vers 30. Bekämpft diejenigen, die sagen, die sagen, wir haben doch Mohammed verarscht, guck mal. Die sind zu ihm gegangen. Ja, ja. Die sind zu ihm gegangen, die haben gesagt, ja, warum willst du so, dass wir an dich glauben? Du sagst, du machst, du machst nicht so, die Sachen wie wir machen, du sagst auch nicht, dass Ozer der Sohn Allah ist. Die wollten aber nur testen. Und ich schrieb das dann in deinem Koran, aber das haben sie nie gesagt. Das sagt, du kannst jede Jude fragen, du sagst, jeder, sie sagt, nein, wir sagen, wir sind alle Kinder von Allah, von Gott halt. Machen Sie so 24, Vers 33. Mal gucken wir, warum es so viele muslimische Zuhälter gibt. Ist, bist du Marokko Jude? Nee, ist du bist du Ach so. Nein, ich bin nicht jüdisch. Vielleicht meine Vorfahren, aber ich, ich meine, ich habe nichts mit Juden zu tun. Bitte, ich weiß nicht, was mit dir heute los ist, vor paar Tagen hast du nicht so ein Deutsch geschrieben. Bitte, schreib mir mal normales Deut. Ach, ich meine, Jidi. Was ist Jidi? Jidische Marokko. Ich weiß nicht, was mit mir hat der Typ. Das drückt mich die ganze Zeit. Der ist immer da. Ich weiß nicht, ob das irgendeiner Dings und Parasit der von Dings haben die gefallen ist. Keine Ahnung. Ja, siehst du diejenigen, die keine Möglichkeit zu heiraten finden und zwingt nicht eure Sklavinnen, wo sie wahr sein wollen, zur Hurerei im Trachten nach den Glücksgütern des diesseitigen Lebens. Wenn aber einer sie dazu zwingt, so ist Allah, nachdem sie gezwungen worden sind, allvergebend und barmherzig das, im 40er. Was hat Mohammed mit den Juden gemacht? Mit Benu Benu Al-Qainu Ka'am Benu Al-Nazir Benu Quraida und Haybar Was hat er mit den gemacht? Hatte den Die haben ihn doch Schutz geboten und hat sie dann geschlachtet. Sie haben gesagt, komm in Medina du kannst deine Religion verbreiten und leben und so und er hat sie dann geschlachtet hintergangen aber du hast doch gerade über Juden gered was heißt neue Thema bist du behindert wir haben Juden geschützt ich sage nein hat er nicht und dann sagt er neue Thema seine Mutter hat Juden von Deutschen versteckt seine Mutter war stärker als die Deutschen hört man so seine Oma war stärker als die Deutschen die hat die Juden von den Deutschen seine Oma hat den Kalaschnikow wahrscheinlich hatte seine Oma eine Panzer oder was hat sie wie hat sie sie dann geschützt hat sie sie versteckt unter ihrem Bett wie hat sie dann diese Juden versteckt deine Oma seine Oma hat also wenn nicht mal die Araber selbst sich schützen konnten von Hitler die konnten sich nicht mal selbst schützen von den Kolonisator und wurden kolonisiert und dann deine Oma hat die Juden geschützt ihr habt euch nicht mal selbst schützen können von den Kolonisator die haben euch kolonisiert im Kleiderschrank ja und was hat ihr Ermann gesagt als er nach Hause kam und dabei euch Juden fand der ist richtig lustig die habt euch nicht mal schützen können gegen wie heißt er wurde der hat keine reiser du hast gesagt wir sollen mit was stärkeren kommen da babo jetzt ein ex muslim ist kannst du mir mal diesen hadith erklären von sahel bukhari was damit gemeint ist wer auch immer seine religion ändert seine islamische religion ändert sollte man töten ja die wollte sich verbrennen dann sagt er la abon nahr kenne ich die leute in ihre häuser verbrennen wollte weil sie nicht zur moschee kamen kennst du ja da war doch dieser blinde nein nein der wollte die häuser verbrennen nicht der blinde dann sagt er ihn ja hörst zu den muasin die sagt ja da musst du kommen der arme blinde muss einfach den weg suchen nachts bescheuert hatte den hadith wo stein anfangen zu reden aber warte das wollte ich sagen nicht weil sie nicht beten wollen nur weil sie nicht zum moschee gebet kamen weil sie zu hause beten wollten die deutschen sind hinter juden hier in tunesien als ganz kurz mein lieber frankland hat selbst gegen deutschen gekämpft deswegen dieser argument fällt schon in wasser geschichte war auch nicht gut rally und geschichte war nie so gut in der schule habe ich gehört ja du sollst bitte die geschichte lernen guck mal wie kam der islam nach tunesien überhaupt wie kam dann der islam nach tunesien wie war große zivilisation leute die zivilisation tunesien gab alles von den muslimen vernichtet hadith sahih bukhari 644 kannst du bruder carlo sag nochmal sahih bukhari 644 hier natürlich google ist ja auch eine suchmaschine bist du dumm die gibt dir nur die ergebnisse von islamischen seiten was ist daran schlimm ich verstehe nicht willst du mit deinem buch suchen wie 1400 jahre weißt du wie ich google nenne warum benutzt du tiktok warum schickst du nicht brief tauben warum benutzt du tiktok warum schickst du nicht brief weißt du ich google nenne ich nenne google idiot weißt wieso der weist alles aber erst nachdem man richtige frage stellt die gibt mir einfach alle ergebnisse und dann wählst du welche quelle ist für dich authentischer sonnen oder islam web da kannst du suchen ja was soll ich ihm sagen sagt ja google und er benutzt selbst tiktok hier was will brief tauben hier leute du bist der beste idiot wo hast du die geschichte gelernt in alten bücher hast du eine bibliothek zu hause von alten bücher such so für wenn du in recherche wirst such so in bücher es ist doch digital zeit wir sind doch die digital zeit du nein nein absefort soll er nichts mehr googlen oder willst wie Mohammed auf auf leder von ziegen schreiben und auf knochen und auf palmen schreiben der wurde schreibt halb ein deutsch englisch jetzt bis eine ziege kommt und deine bücher frisst bis deine färse frisst ja 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 lese bitte lese lese meinst du mich ja bitte ja also allahs gesandt dass salam sagte durch ihn in dessen hand meine seele ist wollte ich im begriff sein brennholzkraftstoff zu bestellen und dann jemanden zu befehlen den adern für das gebet auszusprechen und dann jemanden zu befehlen das gebet zu führen dann würde ich von hinten gehen und die häuser von männern verbrennen die sich nicht für das obligatorische gemeindegebet präsentiert präsentiert haben durch ihm in dessen händen meine seele ist wenn jemand von ihnen gewusst hätte dass er ein knochen mit gutem fleisch oder zwei kleinen fleischstücken kann weiter nicht lesen und so weiter und so fort also der hat geschworen mit der der seine seele in der hand hat also im namen gottes der wird dann holz sammeln oder fragen dass sie es machen und dann die leute verbrennen warum nur weil sie nicht zu gemeinsamen gebet kamen weil sie nicht zur moschee gegangen sind nicht weil sie nicht beten oder weil die juden sind weil sie christen sind also muslime die einfach zu hause beten wollten nicht zur moschee gegangen sind das ist das was ich meine wenn wir irgendwas aus dem hadith oder aus dem koran vorlesen sind wir hetzer obwohl wir nur den hadith rezitieren von ihnen von ihren eigenen büchern verstehe was ich meine ist so ja also die leute verbrennen deine barmherzigen propheten sehr vorbildlich das ist das was ich niemals verstehen werde wenn ich irgendwas zum koran rezitieren und mich frage warum hat er das gemacht jetzt frage ich warum hat er die menschen menschenhäuser verbrannt weil sie nicht zum gebet waren weil sie nicht zum gebet gegangen sind heißt es direkt wir sind hetzer weil wir haben die sind einfach nicht zum moschee gegangen wo sie verbrennen so stell dir mal vor was würde er mit jemand machen den ich betete oder so ja das ist wo die sklaven mit offenen haaren und offene brüste die wackeln die leute von omar bedient die 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 sich nicht bedecken müssen ja die haben doch die die freunde von omar hatte doch besuch und die besucher erzählen dass die sklavinnen von omar sie bedienten mit offenen haaren und offene brüste und ihre brüste haben so gegenseitig geschlagen und gewackelt ihre brüste haben geschlagen hat kommentare richtig hat er beleidigt wirklich gesagt ich kann immer jeder ist bestimmt heute abend wieder bei mir der typ muss ihn blocken wir machen also der hat nur 18 follower das ist bestimmt ein gelaba also eine burka verdeckte undercover account wahnsinn wahnsinn trauen sich nicht zu kommen mit ihren offiziellen profil oder accounts gottes segen gabbro danke dir bruder hey rose danke für die rosen die heiß rosen schickt mir rosen danke schwester danke kennst du diesen dr john der bestätigt hat dass kamelo ring gut ist wie viel hat er bekommen kennst du ihn nein aber ich habe einmal einen gesehen der video gemacht ich kenne einen typ der video gemacht und ich bin ein arzt und ich bin nicht moslem nur um euch schon geld bekommen für saudi arabien zu erzählen allein das zu erwähnen ich bin zwar nicht das und das aber er hat nicht gesagt ich bin christ ich bin kein moslem jetzt leute glaubt nicht dass ich moslem bin oder so aber dies und das es gibt eine hormone bei kamele und so hey kamele schwitzen nicht man die 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 schweißen den ganzen gift durch ihre urin die Tiere dings hat sich davon befreien und das kommt durch urin und da ist mehr gift also ich meine menschliche urin ist sauberer als urin von kamelen oder von ziegen oder von auch was immer lecker lecker Daniel ich bin bruder ich muss ich wirklich recherchieren das hat eben kaffir gesagt das haben viele erwähnt in deren Bücher deswegen kann ich euch gerne heute abend sagen weil wie gesagt ich habe immer noch nicht geschlafen und bin da ein bisschen der macht spaß ich habe damals ein freund gesagt ich habe so das normal so die meinte ja ja doch das hilft gegen diabetes gegen krebs ja warum haben wir so viele diabet bei uns in unserer länder so viel krebs leute und so viel nieren krate wenn es so hilfreich ist wenn das eine wundermittel ist warum verkaufen sich die ganze welt die liebe deria schreibt ein einfach ein ex muslim zu sein ist seine persönlichkeit ich zum kind also die muss schon gestört sein mka hallo danke für den den gespendet hat alles gut bei euch ja danke und dir bruder alles gut schön wolltest du uns was sagen vielleicht bruder du schreibst hier ich bin ex-moslem was sagt ihr dazu oder was ist das ihr thema ne das ist einfach ein alter habe ich drei tage geschrieben einfach nichts geändert ich bin gekommen einfach um ein bisschen zu unterhalten mit den freunden und dann das war es hey lucrezia danke 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 fürs geschenk ja ist jedem sein recht sage ich dazu zu wählen was er glaubt und was er nicht glaubt das ist ja religionsfreiheit wie man möchte doch selbstverständlich ja solange das glauben nicht also nicht gefährlich ist für die menschheit solange man nicht ich sag mal genau anderen damit schadet weil sobald damit schadet ist das nicht mehr menschlich genau einfach mensch sein erst mal mensch sein menschen verstanden dann man kann ja auch an alles glaube weißt so wie es gibt einen einen sprichwort der sagt du kannst auch an einen stein glauben werfen mich nur nicht damit richtig klar aber was bist du jetzt bist du jetzt atheist oder glaubst du andere religion ich bin agnostiker jetzt agnostiker was soll das ist ich glaube nicht an einen religion zurzeit ich glaube an keine religion du bist noch gerade unschlüssig ich habe nur den islam verlassen und habe mich für keine andere religion entschieden oder auch nicht recherchiert oder so um ehrlich zu sein ja das ist halt so aber glaubst du an schicksal und bestimmung nee nein nicht wirklich nein ich glaube agnostiker agnostiker sind einfach menschen die keinen beweis für eine gottheit haben oder die leben nicht beweisen das ist so viel wie ich weiß nicht oder nicht verstehst du hallo allerseits salam aleikum für meine muslimen und hallo für meine christlichen leute wie geht's euch bis jetzt habe ich noch verloren es geht mir noch gut alles gut und sie seid noch in deutschland die wurde noch nicht abgeschoben ist alles schön präsentiert so den christentum wie ob das die einzige religion ist ich bin ich seid dann noch nicht so ganz so schlimm wie amir der ex muslim das sind ja wie heißt was hast du gerade gesagt was heißt agnostiker oder was die agnostiker die suchen nach einem sinn im leben muss ja nicht vielleicht gibt es gar keinen sinn warum muss es unbedingt ein umgeben weil alles auf der welt einen sinn hat wenn du eine komplizierte sache erklären willst dann suchst du nicht noch eine komplizierte sache um die komplizierte sache zu erklären also um die 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 das wie um diese leben zu beweisen suchst du noch eine komplizierte sache die das gott oder der schöpfer ist noch komplizierter als das leben und und damit und damit das oder das ist ja so ein bisschen wie soll ich das sagen jemand der sucht nach einem sinn findet wer nach was anderes sucht der findet auch das es kommt immer drauf an genau man kann alles finden das einstellt wie du was du haben möchtest das kriegst du das ist genau und im leben ist auch so was man verdient das kriegt man das ist du schlecht bist du gut kriegst du gut ist das ist wahrscheinlich karma genau ich könnte sagen ich könnte es nennen falsche entscheidungen die dann eine kettenreaktion verursachen und das ist wahrscheinlich dann auf dich zurück aber nicht unbedingt aber nicht unbedingt in dem Sinne dass du von jemandem bestraft wirst das glaube ich glaube nicht dass jemand da glauben bitte natürlich das ist ja glaube du nicht wissen was kein beweis das heißt ja deswegen glaube und keine wissen es kein beweis gibt also gäbe es ein beweis für eine religion hätten die heute nur eine religion und nicht 4600 es gibt nur eine religion und das ist für jeden menschen bestimmt so wie wir aber du glaubst auch daran dass wir von Adam also dass Adam erster mensch ist nein ich glaube nicht dass wir von hinzucht haben dann glaubst du wahrscheinlich vielleicht kann sein du glaubst an diese relativitätstheorie und evolution und das nur knall und so die ist ja bewiesen da ist keine Theorie die genetisch bewiesen die Theorie ist schon bewiesen die die war also saurin hat das erwähnt seine vorstellung oder seine beobachtungen geschrieben und danach hat die wissenschaft das dann bewiesen dass wir wirklich halt von es gibt ja auch verschiedene menschen es gibt nicht nur der homo sapi es gibt der neanderthaler es gibt homo aledi es gibt der mensch von den isova es gibt verschiedene menschen die die gar nicht mit uns genetisch zu tun haben quasi eine andere spezien sind total andere spezien dass du die dann von was anderes abstammen oder was ja die sind zwar homini wie vier aber die sind keine menschen also keine homo sapien die haben keine gene mit uns gemeinsam oder eine sehr sehr alte gemeinsame Vorfahren kann man auch schon sagen welche völker von was abstammen ich weiß nicht das älteste 120.000 jahre ja und 320.000 jahre alt die zum beispiel die neandertaler sind vor 40.000 jahre ausgestorben die haben in europa gelebt das andere spezien die sehen uns auch nicht ähnlich die sind wie menschen aber die sind verschieden hat die die hormonal die waren kleiner wie wir die hatten auch ein kleiner Gehirn und die haben in Afrika gelebt haben die letztens von denen Reste und Grabung und so gefunden die hatten auch eine religion übrigens vor ja und auch die neandertaler hatten auch ihre religion haben auch sich um ihre leute gekümmert man fand auch verletzte menschen die hatten zum beispiel einen Bruch in der Bein oder so und die sind nicht gestorben die haben geheilt da sind die auch davon ausgegangen dass diese spezie auch soziale Verbindungen hatte und soziale Beziehungen hatte und sich um den verletzten gekümmert hat die waren auch empathisch wie wir sind aber 40.000 Jahre ausgestorben und an was haben die geglaubt kann man das auch schon sagen wir wissen die haben zwar ihre Gräber die haben ihn auf eine gewisse Art begraben und das pflegen hatten sie auch eine religion und die die zeichnungen die die fanden bei dem gräber von neanderthaler haben die auch gefunden bei homon afrika aber die haben die gleiche zeichnungen in der gräber gemacht und daher denken sie dass sie vielleicht an das gleiche geglaubt haben obwohl die es gibt auch viele also das ist ein bisschen komplizierter Thema aber bewiesen das weil auch viele tiere ausgestorben sind die schöne schöpfung ist nicht begonnen sonst wären nicht viele tiere ausgestorben haben wir von tieren abschlafen nicht wir sind halt wir sind halt säugetiere wenn man sagen ja was mir nicht für ein tier ich möchte gerne wissen was ich für ein tier bin du gehörst zu homini homo sapien laut theorie und nicht laut theorie laut laut hausage also wenn du wissen wirst du auch ein sohn oder dich macht so auch ein dna test das ist die gleich den alt den sie gebraucht gemacht haben um das zu beweisen aber solche tiere sind doch tiere die nur die gebären und stillen wie die wale wie die gebären dann nicht so mehrere so wie kaninchen und so sie immer nur ein nein egal wie viele jede die brüste haben und still heißen säugetiere und sind keine fleischfresser nicht unbedingt doch es gibt auch fleischfresser das mit dem essen dass wir sind omnivore es gibt carnivore die fleisch essen und es gibt herbivore die grasse essen wir sind omnivore wir essen alles wie die affen schimpansen essen auch fleisch und obst und so also sind wir affen ab ich verstehe ob du dich lustig machen willst du sex oder alles gut alles gut alles gut es ist einfach beschämend dass ich in marokko zur schule gegangen bin und mehr ahnung habe wie leute die in deutschland zur schule gegangen sind einfach peinlich schule bildung ist geboren und hast nicht gesehen ich rede mit euch essen du lachst einfach das zeigt du deine ignoranz weißt du warum ich gelacht habe weil ich gerade gedacht habe wenn ich meinen arzt erzählen würde ich würde sein der wird mich direkt einsperren du bist aber das wirst du mir in den menschen aber ich sage die wir wir und affen haben gemeinsame vorfahren wir haben viele tiere gemeinsame gene guck mal wie viel gemeinsame gene du mit einer banane hast google mal einfach wie viele gene habe ich gemeinsam mit einer banane oder mit einer affe oder mit einem schwein quasi ich glaube mit schwein schwein ist auch anatomie ist auch gleich ich weiß nicht ob ihr das schon mal gesehen hat die schon mal gesehen menschen die drei brust warzen haben ja es gibt schauspieler wer heißt nochmal die schauspieler mit drei brust warzen da hat eine frau drei brüste nein das war gefakt nein nein guck mal um und wenn du guck mal wenn du guckst wo die brustfasen liegen die liegen immer unter der andere genau wie bei tiere es gibt eine milchlinie und das zeigt dass wir gemeinsame gene hatten bei manche leute aktivieren sich diese gene und die bekommen die brustfasen genau unter die andere und nicht daneben oder verstehst du genau in die gleiche linie wie bei den tieren guck mal schreibt einfach evolution guck mal auf youtube es gibt viele menschen die das einfach erklären da musst du aber auch die natürliche selektion auch ein bisschen verstehen um zu verstehen die tiere einfach die 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 passende mutationen bekommen haben und diese mutationen waren für sie hilfreich in deren umgebung haben sie überlebt und die leute zum beispiel die keine gute mutation haben und keine gute eigenschaften hatten zum überleben oder die in ihrer umgebung hilfreich waren sind ausgestorbene also so bananen und so obst sachen haben auch selbe dna wie menschen und nicht komplett nicht komplett aber war halt schon 50 eben schreibt 20 30 mit den affen haben wir 99 98 prozent gemeinsam 99 was ja mit 100 prozent nur dieses dass wir aufrecht gehen und denken ja wir haben sieben prozent von unsere genen sind virus sieben prozent unsere gehen haben wir schon virus die europäer haben sie haben auch zwischen vier und fünf prozent dna von den neanderthal also die stammen europäer nein ich habe gesagt ob wir sind auch homo sapien aber die haben ein bisschen von den genen von von neanderthal ja sie zwischen vier und fünf prozent glaube ich werde ich mich nicht irre haben sie gemeinsam mit dem neanderthal ja man geht davon aus dass auch homo sapien sich mit den neanderthalern vermehrt haben also in der erzeugt haben ja das auch wir wissen wie sie das aber ich werde jetzt erklären wie das funktioniert zum beispiel oder du kannst den polar wäre der weißen bär oder ja und du kannst den braun bär ja es gibt jetzt eine neue spezien die die jetzt gerade zur welt kam die haben sich verpaart die polar bären und die braun bären und die haben eine neue spezien gegeben die haben es aber freiwillig gemacht weil die platz wo der polar bär lebt wird immer kleiner und kleiner und die haben sich das ermöglicht und jetzt diese diese neue spezien hat mehr chance zu überleben weil die braucht nicht unbedingt und das ist das wenn zwei wenn zwei tiere wenn zwei tierarten aber die gleiche spezien sind wenn sie die gleiche anzahl an chromosomen haben gewähren sie gewähren sie eine nachkommen der sich auch vermehren kann wenn sie aber unterschiedliche zahl von chromosomen haben können ihre nachwuchs nicht reden von derselben spezies ja ja deswegen zwei verschiedene spezien vermischen sich nein die müssen nicht so sehr entfernt voneinander sein es ist zum beispiel guck mal bei esel und und pferd was passiert geht das war ja maultiere dass durch die kommen so mal die kann ich nicht vermehren weil die hat weil der pferd hat ich glaube 64 chromosomen und die es hat 66 also die haben nicht gleich chromosomen anzahl und deswegen gebären sie nachwuchs die sich nicht vermehren kann versteht also bautiere können sich nicht vermehren die bekommt man nur wenn man einen esel mit einem pferd dings ganz so zu sagen ja oder löse oder löse und tiger wie heißt das transvestiten transvestiten tiere dann sind das die sich vermehren können nein pferd und esel sowie transen heute mann und frau versuchen zu sein und nein das versteht nicht was wie wissenschaftliche wissenschaft gehört also zum beispiel löwe und tiger die geben auch eine nachwuchs ist der nachwuchs ist meistens größer als die 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 eltern aber die kann sich nicht vermehren weil der anzahl an chromosomen nicht gleich ist bei den zwei spezien verstehst du ja und da so funktioniert die evolution ja und wenn du eigenschaften hast die dir weiterhelfen in deinem leben vermisst du dich und deine deine rasse geht weiter oder deine späßige zeiter und wenn nicht dann passiert dann verschwindest du einfach zum beispiel schlagen die gift entwickelt haben hatten mehr chance zu überleben die schlagen ohne gift verstehst du weil die gift haben sie am waffen wir haben eine waffe ja die haben ja die 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 evolution hat sie mit waffe gegeben und außerdem es muss ja guck mal er gebe es keine evolution und gebe es keine mutationen in unsere genen würden wir alle gleich aussehen wie einander wir hatten alle die gleiche nase die gleiche mund verstehst du würden wir alle wie eine kopie voneinander sehen aber wir sehen nicht gleich aus weil halt mutationen beim beim halt beim vermehren passieren und daher sind ihre kommen andere rassen wie gar nicht das kann man sehr gut bei bakterien beobachten im labor weil die bakterien schneller sich schneller vermehren und die die mutationen passieren ja auch schneller und dann kommt eine bakterie neue rasse von der von dieser anderen spezies auch bei korona das gesehen wie viele mutationen die gemacht haben zum beispiel und das ist das das ist die evolution und die mutationen weil immer schlimmer wieder wie der vorherige virus und die hatten mehr chance zu überleben nur so muss das denken dass sie die evolution und die natürliche selektion weil diese beide sachen gelernt hast dann hast du verstanden die wohl schon kompliziert danach ich das hört sich schon übelst kompliziert an nicht wirklich nein guck mal es gab zum beispiel einfach zu sagen ich kann euch sachen sagen da würden sogar sachen komische sachen zu euch kommen und die sagen was zu tun ist und so würdest du den glauben würde ich lieber nicht weil die sachen lügen auch aber die wissenschaft und glaube habe nicht mit einer wissenschaft basiert auf experimente die du wiederholen kannst und die gleiche ergebnis bekommen kann schon was experimentier sagen wirklich das würde stimmen und das würde auch gehen und klappen und hast nicht gesehen aber dass die wissenschaft hat das bewiesen mit genetik mit alles ja du kannst das beobachten wie gesagt in einem labor kannst du selbst beobachten wie die bakterien sich von einer spezies zu einer andere entwickeln und ganz schnell weil die sich schnell vermehren aber du kannst an einen gott zu sagen ja gott hat das geschafft da muss aber beweisen dass einen gott gibt dann ein allah gibt das kannst du nicht weil es gibt kein beweis für allah was hast du dem koran doch geschrieben bruder das steht alles im koran steht sogar silberschmelzpunkt eisenschmelzpunkt wie weit die sonne vom mond entfernt ist das steht im koran was wir lesen der koran der wurde also beschrieben wo gott hat nicht direkt zu mohammed sallallahu sallallahu sallam gesprochen gott hat zu gabriel den engel gesprochen und der engel ist zu mohammed gegangen und der hat ihnen das gesagt wurde nicht mal die gelehrte sagen dass mohammed das gibt ein beweis dass mohammed der prophet ist es gibt keinen beweis nicht mal die gelehrte sagen dass was ist es oder es gibt keinen beweis die schreibt doch selbst im koran und wenn eine eine männer in der männer in der männer und das was uns davon abgehakt hat wunde zu zeigen ist dass eure vorfahren nicht daran geglaubt haben ja die so ausgeräten ja das ist immer so eine sache aber es gibt ja keine beweise ich habe den islam sehr sehr gut studiert und ich weiß schon steht es gibt kein beweis dass wir nicht mehr so glauben wir dir was gesagt sondern schon viel erfahrung alles wir wollen jetzt nicht wir wollen bitte langsam bleiben nur die muss eine wir ein beispiel vom koran das irgendwas beweist und wir gucken ob das stimmt oder nicht okay ein einziger sagen mich viele die nur ein einziger beweis sagen mich es gibt viele beweise nur eine ja dann silberschmelz punkt vom koran über den koran steht der selber schmerzpunkt genau wie viel grad du dass das schmerz selber das steht im koran welche fest welche suchen ohne moment so das habe ich zum ersten mal und das haben die damals nicht probiert wir gucken jetzt die beweise die wissenschaftlichen beweisen koran die habe ich die bin ich schon tausend mal durchgegangen also weil wir müssen auch gucken den tafsir was die leute damals verstanden haben nicht was die leute heute deuten es gibt dafür es gibt da schon regeln wie man den koran erklärt und deutet nicht nach laune und lust wir müssen gucken entweder im nukatir tabaril qatubil jalelein barawi wir müssen eine diesen festerin gucken was die gesagt haben na dann gucken wir die die embryologie in den islam auch ob es wirklich knochen als erstes sich entwickeln also ein skelett und danach kommt das fleisch drauf ob es wirklich so passiert in dem bauch oder nicht ja umgekehrt ist schwer erst fleisch in das skelett rein ist bisschen hört sich anstrengend an du kannst das beobachten auch das wir machen heute kann man mit der wissenschaft an beobachten da hast du schon mal gesehen leute die ein gebrüht haben in ein glas durch die schicht du kannst du sehen wie der im video erst da das ei oder wohl das sei ja das jetzt mehr beweisen ja weil die mutation von wohn passiert das ist auf jeden fall was ich meinte mit dem eisen steht auf jeden fall bei sura 57 al hadith werden hühner auch von warte 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 sura 57 al hadith das eisen ja steht da wie viel grad müsste dran stehen die sura hat nur 29 oder die sura hat nur 29 vers welche vers steht da in das von hadith also die sura heißt hadith aber welche vers steht da die grad steht da ja ok hier sind we w pad solo hai ja Und zwar in der Bibel der Bibel. Am Ich repeating das ist, es er deutlich macht, es er deutlich wird, es er deutlich macht, es er deutlich macht. Ich denke es ist er deutlich macht, es er deutlich macht. Ich denke mal, die Menschen und die Menschen mit ihnen erhalten, ich erneut die Geist von dir einen Liefen. Ich denke mal, und ich nehme die Bezüge. Ich bin bei dem Selbstbildende, wenn wir stolz sind, Ich hole dir das raus gleich, ich komme dann wieder rein. Wallah, das machen wir nachher, das spielt keine Rolle, wirklich. Alles gut, Wallah, alles gut. Ich gehe jetzt beten, Bruder, ich komme sofort, ich höre ich alles wieder nach. Alles gut, Wallah. Bruder, du kannst nicht sagen, es gibt einen Beweis, aber keine Ahnung. Nee, du musst mir sagen, weil die Wissenschaft, wenn die einen Beweis hat, dann gibt sie dir ein Experiment. Sie sagt dir zum Beispiel, du wirst Sauerstoff mit Wasserstoff mischen und dann wirst du Wasser bekommen. Das kannst du tausendmal wiederholen und du bekommst die gleiche Ergebnisse. Ja, das ist ein Beweis zum Beispiel. Aber einfach zu behaupten, eine Sache ist kein Beweis. Ich weiß, das ist nicht nur, weil sein Imam ihm das erzählt hat und er es einfach so geschluckt hat. Heißt das nicht, das ist ein Beweis. Das verstehst du? Der hätte seinen Imam fragen sollen, okay, zeig mir, wo es steht, zeig mir den Tafsir dafür, zeig mir den Hadith oder sonst was. Aber man kann nicht einfach alles schlucken und kommen und sagen, nee, Allah gibt einen Beweis. Es gibt keinen Beweis. Das, was uns davon abgehalten hat, unsere Wunder zu zeigen, weil die Leute von Mekka haben gesagt, okay, wir haben ihm nicht geglaubt. Der hat 13 Jahre lang gepredigt. Ihm sind nur 60 Leute gefolgt in 13 Jahren. Also, deiner Meinung nach, hätte er da Wunder vollbracht, hätten ihm mehr Leute gefolgt oder nicht? Nicht 60 Leute, da sind nicht mal 5 Leute pro Jahr. Was will ich dazu sagen? Ja, aber wenn ich dir sage, ich habe mit Allah gesprochen, okay, wenn du mir jetzt sagst, zum Beispiel, ich habe Merkel auf der Straße gesehen, das ist doch okay. Sag dir, okay, glaube ich dir, das ist eine kleine Behauptung. Aber wenn du mir sagst, ich habe mit Allah gesprochen, dann musst du eine riesige... Ah ja, das ist doch, das ist Quatsch, das geht nicht. Ich meine jetzt nicht dich damit, ich meine jetzt Mohammed, wenn er gesagt hat, ich habe mit Allah gesprochen, dann muss er auch einen Beweis bringen, um seine Leute zu überzeugen, oder nicht? Ja, der Beweis ist das Buch. Aber da ist nichts, was beweist denn das Buch? Das ist ein Buch, ich kann dir auch genauso beweisen, dass es Drachen gibt, von Harry Potter Buch. Ist das ein Beweis? Da steht alles drin. Wer glaubt, glaubt, wer nicht glaubt, glaubt uns. Das ist so. Ja, aber das ist kein Beweis, dass es Allah gibt. Was ist das Beweis? Was ist das Beweis, dass Allah dieses Buch geschickt hat? Was ist das Beweis, dass Mohammed dieses Buch von Allah bekommen hat? Was ist das Beweis? Wo? Was da drin steht. Ja, aber auch in Harry Potter steht, auch das Drachen gibt. Ist das ein Beweis? Ja, Drachen, das sind Drachen. Jede Religion, jede Religion sagt, mein Buch ist der Wahre. Jede Religion, Hindus muss sagen, was in unserem Buch steht, ist die Wahrheit. Das hat Gott in unserem Buch gesagt. Ist das ein Beweis? Dann ist das okay. Wenn der Hindu sagt, das ist unsere Wahrheit, dann ist das deren Wahrheit. Ja, Glauben heißt nicht wissen. Ja, es heißt ja auch Glauben und nicht wissen, weil man keine Wissen hat, keine Beweise hat. Ja, aber natürlich Harry Potter, welche Beweise, wie du, bei Harry Potter steht auch da. Es gibt Drachen, es gibt die Magieschule. Gibt das denn wirklich? Kann man wirklich durch Wände gehen? Also ist das ein Beweis? Nein. Beweis uns außer diese Sachen. Vielleicht kann man gehen durch Wände. Na, versuch's. Guck mal, Bruder, ich sag dir eine Sache. Ich hab den Islam wirklich richtig, also sehr, sehr, sehr. Oder wenn du das für dich so gemacht hast. Ich muss jetzt los. Ich muss ein bisschen zocken. Ich hab heute mein Herz für einen Tag. Das ist wirklich Spaß. Und wenn du das für dich... Wenn du eine Beweis hast, kommt zurück. Nein, ich brauch, ich hab, ich muss dir nichts beweisen. Das ist meine... Nein, aber auch wenn du das für dich... Guck mal, du kannst nicht deine Leben... Guck mal, du hast doch einen Monat, guck mal, du verhungerst und verhungstest einen Monat lang ohne Beweis. Das ist doch bescheuert. Wieso? Nein, ich verhungere mich. Du riechtest dein ganzes Leben nach einer Religion ohne Beweis. Das ist doch... Bruna, du verstehst... Was ist dein Beweis? Nein. Was ist dein Beweis? Nein. Was ist dein Beweis? Nein. Was ist dein Beweis? Du musst doch sicher sein, dass du Allah findest und nicht einen anderen Gott. Ach, pass auf. Für mich ist mein Beweis da. Ich muss nicht bei TikTok... Nein, das ist Indoktrinierung. Das ist Gehirnwäsche. Warum lässt du mich nicht ausreden? Ich kenne den Argumenten alle. Ich habe dich alle schon... Ja, aber du brauchst... Guck mal, das, was du gerade sagst, habe ich mir doch selbst gesagt damals, ne? Wo ich dann langsam die ganzen Sachen gemerkt habe, habe ich mir auch diese ganzen Sachen selbst gesagt. Verstehst du? Du lässt mich nicht ausreden. Dankeschön. Pass auf. Du musst das jetzt so sehen. Leben und leben lassen. Verstehst du? Das sagt aber nicht der Koran. Das sagt aber nicht der Koran. Oder Mohammed sagt... Mir wurde befordert, die ganze Menschheit zu schlachten, bis sie an Allah glauben und nur noch die Religion von Allah gebetet wird. Bruder, wo steht das Land? Warum zieht ihr immer alles aus euren Hintern raus, Mann? Wo steht das, Bruder? Ich bin seit 35 Jahren... Okay, ich sage dir. Okay, ich sage dir. Ich habe das irgendein Problem nicht mit sowas, Mann. Ich gebe dir doch den Beweis, Bruder. Ich habe gehört. Ich gehe in die Moschee, Mann. Ich habe studiert. Ich habe nie gehört, dass ihr... Hören sagen. Das wird nicht mal im Gericht anerkannt. Hören sagen. Ich habe es studiert, nicht gehört. Ich sage dir jetzt hier. Das ist Sahih al-Bukhari Nummer 25. Ich sage dir, dass ich kann Menschen damit erkennen, dass ich dem Aller maybe Godbund und Mohammed bin der Allah ablegeben bin. Und dass sie sich in der Heiligen Zakat und die Zakat lob, und wenn sie das tun tun, entspricht mir. Ich habe es nicht nur mit dem Aller noch mit dem Aller und dem Aller zu tun. Also halt quasi Darf ich nicht anfassen Wegen Allah Nur wenn die das machen darf er sich nicht Hier nochmal Sahih Muslim Nummer 22 Das gleiche Hadith Hier nochmal Das Buch Al-Muhalla Seite 7 Nummer 349 Auch Sahih Nochmal warte Hier Den Buch Fathar Rabbani Seite 1 Nummer 350 Also die vierte Quelle Den gleichen Hadith Umeratan und Qasin Hatte yukuruu la Ilahya Allah Weil yukuru slalata Ou yukuru zackat Woy echuju al-bayta Uqisumma Ramadan Ou idafailu därika Aasimu minidimakum Umweilom imal bhakk Hier nochmal Dekereich Muslim Eleshuaif Sahih Die ichensite Du hast viel zu viel Bisschen In dem Kopf Zu viel Information In dem Kopf Bei dir schwirrt alles rum Das muss alles raus Kann ich verstehen Achim Warte Lass mich ausreden Ich muss jetzt wirklich gleich los Leben leben lassen Wenn du dich für dieses Leben entschieden hast, mach das so. Aber das gibt es nicht in Islam. Man muss den Islam entlarven. Du musst in TikTok rein und, oh, ich bin Ex-Muslim, oh, ich habe keinen Beweis gefunden, oh, ich armer Junge, oh, der Islam ist so schlecht, oh, ich habe keinen Beweis. Guck mal. Könnte ich dir mal was sagen dazu, Ari? Ich habe keinen Beweis für einen Schützer, aber ich habe einen Platz. Eine Sache sage ich dir, danach muss ich los. Für dich ist es traurig, für dich ist es sehr traurig, weil ich gegen Kinder heiraten bin, weil ich gegen Sklaverei bin, ist das traurig? Weil ich gegen Menschen schlachten bin, ist das traurig? Weißt du überhaupt, was in deinem Buch steht oder nicht? Weißt du, in deinem Koran sagt, du darfst sogar verheiratete Frauen vergewaltigen. Soren Nisa, Vers 24. Glaubst du, das ist traurig, weil ich keine verheiratete Frauen vergewaltigen bin? Was ist das für eine Moral? Ich habe nur mehr Moral wie ein Prophet und ein Allah. Und ich habe den Beweis, dass es Allah nicht gibt. Bruder, du bist, guck mal, lass mich ausreden, bitte. Du lässt mich ausreden, weil du manipulierst. Ich manipuliere gar nicht. Ich habe dir die Verheiratet, ich habe dir die Verheiratet, ich habe mich ausreden. Hast du jetzt geprüft, ob es den Hadith gibt? Hast du geprüft, ob es diesen Hadith wirklich gibt? Oder hast du nicht geprüft und du behauptest, dass ich nicht mehr? Ja, Babu, mach mich mal kurz groß, bitte. Ja. Ja. Ich kann mal ein bisschen lesen. Also hier sei Bukhari von Sahih als authentisch und von Bukhari überliefert. Kannst du ja mal kurz durchlesen. Das ist das, was ich genannt habe, gerade auf Arabisch. Ja, danke wohl. Bitte schön. Gegen welches Volk kämpfen? Die, die nicht an Allahs Gesandter, also an Allahs Anbetter, wir beten nicht Allah an, euren Gott. Wir sind damit gemeint, die Götzendiener sind damit gemeint, jede Religion, die nicht in Islam gehört. Nicht nur die Religion. Ach so. Jetzt habe ich verstanden. Auch Leute, die nicht in Allah und in Allah glauben. Bruder, jetzt habe ich verstanden. Okay, das geht doch an mich. Darf ich was dazu sagen? Ja. Bruder, guck mal. Ich bin hier reingekommen, ganz normal, ganz friedlich, nur um zu verstehen, was du denkst und was nicht. Ja. Dieser Vers gilt für die Menschen, für die, die ungläubig sind. Und dem Islam. Das ist ein Hadith. Nein, nein, nein. Das ist ein Hadith. Lass ihn ausreden. Das ist ein Hadith, das ist nicht im Koran. Das ist ein Hadith. Genau, das ist nicht im Koran. Das ist ein Hadith. Fertig. So. Das gilt für die Menschen, die ständig, so wie wir heute sehen, Palästina, Libyen, Irak, Syrien, Afghanistan, ständig den Islam angreifen. Okay? So, es ist ganz komisch, dass zurzeit ständig der Islam angegriffen wird. Wo steht das? Wo steht deine Behauptung? Wo steht das? 4 und 8 Mal Islam hat angegriffene Menschen. Ich habe mich halt nicht. Es stund mich die ganze Zeit. Ja, aber du bist jetzt gerade Palästina, Palästina. Du hast doch gar keine Ahnung. Amerika gab es doch gar nicht damals. Moruch, ihr seid verfickte Häutler und Hetzer. Darauf haben wir gewartet, auf eine Beleidigung. Ja, sehr gut. Nee, nee, als Amerika in den 6. Jahrhundert gab. Amerika wurde doch gerade, äh, links. Vor 500 Jahren gab es doch kein Amerika. Also spinnst du? Das ist in der Zeit von Mohammed. Da hat keiner was gesagt. Der hat einfach die Leute geschlachtet. Und er hat 7 und 8 Angriff Kriege gemacht. Jesus, du kannst nicht ein Sturm, Bruder und reden. Das ist das wahre islamische Kaufmann. Kommt er hier nach 2 Minuten, fängt er an Beleidigungen und abhauen. Er will nichts verstehen, was seine Buch sagt. Bitteschön. Mach mal diese auf, mal gucken, was hat dabei. Und wir können nicht mal Arabischen, die will aus dir was erzählen. Hey, wir haben den Istans-Frieden-Modell. Ich habe doch mehrmals gesagt, die Türken und Albaner, die sind keine Moslem. So, ich bin kein Türke, kein Araber, kein Albaner. Ist egal, ich bin auf jeden Fall Mensch. Aber die ganzen Islamhasser seid ihr. Ihr sagt immer Mohammed, euer Mumu, dies, astagfirullah. Ihr müsst euch schämen, ja, einfach nur schämt euch. Mach ich hier noch raus, bitte. Du solltest dich schämen. Wir brauchen keine Entfehlungen. Wir brauchen keine Entfehlungen. Du folgst einem Prophet, der mit einem 6-jährigen Kind geheiratet hat. Der muss dich schämen und nicht wir. Der muss dich schämen und du solltest dich schämen. Du folgst einem Pädo und du solltest dich schämen. Du folgst einem Mann, der mit 54 Jahren ein 6-jähriges Kind, ein 9-jähriges Kind penetriert hat. Du folgst einem Pädo. Und der hat 84 Kriege verursacht, 84 Mal hat die Menschen geschlachtet. Lass ihn nur mal ganz kurz bitte, ich will ganz kurz was fragen. Der will nur beleidigen. Der sagt doch, wir sind 3-50. Normales Gespräch. Der wollte mir doch den Beweis geben vom Koran. Hat er gegeben? Nein. Der sagt, ich komme gleich, ich muss jetzt unbedingt weg. Und der ist doch immer noch da. Der wird dir nicht geben. Glaub mir. Der hat keinen Beweis. Womit soll der Beweis geben, Mann? Der hat nichts. Es gibt dir auch keinen Beweis. Er will einfach den Stream kaputt machen und abhauen. Das ist ein Ziel. Weil ihnen gefällt uns, dass wir unsere Wahrheit sagen. Unsere islamische Wahrheit klingt leider sehr traurig. Es muss erkannt werden. Weil das ist eine trofe Zukunft. Du folgst einem Kriegskrimineller, du folgst einem Kriegsverbrecher. Ein Mann, der 700 bis 900 Kinder in einer Nacht geschlachtet hat, dein Prophet. Er sagte, er schlachtet sie wie eine Ziege. Ich war gerade an einem live und hättest du sehen, was für ein Mist haben die erzählt. Was hat 14 Jahre geheiratet? Mit seiner Frau, mit Aisha. Aisha sagt, doch selbst ich war sechs. Und er hat mich penetriert mit neun. Sechs, sechs. Informier dich nicht, 13 und nicht 14. Sechs. Ich hasse, wenn jemand mir schreibt, Allah hat euch recht leiden. Als ob der Weg von Allah das Recht ist. Also Versklagerung und Verkaufung von Menschen und Verkaufung von Frauen auf dem Markt. Und Kindesvergewaltigung. Das ist das Recht leiden? Das ist das Recht leiden bei uns. Die wissen am besten, wie man Menschen achten. Al-Sharia. Al-Sharia al-Islamiyah. Die haben doch, wie viele Teenager haben die von Europa geholt, Mann? Es ist so, diese Scheiße, Europa hat ganz im Mund hier hingeholt, Mann. Diese Scheiße, ganz im Mund. Jetzt müssen wir uns jahrelang verständigen, damit wir diesen Leuten zeigen, welcher Weg ist gut und welcher nicht. Was ist das für eine Manier, Mann? Du sollst dich schämen. Du sollst eine für die Welt. Die wollen nicht kapieren, welcher Weg, dass wir Ex-Muslim sind, dass wir viel mehr über Islam wissen. Wir haben uns jahrelang mit dieser Religion beschäftigt. Und wir wissen das. Wir haben diese Informationen nicht von uns geholt, nicht von unseren Taschen. Da steht alles in unseren Büchern. Wer nicht lesen kann, der sollte sich damit beschäftigen. Dann weiß er, was für eine abgefuckte Katastrophe ist das. Das ist kein Friedlich. Lass mich mal, kann ich noch mal kurz hochkommen, Babu? Soll ich mal eine Einleitung schicken? Aber wenn er beleidigt, schickst du ihn direkt. Dann beleidige ich auch. Nein, nein, ich will nicht, dass der Stream gefettet ist. Bitte, Leute. Ja, ja, ja. Ich habe recht dazu, ihn runterzuschmeißen. Er soll zuhören, aber stürmen, aber er soll zuhören, wie wir reden. Er soll hier bleiben, aber ich will ihn nicht hoch. Martin. Ja, Martina. Martina, genau. So. Bitte schön. Irgendwie höre ich euch nicht. Ja, wir hören dich. Gut. Schießen Sie, Leute. Was haben Sie dabei? Was haben Sie schon mal einen Koran gelesen? Leider ja. Ja. Ich würde bestimmt nicht von irgendeinem, der vom Ausland kommt und hier in Deutschland ist. Achso, Habdi. Ich wusste nicht, dass du Deutscher bist. Ich gehe stark davon aus, dass dein Name, dein deutscher Name ist, Habdi. Du willst sagen, dass gerade von einem Ausland kommt, deine Religion. Deine Religion kommt von Ausland. Deine Religion entstand in Saudi-Arabien. Gib uns Beweise. Du sagst deine Wahrheit, die Religion. Gib uns Beweise. Du willst mir Beweise geben, dass der, dass Schmelz, keine Ahnung, Eisen schmelzen, gerade im Koran. Ich habe die ganze Sorge gelesen, da ist nicht vom Schmelzen, der spricht nicht mal über den, über Eisen, der hat nicht mal über den Eisen gesprochen. Der sagt, wer gibt Allah Geld, und der gibt ihm, wenn er kommt, den Doppelten. Allah bettet, bitte gibt mir Geld, bitte gibt mir Geld. Vielleicht hat Allah ein bisschen Geld. Ist das noch zu fassen? Dein Gott hat sich für 20% von der Beute genommen. Wenn Mohammed die Leute geschlachtet hat und festgelegt hat, Allah hat 20% davon genommen. Kannst du dir vorstellen, dass Allah materielle Sachen braucht und sich die Leute zu kämpfen und zu schlachten, um materielle Sachen zu bekommen? Babo? Ich stelle dir keinen Eindruck. Verstehst du Arabisch, Babo? Verstehst du Arabisch gut? Ich schreibe ihn doch den. Ja, Schwester? Seit wann ist Islam aus Deutschland kommen? Seit wann kommt der Islam von Deutschland? Ja, meine Wahrheit. Islam hat das nicht in Deutschland und wird sich nie ergeben. Es gibt viele Beweise. Es gibt viele Beweise. Ich habe mir gesagt, okay, es gibt viele Beweise, gib mir nur eine Beweise. Nicht mal eine Beweise unterbringen. Und sie sagt, es gibt viele Beweise. Nur weil deine Imam in der Moschee sagt, dass es viele Beweise gibt und dir keinen Beweis gibt und du dumm, wenn du noch glaubst und das einfach schluckst, weil du hingewaschen bist, heißt das nicht, dass du das bei mir machst. Nein, wenn du mir sagst, es gibt viele Beweise, dann nimm mir wenigstens eine Beweise davon. Ich folge, ich glaube nicht einfach so ohne Beweise. Du kannst das gerne von deinem Namen nehmen, die kann dir einfach erzählen, was er will, in welchem Märchen. Glauben, die kann dir sagen, da ist auch Atomkraft, Atomfusion, alles kann dir das erklären, kannst du akzeptieren, aber versuch mal deinen Imam. Okay, aber du hast gesagt, du willst jetzt beten gehen. Dann geh bitte jetzt zu deinem Imam, wenn du gebetet hast und fertig bist, sag, geh zu deinem Imam. Sag ihm, bitte nimm mir ein paar Beweise, dass der Allah wirklich gibt und das Mohammed wirklich mit Allah geregt hat. Und dann komm, bring uns diese Beweise. Dein Imam muss doch die Beweise haben, oder nicht? Du hast gesagt, Eisen, was weiß ich. Sorry, Babu, dass ich das verbrochen habe. Aber er hat die Nationalhymne gesungen gerade und dann steht, die deutsche Nationalhymne, aber er hat gesagt, der stolze Deutscher, da steht Einsamkeit und Recht und Freiheit. Freiheit für Pädo. Freiheit für Pädo. Nein, aber Einsamkeit kommt gar nicht vor. Ich habe zehn Jahre, zehn Jahre lang immer jeden Tag gebetet. Ich weiß, was Islam heißt. Keiner soll zu mir kommen und erzählen, was Islam ist und wie verreden ist der. Ich weiß gar nicht genau, was ich rede. Ich rede nicht von mir. Diese Worte und diese Verfassung habe ich nicht von mir genommen. Ich habe das alles vom bestätigen Buchschaden genommen. Hey Rose, danke für die Hosen, Rose. Wirklich, danke. Du verwirrst mich die letzten zwei Tage. Ich danke dir, Schwester. Wir haben dich jetzt vom Beten abgehalten. Jetzt kannst du ganz kurz hochkommen und ganz normal mit mir kurz reden. Nein, nein, der soll seine Iman fragen. Bitte, aber bitte, bitte bringt einen Beweis von seinem Iman. Er soll seine Iman fragen, aber ich kann nicht. Ich habe auch Imamen gefragt. Wer hat die nicht gefragt, der hat ihm gesagt, es gibt viele Beweise und der hat es geschluckt. Wer ein Idiot, weil er Gehirn gewaschen ist. Also würde er in seinem Kopf denken, würde ihm sagen, okay, kannst du mir bitte hier einen Beweis nennen? Aber so soll ich was sagen, Bruder, wenn du mir vor 20 Tagen das erzählst, was du gerade erzählen, ich hätte auch Ausdrucker gesagt. Weil ich war so tief drin. Nach 2015 habe ich mich erst richtig recherchiert, habe ich mich richtig damit beschäftigt. Ich bin zum Moschee gegangen und habe Fragen gestellt, weißt du. Und dann habe ich gemerkt, dass diese Hoja und Moschee, die lügen alles. Warum lügen die so? Kassieren die jeden Tag pro Tag 400 bis 500 Euro, steuerfreies Geld. Am Monat, Montag 13, 14, 15.000 Euro. Plus die ganzen Geschenke vom Gold. Die dummen Frauen, die ihr Gold verschenken, denken, die helfen jemandem, die fahren dicke Autos. Richtig, ja. Und dann, jeden Mal schmeißt zwei Euro. Überleg mal zwei Euro in den Korb schmeißen. Am Abend hast du 400, 500 Euro drin. Leute, die kommen, beten und die machen Al-Sadaka. So. Und dieser Hoja, jeder Abend samt dieser Geld, im Monat macht 15.000 Euro ungefähr. Plus, minus 15, sowas. Die haben doch 480.000 Euro Bar gefunden in einer Moschee in der Razzia letztens. Was ist das, Mann? Dass du noch mehr drin hast. Steht noch mehr drin. So. Und dieser Imam, der macht so viel Geld und natürlich wird er lügen. Und weil es im Islam, in unserem Islam, Lügen ist erlaubt, Bruder. Ist nicht verboten. Du darfst lügen, so viel wie du willst, aber du sollst dich nicht erfischen lassen. Und deine Bruder und deine Familien, die sollen auch nicht wissen, dass du lügst. Das ist das Schlimmste dran. Keiner soll wissen. Und die sagen zu uns, Heuchler oder was weiß ich. Weil wir nämlich Wahrheit und alles auf den Tisch legen. Keiner versteht, keine, ihr, das Deutsche soll ja nicht wissen. Und das ist Europäer, sagst du nicht alles bei Europäen. Bei uns gibt es alles, die sollen wissen. Das ist unsere Religion. So. Zählen wir alles auf den Tisch. Was hat unser Prophet gemacht und wie ist der Mitmenschen rumgegangen? Und was haben wir an dem Herzen liegen? An unserem islamischen Herzen liegen. Wir danken, in 2050 werden wir Europa verobern. Werde Europa, also Islam gehört. So danken wir Islam. Wir werden sagen, alle unglaublichen Kuffar sollen ausgelöscht werden. So danken wir. Und politisch, Islam hochinteressiert, soll später alles übernehmen. So danken wir dem Islam. Wir nehmen Europa unterhand. Ich wünsche mir trotzdem, dass er seinen Imam fragt nach Beweise. Ein Beweis, holt uns bitte, ein Beweis von seinem Imam. Weißt du, was wir sagen, Imam? Imam werde sagen, du umblicke Kuffar, hau ab, raus. Das werde er zu Ihnen sagen. Wenn er Fragen stellen zu Imam, die Imam gar nichts gefällt, sagt der Imam, sobald er Wahrheit erzählen muss, sagt er, du bist eine Kaffer und du musst raus. Du gehörst nicht in der Moschee. Ich habe doch selbe Fragen gestellt. Am 2015. Ende 2015. In der Moschee. Ich kann auch, weißt du, bei TikTok ist es nicht erlaubt. Es ist nicht gut, wenn man Adresse nennen. Ich kann auch Adresse von dieser Stadt und Adresse von dieser Moschee euch geben. Ich war da und ich habe mehr als mal Fragen heute gestellt. Und irgendwann hat sie zu mir gesagt, du Kaffer, du gehörst nicht mehr hier. Du bist keine Mosle. Was habe ich gemacht? Ich habe nur Fragen gestellt. Ja, die erzählen nicht Wahrheit. Die verdienen häufiges Geld damit. Warum sollen die Wahrheit erzählen? Überleg mal. 15.000 Euro steuerfrei. Ihnen ist scheiße, egal ob die Jungs drauf gehen oder ob der Islam so schlimm ist. Hauptsache ich, die bringen ihre eigenen Kinder diesen Ruf auch dabei. Damit die, wenn die später weg sind, deine eigenen Kinder so viel Geld verdienen. Ich meine, heutzutage gibt es Internet, man kann sich informieren. Alles steht im Internet, alles steht im Bucher. Geschichte von Menschen, alles steht. Aber zum Glück. So. Jakobs. Willkommen. Hallo zusammen. Gutes Segen, meine Lieben. Gott besagt Deutschland. Amen. Amen, Habibi. Wie ist es jetzt aus bei dir? Shabbat Tamam. Alles gut, danke. Zum Glück verlassen die Leute in unserer Länder den Islam. Die werden dann diese Leute bekämpfen, wenn sie dort in Orland gehen. Das Syrische Gebiet, das kurdische Gebiet, der Islam ist verboten. Seit zwei Monaten keine Moschee, keine Gebete mehr. Die haben sich erzogen. Sehr gut. Also die Kurde in der EPG und sowas. Die haben sich verboten, also die haben sich gut entschieden, dass hier keine Islam mehr geben wird. Aber die können nicht alles auf einmal machen, weil es gibt so viele islamische Terroristen. Ja, weißt du wie viel Gott, Somi? Weißt du wie viel Gott ich habe letztens? Die machen ein Video. Der Imam, dass eine Frau kommt und sie gibt ihm so viel Gold, ihre ganze Gold. Und sie sagt, ja, ich möchte gerne für den Islam Geld geben. Ja, ihr braucht bestimmt Geld für die Moschee. Und ihr postet dann das Video, damit andere Frauen auch ihre Gold bringen. Aber das war ja nur ein Trick. Diese erste Frau war gar nicht richtig. Und die anderen Frauen wollen auch richtige Muslime sein. Und die gehen schnell und geben ihre Gold. Warum machst du das nicht? Neapolation. Egal, die erste Frau, das Gold gegeben war, ist eine eigene Frau sogar. Das ist neapolierend. Weißt du, seine eine Frau gibt ihnen seine ganze Gold und alle Frauen, die da sind, die geben auch alles ganze Gold. Und so kommen die in Geld und Gold dran. Ich habe einen Nachbar, der ist kurdischer aus Syrien. Kurdisch aus Syrien. Wenn du sagst, ich frage ihn und, was bist du, welche Religion, er sagt wirklich, Bruder, frag nicht. Ich bin eigentlich so Moslem, aber ich habe überhaupt gar keinen Interesse. Aber halt dich mal fest, der hat drei, also er hat insgesamt fünf Kinder. Drei Söhne. Stellt euch vor, was für Namen er dir gegeben hat. Seine Kinder sind Aramischen Namen. Ich habe gesagt, warum hast du diesen Aramischen Namen gegeben? Weil er kommt ja aus Karmischloh. Also ich bin mit Christen, ich bin mit Christen groß geworden. Und das sind für mich wie Brüder. Warum sagst du nicht, dass du Christ bist? Also Bruder, ich sage, dass ich aber innerlich bin ich. Obwohl ich, ich sage, ich bin Moslem, aber ich bin kein Moslem innerlich. Er sagt, ich mag die Christen mehr wie die Muslime. Er und seine Frau. 90% von dieser Stadt haben wir das verlassen. Ich kenne wirklich jetzt, ich habe diese Nachbar, ich kenne noch so viele durch die Arbeit und so viele die Kurden aus Karmischloh, Derike und so, die Ecke, wo die herkommen. So viele haben das verlassen. Wirklich, ich übertreibe es nicht, weil die sagen, wer lesen, schreiben kann, das ist eine Qual ist das. Sogar die Frauen, die gekommen sind, weg, die leben ihr Leben. Die haben christliche Kinder, die ihren Namen, also christlichen Namen, den sie gegeben haben. Ich kann auf eine Familie, Robert Dino, so was, alle haben Fußballspieler. Die ganze Familie, hat auch drei Sohne. Und deswegen, wie der Bruder Babu sagt, so sind die vielleicht vom Aussehen, aber innerlich verlassen die innerlich so viel den Islam. Das ist Hammer, das ist jetzt kein Mundpropaganda, das ist die Wahrheit, Leute. Wenn man mit vielen Menschen zu tun hat, die aus dem Aussehen kommen, das ist die Realität, ist das so. Halleluja, sage ich. Ich hoffe, dass die Muslimen, die nicht kapieren wollen, die sind Türken und Albaner. Weil die keine Muslimen sind, die kann ich nicht lesen, die kann ich nicht lesen, die kann ich nicht richtig lesen. Bruder, grüß dich, Bruder. Ich dachte gerade, dreimal Gottes Segen gesagt, nichts kam zurück. Ich dachte, mein Mikrofon ist kaputt oder so. Wir haben dich gar nicht gehört, Bruder, Gottes Segen, Schech. Das Segen, Bruder, ich war lange nicht mehr da. Ich dachte, ich sage mal, Halleluja. Oh, ihr nehmt ihr so voll. Nehmt ihr so voll. Sie haben nicht so vermittelt, ja. Grüße euch, Bruder. Hallo zusammen. Hey. Babu, was ich dir noch sagen wollte, ich komme meistens mit anderen Bildern an, weil ich mache andere Bildern, damit ich bei anderen reingehen kann. Verstehst du, was du meine? Ich habe jetzt mit anderen Bildern bei dir gewesen, du hast mich nicht reingelassen. Ich habe viel versucht. Auch hier, das ist anscheinend, ich habe mich nicht erkannt, wo das ist. Sorry, ich war zu eins, ich gehe zu eins. Ja, weil mit diesem Bild, wenn ich da hingehe, die lehnen mich immer ab. Ja, weil manchmal die kommen und die sagen mir, die machen so christliche Namen, kommen oben und beleidigen, einfach um den Stream zu... Ja, ich mache immer ein Bild von diesen Leuten dran, damit ich da hingehe und erzähle, was ich weiß, damit die kapieren vielleicht. Aber mit anderen Bildern gehe ich rein, mit diesem Bild von Netanjau, die hassen Netanjau. Mal, sollen sie lieben oder was? Ja, Bruder, ich versuche da rein zu gehen. Babu, letzte zwei Tage, ich war selten online. Ich war auch selten online in letzter Zeit. Wir werden immer mehr... Doktor, du hast so viele Akkons, warum bist du denn, bist du auf alle gesperrt oder warst du jetzt nur auf der Hauptkont gesperrt? Nein, Bruder, ich tue jetzt meinen Akkons hier richtig pushen, den wo ich, ähm, äh, Doktor Shake 12, äh, ich tue den richtig pushen gerade. Ja, ja. Ja, einer muss immer aktiv bleiben, du hast ja so viele, weil die kommen immer wieder, die versuchen nicht immer zu sperren, Bruder. Äh, keine, nein. Aber du zeigst so viele... Oah, uah, 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 uah. Der andere Akkons hat 18.500 Follower. Und ich schaue, dass ich den Akkons weiterpuche. und dann schaue ich dass ich da keine meldungen mehr bekommen dann kann ich dinge live studio verwenden was wir brauchen dich oder ich versuche ein bisschen weniger ich lasse mich jetzt nicht mehr so von diesen affen triggern so weiß ich mache das dauert meine accounts gesperrt gesperrt diesmal mache ich richtig schön bis 30.000 follower pushen und danach push ich richtig von hinten rein ja die netz auf richtige weg bruder ich komme von leute macht super arbeit ich also ich feiere seine arbeit das ist der macht so viel mit wieder investiert so viel zeit so viel kraft vor allem so viel wissen hat eine leute also immer doktor dranbleiben immer schön like die nun immer schön folgen supermann mein neuer account ist dieser ab die ab die gutes sage sagen was ist das ab die ab die er hat ja doch allerdings hier drin das ist mein account leute wenn ihr wollt könnt ihr den folgen das ist der mit 18.500 follower ich push nur noch den einigen eine mir sagen was hat mohammed für menschen gut getan also gute sache nicht schlechte sache jetzt irgendeine sache muss doch doch gut gemacht haben ihr Der Vettel Mohammed war doch 60 Jahre am Leben. Und ich würde gerne wissen, eine gute Sache von Ihnen. Ich weiß eine gute Sache. Er ist gestorben. Nein, ehrlich. Ihr müsst doch irgendwo, weißt du, und irgendeine Schlacht und irgendein Ort, ihr müsst doch eine gute Sache dahin gelegt haben, die ich nie kenne. Ich habe das in Monaten versucht. Ich habe nie gefunden, dass sie irgendwo einen guten Ruf verlassen. Kamiluri? Oder der hat eine Sache gut gemacht, für die Leute, die ein bisschen dumm waren. Er hat gesagt, die haben seine Sachen gewaschen und die Sachen, das Dreckwasser, haben die an den Leuten gegeben und die Leute haben davon getrunken. Ja, ja, ich kenne die Sachen. Er hat sich gewaschen, seine Sachen, seine Schuhe, quasi in so einen Gallon, in so einen Kanister. Und dieses dreckige Wasser, die Leute, die Hadith-Pilote, die haben sich darum gekämpft. Die haben gekämpft, dass sie dieses Wasser trinken. Kannst du diese Hadith-Pilote, die hat eine Hadith-Pilote, eine Hadith-Pilote, mit Hund, Hund? Oh. Bruder, der ist von Zelt zu Zelt zu Frauen gegangen, ne, am Nacht, der hat sich so verschleicht. Ja. Die Hunde haben immer Frauen beobachtet, welche hübsche Frau hat er gesagt, du bist heute dran, so. Und dein Mann kann nicht sagen, weil ich so geil bin und ich komme von Allah. Egal, was hat er gemacht, hat er gesagt, Allah hat mir befohlen. Ja. Er hat Frauen genommen, immer welche hübsche Frau von ganzen Gegenden genommen und hat gesagt, ja, Allah hat mir gefohlen. Kann ich nichts sagen. Und das ist Geschenke Gottes, kann ich auch ablehnen. Und wo er unterwegs war, laut Hadith, er hat mit so vielen Frauen in einer Nacht gemacht, ohne sich zu waschen. Ja. Ohne sich zu waschen, hat er mit mehreren... Der Hadith sagt, Bruder, der Arzt gewaschen. Er hat sich einmal gewaschen. Nein, sein Mal war kaputt geworden, seine Haut war krankenheit und dann hat er gesagt, die müssen beten und waschen, das hat er gesagt. Und nach dieser Hautkrankenheit. Bruder, ich würde nicht sagen, was du willst. Er hat sich einmal gewaschen. Er hat sich, dieser Mann ist nicht an normalen Tod gegangen, also nicht an diese, was die da erzählen, der ist bestimmt an Aids gestorben oder so, 100% mal. Wenn er so viele Frauen hatte, er ist an eine schlimme Krankheit gestorben, der Typ. Der ist elend verstorben. Oh Bruder, du hast mir zugehört. Ich weiß nicht, also es kann nicht sein, wenn er so viele Menschen hat, Bruder, der ist 100% an Sybilisten oder irgendwie an so eine komische Krankheit. Ja, das habe ich doch gemacht in einem Ding, Mohammed der Superspreader, habe ich doch eine Abteilung geschrieben. Weil es kann nicht sein, dass du mit so vielen Frauen SEX hast und dass du keine Geschlechtskrankheiten hast. Das geht nicht. Ich war noch nicht fertig. Und dann, wo Hunde haben gebildet und die haben Mohammed gesehen, der hat gesagt, Gott hat zu mir gesagt, verfluchte die Hunde. Die schwarzen Hunde. Ich kann nicht den Fallen. Wirklich? Er hat gesagt, Gott verfluchte alle Hunde, wir brauchen keine Hunde mehr. Er war selber nachts von Silz und Andres Silz gegangen zum Frauen. Und jetzt fischst du davon, weil jeder früher hat eine Wachhunde. Ja, ja, ja. Babu, ich bin jetzt erstmal raus. Ich bin natürlich allen Gottes Segen. Ich komme heute Abend nochmal dazu. Ja, wir hören später, Bruder. Bis später, Bruder. Ja, Allah sei mir, Bruder. Die sagen uns, Allah musste intervenieren, Allah musste unbedingt reden. Immer Allah. Guck mal, immer Allah. MashaAllah, Abdullah und diese Mist. Ich kann nicht mehr hören, ne. Die sagen uns, Allah musste unbedingt einen Prophet schicken. Allah hat zu mir gesagt, du gehst bei Bürgermeister und tragst dein Name. Allah hat zu mir gesagt. Und welche hübschen Frauen heute Nacht, jede Woche nimmst du eine neue. Ich weiß nicht, Allah hat zu mir gesagt, du heißt Mohammed und das ist deine Aufgabe. Also ich gehe heute zum Bürgermeister, ich trage meinen Namen da und Bürgermeister soll für mich also wählen, wo ich diese Wochenende hin. Weil Allah zu mir sagt. Und was Allah sagt, darf man, was Allah sagt, darf man nicht. Er war ja quasi sein Tor, der war immer nie mit ihm. Ich will eine Sache verstehen, ich will eine Sache verstehen, Leute. Warum fragen sie nicht ihre Imame, wenn die denen sagen, es gibt viele Beweise, warum fragen sie nicht mindestens nach einem Beweis, um es einfach dabei zu haben. Aber was hast du dir erzählt, Imame schmeißen, sobald sie sowas fragen, Imame schmeißen diese Leute raus. Ich habe die Frage gestellt und die haben mich rausgeschmissen. Der Imam hat gesagt, du gehörst nicht hier hin, du bist unglaublich raus. Weil die wissen ganz genau, wenn diese Wahrheit rausgeht, dann können die kein Geld mehr verdienen. Das ist das Ziel von Imamen. Deswegen kommen sie auch nicht hier bei mir, diese Hamdi und diese ganzen. Die machen hier damit Geld. Und du hast das Beweis? Nein. Die kommen hier hin. Die kommen hier hin. Nur Mohammed hat, wurde bei Israelis gegangen. Al-Qaddis, Medina, Makao, Medina. Er ist in Medina gegangen und der hat gesagt, du bist auf deiner Religion, ich bleibe auf meiner Religion und gut ist. Und diese beiden Sätze, die benutzen, wenn die hier hin kommen als erstes, benutzen die beiden Sätze. Ja, 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 richtig. So. Und dann, du legst Beweise, eine nach dem anderen. Bitte schon. Jetzt, die haben nichts zu sagen. Was machen? Die fangen an zu beleidigen und hauen die ab. Und wenn die diese Fragen zum Khosja stehlen oder Imam, so. Dann imam sagt, du unglaublich, hau ab raus, du bist kein Muslim, du darfst nicht hier hin kommen. Weil er versaut Geschäfte von Imam. Das ist das. Ich habe doch selber Fragen gestellt bei Imam. So in Khosja Moschi. Leute, Gottes Segen erstmal. Und ich habe eine Frage zu euch, weil ich habe gestern was gehört, irgendwo im Internet, dass der Prinz von Jordanien oder sowas, das ist das Blut, kann man sagen, dieser ganzen Nachfahren von Mohammed, oder? Stimmt das? Naja, aber müsste man. In Jordanien steht noch eine mit Blut, sowas, also weißt du von der Blutlänge, also von Mohammed Familie, das ist die einzige jetzt, letzte. Nein, der König von Marokko auch. Man sagt es, weil der Mann so... Das ist Erbe. Und zweite Sache. Zweite Sache. Der ist ein richtig weißer Typ, deswegen man sagt, der Mohammed soll so richtig weiß gewesen sein und der Mann auch richtig weiß gewesen. Freunde, er hat mir Ex-Muslim eine Einladung geschickt. Soll ich mit ihm live gehen, zusammen? Natürlich gehst du live. Der Bruder ist ein guter Bruder. Ja, natürlich gehen wir. Ist das okay? Ja, alles gut. Ich guck mal, wenn er annimmt, sonst kommt wieder zurück, weil er hat mir gerade eine Anfrage geschickt. Ich guck, wenn er annimmt, sonst hol ich euch wieder hoch, ja? Danke. Ja. Der König von Marokko auch sagte, dass er von von Propheten stammte. Ich versuch, wenn er jetzt annimmt, dann gut. Ich hoche rein. Herr Audi. Ich hole deinen Freund. Ja, ich höre dich. Wie geht's dir? Gott segne dich und deine Familie. Danke, gut und dir? Gott sich gut. Alles bestätig. Ja, danke schön. Mir geht es gut. Alles bestätig. Immer noch am kämpfen. Es gibt niemals einen die Mail von Art kung an. ich habe gerade wieder muslim gesagt es gibt viele beweise im koran gibt mir einen beweis eine wissenschaftliche beweis und dann hat der keil gefunden ich habe dir warum frägt ihr eure imame nicht wenn die euch sagen wir haben viele beweise dann fragen doch wenigstens nach einem beweis und bringt es uns mal man kann doch nicht alles schlucken ohne ich habe ein bisschen ich habe einen wissenschaftlichen beweis aus der koran suche 36 38 die sonne umkreist die erde so das ist eine von den einzigen also wenige verse hat moment erklärt und das ist eine von den versen wo man mit selbst erklärt hat was es ist gesagt die sonne geht unter den füßen von allah und wartet bis er ihr glaubt ist am nächsten tag wieder hoch zu gehen ja das stimmt ja genau und dann die sonne werft sich nieder vor allahs thron sie wusste nicht dass sie einfach nur in amerika ist sagte mir eisenschmelzen ich habe eisenschmelzen habe ich doch noch nie gelesen im koral ja also wie viel grad schmerzt eisen ich habe ich habe den ganzen die ganze suche gelesen vor ihm da gab nichts dann sollte er auf einmal beten gehen und ist dann unten geblieben hat dann einfach weiter die ausleger sagen dass der dass der dass die erde von einem wahl auf dem rücken eines wahls getragen wird deswegen passieren auch die erdweben wenn der wahl sich bewegt passieren auch die erdweben ja ja kenne ich wahl sind also ich weiß nicht warum die deren imam nicht fragen kommen wir wollen etwas beweisen ohne beweis ich habe das kannst du mir noch nicht sagen sogar die koran selbst sagt die ja wenn man eine mehr endung sie da er jetzt in der wahl und das was uns davon abgehalten hat unsere wunde zu zeigen ist dass eure vorfahren nicht daran geglaubt haben das war einfach eine ausrede weil ein nichts beweisen könnte so sieht es aus der mohammed kam in bedrängnis die leute haben ihn da bedrängt und gesagt ja wenn du ein prophet bist dann zeig doch mal wunder so wie die anderen wunder getan haben und dann sagt der mohammed ja durch den Allah der dann kam mit seinem engel gibril ja die leute waren schon vor euch mit zeichen da und die haben gesagt töte uns das doch den himmel fallen ne schick uns eine krankheit egal was wir wollen sterben zeig doch dein gott aber weißt du wie 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 gefährlich das ist wenn die ihm sagen ja töte uns dann dein Allah die soll uns vernichten die haben ihre haus gefordert und hat trotzdem nichts gemacht 13 jahre lang hat er gebildt keiner ist ihm gefolgt 13 jahre 60 leute da sind nicht mal fünf leute pro jahr hey der kann keine gute marketing machen ja bis 6 kam dann sein marketing mit 6 ja und nur arme leute waren mit ihm also nur die penner der schild die mädchen sagt er in dem koran also nur die penner sind dir gefolgt die nennen ihm doch selbst ja die nennen ihm doch selbst im koran kezabu eschir keine arrogante lügner die nennen ihn verrückt die nennen ihn magie oder hexer und du wirst mir sagen dass die beweise im koran die beweise im koran sagen dass die ihm nicht geglaubt haben also nicht dass sie ihn geglaubt haben so das gegenteil es heißt immer ich bin eine doppelagent ich bin aber was weiß ich habe keine ahnung ich bin aramea ich bin christliche ägypter also ich bin kein araber keine ahnung ich versuche mich einfach zu diskreditieren ich habe gesagt und wenn es so ist warum kommen eure imand nicht warum kommen die alle nicht haben die alle gesagt kommt wir gehen in einen anderen stream wir machen timer ich rede nicht mit denen jeder nimmt seine fünf minuten gibt seine beweise oder seine argumente und punkt warum trauen sie sich nicht weil die angst haben für geld weil du arabisch kannst aber ich kann es auch weil sie wissen dass die lügen und die machen das nur für geld die glauben selbst nicht an diese religion diese ganzen imame und da glaubst du wirklich wenn die das studiert haben würden sie noch an so einen mist glauben glaube ich nicht ich habe mir schon geguckt so in der art wie sie debattieren versuchen einfach leute zu tricksen man merkt dass sie schon wissen dass einfach ein witz essen die profitieren einfach davon die leben einfach davon wenn es ja egal ob die leute sich in die luft springen ob die leute dafür sterben dass den denn alles egal warum gehen die nicht selbst in den dschihad warum gehen sie nicht als erste um die zu machen warum wenn es doch das beste ist in den islam warum schickt ihr nur die jungs warum gehen nicht selbst überzeugt die sind nicht davon überzeugt die wollen wir die die güter haben und die anderen in den tod schicken das ist was ja geht die welt finde die welt sterbende ich habe das woher willst du wissen dass du allah findest wenn du stehst wie willst du es wissen wenn du dir nicht sicher bist du verhungerst einen monat und verdurzt jetzt einen monat ganzen ramadan und bist dir nicht mal sicher hast dich mein beweis dass ein allah war ist also ist das ist das noch zu glauben ich würde nicht verhungern einen monat obwohl ich keinen beweis habe einfach nur so weil mein imam erzählt hat wir sollen dir selbst beweise geben ja genau also alle wissenschaftlichen wunder kein wissenschaftliches wunder im koran er war nie ein prophet diese religion islam alles alles eine lüge also was hält dich noch im islam drinnen was ja was hält dich noch im islam drinnen ich verstehe das nicht ich verstehe was die muslimen noch im islam die denken so dass sie etwas ganz besonderes sind wenn sie zum islam gehören das ist das heftige genau eine identitätsstörung haben sie eine identität für sie ist islam identität das ist ein problem sie können sich davon nicht befreien leider dumm einfach dumm einfach obwohl du ihnen alles zeigst du sagst ihm ey es kann doch nicht sein dass ein 54 50 jähriger mann mit einem neunjährigen kind schläft das passt nicht das kann nicht sein das war auch damals nicht normal man ja und ich sagte mal mein vorbild sei der sollte sich geben weil er so ein typ folgt warum sogar er hat diese moment überhaupt gebracht was hat er überhaupt korrigiert was haben diese menschen falsch gemacht seine meinung nach er hat doch alles gemacht hat alles legalisiert was sie gemacht haben der sogar die schönsten sachen die ein bisschen moral was sie hatten zum beispiel dieser hadith was ich gerade hier gepostet habe vorhin das redet über den krieg von bernul mustalli das ist ein krieg die haben da frauen erbeutet und die wollten dann verhüten die wollten die frauen nicht schwängern und die haben dann mohamed gesagt wenn ich denke sie einfach wenn alle will dass kinder kommen die werden kommen so oder so also die hatten mehr moral und ethik wie mohamed selbst diese leute die haben ihn gar nicht gebraucht ohne ihn werden sie viel besser sie haben auch für verheiratet frauen nicht angefasst die werden ohne ihn besser die haben menschen adoptiert also du kommst mir das schweinfleisch und alkohol zu verbieten und glücksspiele und erlaubst mir den ganzen anderen müll du musst die muslime regen sich immer auf über mein titel wenn ich schreibe jesus ist gott allah ist satan dabei wissen sie nicht dass aller wirklich von sich selbst aussagen dass er satan ist im koran sehr oft sehr oft hat er die gleichen eigenschaften wie der teufel sie müssen nur zwei dinge beachten das ist einmal zu der almeida ayah 40 aber ich habe eine verstoßerwarnung bekommen ja leider bruder ich muss raus gehen ich komme gleich von der teufel alles gut wurde ok ja die sind schon schlimm die haben gemeldet die Leute sieht ihr krank einfach krank einfach ich habe keinen verstoß nein leute er hatte obwohl ich mehr ich habe mehr schlimme sachen gesagt wurde nicht und er wurde ja das ist immer bei ihm so ja leider 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 das ist deren eigene möglichkeit zu kämpfen oder eine sekunde wurde weil der kommt jetzt zurück der geht gleich schleifen dann kommt er zurück ich nehme euch danach weil sonst kann ich nicht mit ihm reden wenn ihr da seid da oben ja ja ich komme gleich wieder deswegen nehme ich keine erst mal keine anfragen ja ja der sagt ja auch im koran wenn wir eine eine stadt oder ein dorf vernichten wollen befehlen wir die leute die reichen leute zu verfehlen und dann verfehlen sie damit wir sie auch bestrafen können und dann vernichten wir sie komplett also das ist ja einen satan meiner meinung nach welche normale warum sollte ein gott einfach in einem dorf der in ruhe lebt einfach vernichten wollen warum ich meine die leute haben normal gelebt die haben nichts gemacht keine nicht nicht gesündigt und du befest denen dass die sündigen also indirekt macht bringt er sie dazu zu sündigen damit er sie bestraft die und die ganze gleich die ganze stadt nicht nur die leute die dann gesündigt haben so wie fair ist das wer weiß nicht wie meint ihr weiß der nicht ich danke freude für die herzen danke und willkommen wer weiß was ich habe bestimmt einfach vip status bei wo einfach vip status ohne verstoß ich habe die ich musste auch aufpassen oder vielleicht verstehen sie mich nicht wegen meine dings meinen akzent die verstehen ich dass ich sage richtig hört sich nicht so richtig deutsch danke 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 was wenn man auch reise angeht ja ja natürlich es gibt doch den ding den hadith dazu kann ich euch gerne nennen wartet freunde danke 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 für die herzen das bekomme ich nicht von den muslimen die würden mir am liebsten eine bombe schicken wo ist das warte 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 ok ich wollte euch den anderen hadith zeigen letztens so gut ich habe jetzt ich habe jetzt den hadith wieder im kopf wo ist das wie hieß nochmal den hadith ich würde euch jetzt zeigen das was der junge vorhin gesagt hat dass wenn mohammed eine frau gefallen hat dass er sie für sich haben wollte also der ist wieder live aber ich warte wenn er eine anfrage schickt okay ich schicke ihn keine anfrage vielleicht hat er auch leute die bei ihm hoch wollen ich will ihn auch nicht stören leute ich suche euch gerade den hadith freunde warte ich suche euch gerade den hadith freunde warte äh äh von bernukuray da wolltest du warte den zeige ich auch aber ich will einen anderen ja die war von den sklaven von bernukuray da die jungen hier erzählt und die haben dann geguckt wer schamhaare hatte wurde geschlachtet und wer kein noch keine schamhaare hatte wurde nicht umgebracht und wurde dann versklavt ich will euch zeige ich habe auch den hadith letztens gefunden wo die leute von serbia autos zurückkamen die wollten ihre frauen und so wo sie von den muslimen vergewaltigt wurden ja 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 und hier nochmal sahih abidawood 4404 und 4405 sahih abidawood 4404 und 4405 ist das hier leute auch ein anderer buchari 31 ist das ja 31 44 könnt ihr euch auch angucken ihr kommt leute wieder hoch kommt wieder ich bin gerade reingekommen ich habe das erste wort was ich wollte nur das eine von euch ein hadith bei sich bei ihm zeigt was für ein hadith wurde in welcher richtung buchari 31 44 welcher nummer würde ich habe 31 44 ein fünftel der kriegsbeutel muhammad ich habe geschworen während der islamischen zeit also kurz einen tag lang einen tag lang die kraft zu begehen der prophet polis bioponin befahl ihm sein gelübte zu erfüllen umar gewinnen zwei weibliche gefangene aus dem christ gefangenen von hunain und ließ sie in einigen häusern in mekka zurück als allahs gesandter polis bioponin die gefangenen von hunain ohne lösegeld befreite gingen sie auf die straße umar sagte zu seinem sohn o abdulla schau was los ist abdulla antwortete der gesandter allahs polis bioponin hat die gefangenen ohne lösegeld befreit sagte zu ihm geh und befreie diese beide sklaven in nafi fügte hinzu allahs apostel führte die umgabe nicht durch nicht von algerana aus durch und wenn er die umgabe durchgeführt hätte werden sie abdulla nicht verborgen geblieben das ist das sind hier die die frauen von den männern die versklavt wurden und dafür gewaltigt wurden die männer wollten sie zurückhaben der hat sie dann gesagt entweder nehmt ihr eure geld oder eure frauen die haben sich dafür ihre frau und ihre kinder halt entschieden und haben den islam angenommen 25 42 auch wieder für sklaverung hatte gutes segen bruder habe ich gestehen zu dem bruder warte ganz kurz sagen wir sagen 25 25 42 25 42 ich hole alle hadith jetzt raus leute und fragten ihn nach coitus interruptus aber seit sagte wir gingen mit allahs apostel in die ras war von banyal mustadik und nahmen einige der araber als gefangene gefangen und die bleibt lange trennung von unseren frauen drückte uns hart und wir wollten coitus interruptus praktizieren wir fragten den gesandten allahs polis bioponim ob es erlaubt sei er sagte es ist besser für dich dies nicht zu tun keine seele die allah hat ist dazu bestimmt bis zum tag der auferstehung zu existieren wird aber mit sicherheit ins dasein kommen die wollten verhüten ja sagte mir nicht wenn geht sie ruhig ich will ja nicht sagen dass meine obwohl dieser account ist egal bei der anderen da kommt bin ich vorsichtiger guck mal was für schmutzige sachen sie in einem angeblichen heiligen buch wie können sich so in einem angeblich heiligen buch wie kann sich so schmutziges dort drin befinden so schmutzig ich will dir ein anderer zeigen ich suche gerade den hadith den sie zeigen wollte ich sehe alles schwarz, ich komme wieder, warte ich schwarz, ah ja, vom Bild, ich sehe nichts, warte ich, dann komme ich gerade das ist es, Bruder hey, Otto, hey, Bruder ja, also, wieder locker, hallo, wieder locker, willkommen ja, also, was ich wollte, nur die ganze Zeit sage, Leute, Beispiel, Beispiel sage ich wir lesen Bibel, ja, okay, und wenn du irgendwo Fragen hast, oder sowas, verstehst du nicht du gehst zum Pfarrer, oder egal, zu jemanden, fragst du ihm, der versucht dir das zu erklären, oder sowas, dass ich so das verstehe, oder du musst das so, und guck mal, was da im Koran sie sagen, du darfst nicht fragen, du musst auf alles glauben, und wenn du dann bei jemandem, wo du sagst, du willst ihm fragen, der schiebt dich sofort weg, als Murat, oder weiß ich nicht, wie die da heißen, also als Ungläubige, du verpissst dich von mir, oder sowas, was ist es da, Leute, dann, da müssen die selber, die Leute schon nachdenken, wenn ich verstehe den Koran nicht, da gehe ich zu den Gelernten, und fragen, bitte erzähl mir das, und wenn der weiß, dass das hier Unwahrheit ist, der wollte dir das nicht sagen, weil der verdient vieles Geld, oder so, und der schmeißt dich weg, als Ungläubige, also Leute, da muss man kommen, 923, 923, 923, es ist das, wo Ali die Leute anfängt, warte, gut, etwas Eigentum, oder etwas wurde dem Gesandten Allahs Polisbioponin gebracht, und er verteilte es, er gab es einigen Männern etwas, und ignorierten die anderen, später erhielt er die Nachricht, dass er von denen, die er ignoriert hatte, ermahnt worden war, also verherrlichte er und lobte Allah, und sagte, Amma Badu, bei Allah, ich kann einen Mann neben einem anderen ignorieren, obwohl derjenige, den ich ignoriere, mir lieber ist, als der, dem ich gebe, aber ich gebe, manche Menschen, haben das Gefühl, dass sie keine Geduld und keine Zufriedenheit in ihrem Herzen haben, und ich lasse diejenigen, die geduldig und selbstzufrieden sind, mit der Güte und dem Reichtum zurück, die Allah in ihre Herzen gelegt hat, und Amr bin Talib ist einer von ihnen, Amr fügte hinzu, bei Allah, diese Worte des Apostel Allahs sind mir lieber, als die besten roten Kamele. Hast du verstanden, der hat dir manche gegen Sklaven gegeben, manche nicht, und manche haben gesagt, warum hast du uns nichts gegeben? Er sagte, ja, für die, die ich nichts gebe, sind mir lieber, als für sie, die ich gebe. Der hat sich verarscht. Wer? Der hat sich verarscht wegen Sklaven. Es ging nur um Besitztum. Er ist ein König gewesen, er war kein Prophet, er war ein König. Er hatte sich den anderen Hadith, wo Mohammed eine Sklaven sagte, und der Typ sagte, gib sie mir, die sieht gut aus. Guck mal, wo er gegen die Römer, gegen die gelben Frauen, gegen die gelben Frauen kämpfte, in Surah 949, wo er die Dinge, der eine Mann will nicht kämpfen. Oh Allah, bitte lass mich zurück, du weißt, ich verliebe mich schnell in Frauen. Lass mich bitte zurück, versuche mich nicht mit schönen Frauen. Und dann sagt Mohammed zu ihm, du bist ein Heuchler, weil du nicht mit mir gehst und Krieg führst. Die Katastrophe. Oh, lieber Amir ist wieder da, lass mich mal hoch. Wer? Lieb Amir, der Libanese, der den Kurs für authentisch oder nicht authentisch gehalten hat. Schick ihn an Frage. Ich habe diese Rechte nicht mit diesem Account, Bruder. Hä? Sie sollten Anfrage schicken. Schick Anfrage. Mach, mach, vielleicht sind zu viele drin, ich geh runter. Schick. Nein, nein, alles gut. Ich hab acht bis acht. Nein, alles gut. Vielleicht traut er sich nicht, weil so viele hier oben sind vielleicht, deswegen. Deswegen sag ich ja, ich geh besser runter, vielleicht ein bisschen besser dann für ihn. Ja, geh mal auch runter, da kann er in Ruhe mit dir sprechen. Wir sind hier unten, wenn was ist, dann komm jemand noch. Und wieder, ich wollte mit meinem Bruder grüßen erstmal wieder, Luca. Wie geht's dir mal lieber? Hallo, Bruder. Mir geht's gut, Bruder. Man lebt. Ja, schön. Das ist gut. Das ist gut. Das wird's schon. Man lebt. Ich hab' dir gestern geschrieben, dass ich mich wirklich vermisst habe. Ohne ihn geht's nicht. Die Legende muss wieder zurück. Ich hab' deine Stimme und deinen Akzent vermisst, ja. In letzter Zeit sind ein paar Sachen passiert so, aber Tiktok, Bruder, Gäste, ich komm' zu einem, hey, so ein Atheist, Bruder, und erzählt einfach, ja, wenn ein Kind vergewaltig wird, egal. Ich habe überlegt, ich bin ein falscher Film. Und die Leute, hey, mein Gott, ey. Warte mal ab, die werden immer noch verrückter. Es ist schlimmer geworden, Bruder. In diesem Monat sind die so, irgendwie, die drehen ganz durch. Die geben dir alles zu. Die wollen alles mitmachen, was Hamad gemacht hat. Die legalisieren alles. Oder die drinnen richtig durch. Ich verstehe das nicht. Was brauchen die Menschen? Ich habe noch gesagt, weißt du, ey, in letzter Zeit, weißt du, hat mein Herz so geweint. So viele Leute haben sich bei mir gemeldet und erklärt. Die schlimmste Sache, Bruder. Ich habe mir gedacht, ich verliere meinen Glaube, wirklich. Ich habe überlegt, es ist so viel Schlechtes auf dieser Welt. Und noch mehr und noch mehr. Und dann kommt der Typ und sagt einfach, ja, wenn ein Kind vergewaltigt wird. Egal und so, weißt du. Ey, was für eine Welt leben wir, Mann. Katastrophe, Mann. Hammer. Hammer. Schlimm, Mann. Schlimm. Ja. Und ich bin noch da und spreche noch mit diesen Leuten. Hey, ich denke, immer wird löstig. Doch aber ich kann nicht. 39 Tage muss ich immer warten. Ei, 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 ei. Katastrophe. Was sind die Muslime? Da, wo ihr gesagt habt. Okay, schnell. Aber wo ist sie jetzt? Ich mache ein Screenshot, damit ich nicht mehr verliere. Ich werde mich langsam aufmösen. Also, wo er die Sklavin gesehen hat von einem anderen Typen und sagt sie mir, sie gefällt mir, gib sie mir. Der wollte sie nicht geben. Und er kam am nächsten Tag und sagte sie mir. Gib sie mir. Ja, Allah. Um es Allah-Namen und so. Und sie sagte, okay, ich gebe sie dir. Der hat sie nicht in Ruhe, dass du bist, er seine Sklavi-Lüge hat. Nicht nur er, Frau, aber Sklavi, das andere wollte er haben. Er war gierig, er wollte alles für sich haben. Ja, und er hat wahrscheinlich eine Sammlung gehabt von Frauen. Ja, ja. So, so katalogmäßig, so weißt du. Schwarz, Weit, dick, dünn. Ja, das ist mal. Schwarz, schwarz. Schwarz, schwarz. Schwarz, schwarz, schwarz. Ja, Schwarz. Und wahr die Augen, weil sie nicht so sind, oder sie nicht so sind, denn ich nicht so´w Sport, sie muessen. Doch, ich weiß das nicht. Ich verstehe doch, Herr. Um, ja, hier werden die Begleck der Flieck, ja. Die trafen uns nachherauschen, in der Augen, in der Augen, in der Augen, in der Augen. Du kannst doch mit ihm hier reden, warum? Kannst du nicht argumentieren hier? Kannst du nur vor Gesicht argumentieren oder wie? Kannst du auch hier argumentieren oder wirst du nicht argumentieren? Auge, Auge und Zahn und Zahn will er vielleicht, er will Rache Ach so, also hat er keine Argumente, also er hat keine Argumente, der will seine Hand benutzen, weil er keine Argumente hat Der Bruder liegt noch im Alten Testament, mit einem alten bunten Auge um Auge, Zahn um Zahn Genau, genau, er will Rache Er ist sogar Libanese, wir können auch auf Arabisch reden, wenn du möchtest, Babu kann Arabisch, ich kann Arabisch, Jakobus kann Arabisch, wieder Loka kann Arabisch sogar Das ist kein Argument, wenn er sowas sagt Ich kann nur Je Elbi Anabahabek Kifek, achuje Kifek Kifek, genau, so Da paar Worte, so, da und dort Was heißt Mutawafaka? Das kannst du sehr gut erklären Ja, aber das bedeutet, ich werde dich sterben lassen, oder? Plus, minus, so Ja, versterben Sterben lassen, tot Ja, ich weiss noch, wo ich hier allein war, mit den Muslimen, weisst du Jetzt ist cool, weisst du, jetzt sind viele Arabisch Sprechende hier, jetzt haben sie noch mehr Angst, Bruder Ist dir mal aufgefallen, bei den islamischen Da'wahs, die gehen nicht mehr auf das Neue Testament, sondern auf das Alte, ist dir schon aufgefallen? Ja, Bruder, die sind, wie sagt man, frustriert, sag ich einmal so, weisst du? Ja, ich lese gerne die Bibel, aber ich kann 1. Samuel 15 nicht mehr hören Ja, da können wir alle auswendig, oder? Wege die Muslimen Danke, die Muslimen können wir die Bibel, da viele Ställe auswendige Hundertmal kommen sie am Tag Die wir gar nicht kennen die Quelle, die Kommune und neue Quelle Ja, sie kommen immer, 1. Samuel 15 1. Samuel 15, immer wieder, Bruder Nein, einfach nicht normal, nein Bruder, die sind wirklich, um alles umzudrehen, die sind Weltmeister Keiner kann so wie die In Surah 2, Vers 28 werden die Amalekita auch erwähnt, dass Gott sie bestraft hat und dass Allah auf der Seite der Juden war oder die Israelis, die gegen Amalekita gekämpft haben Weisst du, wo die Juden sagen, geh du und deinen Gott und bekämpfe sie und sie kommen, weisst du den Vers? Genau, 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 damit sind ja die Amalekita gemeint, die schießen sich selber ins Bein, wenn sie sagen, ja im Christentum, aber Allah bestätigt das In Surah 2, Vers 28, glaube ich Ich kenne doch keine Nummern, ich habe mir jetzt nur gedacht, wo steht das in den Koran und dann ist mir den Vers aufgefahren Ah, Asura Zahara, glaube ich Ja, ich kenne keine Nummer, ja Ja, Surah 7 auch eigentlich, denke ich Hallo, Son of Byzantion, hi Gottes Segen, Brüder Gottes Segen, Brüder Gottes Segen, Brüder Hallo Wie geht's euch? Vielen Dank, danke, mein Bruder, danke schön, wie geht's dir? Bestens, danke selbst Ja, gut soweit Freut mich, dass es euch gut geht Aber, warum redet ihr alle Arabi? Ihr seid Araber oder? Wir sind Christen, aber wir können mehrere Sprachen, so müsst ihr das vorstellen Außer, außer Babu ist Ex-Muslim und Agnostiker jetzt, aber eben auch Marokkaner, deswegen beherrscht er die arabische Sprache Oh, Babu kann sogar sie, der kann sogar sieben Sprachen oder acht Sprachen, glaube ich Ja, Babu? Ja, sie Was kannst du denn, Babu? Arabisch, Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch, Deutsch, ein bisschen Rumänisch Wow, wie kommst du auf, also Italienisch kann ich verstehen und Spanisch, aber, aber Rumänisch, wie kommst du denn auf die Sprache? Ist auch gar nicht, ist nicht so sehr, ja, ich hab immer, rumänische Musik hat mir immer gefallen und so, dann hab ich abgelehnt Aber ich verstehe quasi alles auf Rumänisch Ja, ja, kann auch reden, ich hab letztens auch mit einem Bruder hier in Rumänen, der ist, glaube ich, Toni, oder so geredet auf Rumänisch Weil das italienische und rumänische Sprache, das nennt sich die romanische Sprache Und das ist ja so entdeckt fast, ne? Du sprach Italienisch, frate? Bist du denn, Fils, Fils? Fils, 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 Fils E te, ma tu non sei italiano? Io parlo un poco italiano Ma dove hai imparato? Perché mio amico al lavoro, parlare un poco italiano Oh, che capisco Io parlo l'italiano bene Grazie, bello Un piacere Bravissime, bravissime, parlamo in Italien. Cefac, Cefac, Peki, Cefac. Cefac auf europäischem Cefac. Sunt bine, multumesc. Situ? Also gar nicht italienisch, gar nicht. Ey, ich kann aber auch Marokkanisch, ne Babu? Ja? Was kannst du auf Marokkanisch? Arabisch oder Amasir? Beides, beides. Okay, sehr gut. Ne, ich kann leider nur Arabisch. Also nur Marokkanisch, keine Amasir, leider nicht. Der Schwule ist, der sich nicht hier hoch traut und mit uns zu reden. Und nur Angesicht zu Angesicht sprechen will. Ich weiß nicht, warum denkt ihr, dass schwule Beleidigung ist? Ich verstehe nicht. Ah, weil Allah sagt, ich schmeiße sie aus einem Hochhaus. Das warst du nie. Es kann nicht sein, dass ich Ex-Muslim, das war ich nie. Du hast doch gesehen, der Bruder hat über eine Sache geschrieben, er redet in den Koran. Ich wusste direkt, was dieser Vers sagt. Woher soll ich das wissen, wenn ich kein Arabisch kann und kein Moslem war? Warum soll ich den Koran kennen, wenn ich kein Moslem war? Der Rija, ja, ich kann auch nur der Rija, leider. Ich kenne den Vers, der ist schon langweilig. Da steht nicht spezifisch, ich bin Gott auch so. Wenn Gott sagt, ich werde sein Gott sein, er wird mein Sohn sein, bedeutet nicht, dass er sagt, ich bin Gott. Danke. Offenbarung 21, 7. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Amir, ich weiß nicht, warum du die Leute beleidigst. Du hast keine Argumente. Warum gibst du uns nicht einfach hier deine Argumente? Warum musst du ihn live sehen oder warum musst du ihn beleidigen? Ist seine Religion wirklich so schwach, dass du Beleidigungen brauchst und Lügen? Ja, komm doch, sag uns deine Beweise. Gib mir einen Beweis. Gib doch. Alles gut lassen, soll der Herr ihn segnen? Der macht sich doch peinlich. Das ist peinlich, weißt du, was das heißt? Das heißt, du hast kein Argument und glaubst an einen Gott und fasst es einen Monat und betest, ne? Machst dir den Rücken kaputt ohne Beweise. Das ist einfach nur peinlich. Einfach nur peinlich. Ich sage, ich wäre gerne Muslime jetzt, um zu sagen, möge Allah vernichten. Wenn ich Muslime wäre, würde ich sagen, möge Allah vernichten. Ich habe keine Ahnung, was alles hier ist. Aber wenn wir Christen sind, muss ich sagen, möge Gott dich segnen. Nein? Also, ta'a, die, ich möchte nicht beleidigen können. Allah, ja, hafadak. Bei mir funktionieren Beleidigungen nicht, lieb, Amir. Also, ich suche mich. Du kannst beleidigen bis morgen. Die bleiben nicht an mir kleben, deine Beleidigungen. Ich bin weit, ich bin, ich bin, ich bin weit, viel, viel weiter in meine Kopf, wie du, wirklich primitiv. Bei mir funktioniert sowas nicht, gar nichts. Also kannst du bis morgen beleidigen, mach deine Jihad im Chat. Aber sag mal ehrlich, Bruder, sag mal ehrlich, die Leute sind Nummer eins, immer um andere zu urteilen, aber wenn du so guckst, also ich bin ja mit Kanaken aufgewachsen, im Endeffekt Ausländer, da waren noch Muslime dabei, sehr viele. Sag mal ehrlich jetzt, auch wenn viele von denen Freunde von mir waren, mit denen ich aufgewachsen bin, aber sind nicht diejenigen, die uns immer urteilen und versuchen, uns fertig zu machen, nicht die Schlimmsten, die immer die Schlimmsten Sachen machen? Wenn du jetzt guckst, diese kriminellen Menschen in Deutschland zum Beispiel, sind das nicht meistens immer von denen, die Leute, die uns urteilen? Ja, aber dieser Lieb Amir sagt, Anik Ummak, ist das sahih oder ist es taif? Die beleidigt meine Mutter, die weiß ich, ob meine Mutter vielleicht tot ist, ne? Vielleicht, weiß ich nicht, beleidigt einfach, ne? Meine Mutter ist ein Muslimer, genau wie du, ne? Stimmt. Aber ich glaube, er hat mich gemeint. Wenn ein Muslim eine rechenschaftliche Frau, zum Beispiel, sie hat Mutter sagt, oder? Also der Person ist eigentlich im Heulenfeuer. Ich habe weiß, dass ich mich dran gewöhnt habe. Wer eine Mutter beleidigt, ist das so, als hätte er seine eigene Mutter beleidigt und er ist im Heulenfeuer. Und das sind alles Dscherhild da unten. Weil sie beleidigt unsere Mutter, äh, egal. Ja, beleidigt einfach. Er hat keine Argumente, man, der kann nicht anders. Seine Koran beleidigt ja auch die Menschen, das hat er vom Koran gelernt, das hat er nicht von irgendwo, ne? Von Mohammed hat er gelernt, ne? Aber ich meine, also, in dem Sinne, du bist ja, also ich war auch Muslim, aber natürlich, du bist da geboren und alles drumherum, weil sie viel mehr aus sich. Aber, also, wenn ich sehe, wie die Leute Mutter beleidigen, und sie haben, also, ich habe gelernt, dass, also, ganz klar, wenn du die Mutter von jemanden beleidigst, ist das so, als hättest du deine eigene Mutter beleidigt und dann wird sie ausgepeitscht und wir sind im Heulenfeuer. Weil du hast die Mutter von jemand anderem... Gabi hat noch nichts gesagt. Gabi hat noch nichts gesagt. Haris, 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 guck mal. Ihr, kennt ihr, Gabi, kennt ihr diese Gabi oder nicht? Ich kenne die Schwester. Ich kenne die Schwester, ja. Okay, okay, alles gut. Ich kenne sie. Haris, guck mal, du... Du redest so viel ohne Ahnung. Du redest und redest ohne Ahnung, aber sagst, ich wäre, möchte gern cool. Schwester, Gabi? Du fährst ja auch nirgendwo. Ja, okay, ja, da bist du, ja. Ich wollte nur sicher sein, weißt du? Shalom, wie geht's dir, Schwester? Shalom zusammen. Ich sehe da unten so einige Muslime. Sagen Muslime nicht immer, wir Muslime glauben an alle Propheten? Was glauben sie denn da, dass es diese Propheten gab? Glauben sie auch, was Gott zu den Propheten sagte und durch sie aufschreiben ließ? Jetzt lese ich euch mal drei Verse aus dem Alten Testament vor. Jesaja 35, ab Vers 3. Stärkt die schlaff gewordenen Hände und macht fest die strauchelnden Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott, die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des stummen Nubs singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und ströme in der Einöde. Wer tat genau diese Sachen im Neuen Testament? Weiß nicht, Jesus der Blinde sehend machte, Taube hörend, Lahme gehend, Tote auferweckte und so weiter? Amen. Aber dann fragen sie immer, wo sagt Jesus, ich bin Gott? Ja, und jetzt bin ich fertig. Vielen Dank, Schester, du bist schon bereit für uns alle. Ja, das Gegenteil von Jesus Christus. Als ein Blinder zu Mohammed kam und ihn fragte, er hat es nicht verstanden, was er da sagte, da war er sauer, weil er ihn irgendwie aus dem Gebet, aus dem Rhythmus gebracht hatte. Da hat er ihn weggejagt. Nein, das war ihm peinlich. Das war ihm peinlich. Wenn du dir quasi nicht einmal die Chance gibst, mit Menschen zu unterhalten, dass du ihn anerkennst. Wenn man ein Behinderter hat, immer eine Anerkennung. Er ist ja ganz anders wie ein normaler, gesunder Mensch. Der hat immer anerkennung, ob er blind ist oder bettliegrig. Ein Behinderter hat immer Anerkennung, den Herrn Jesus Christus. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Es war ein Peinliches, dass eine Blinde mit ihm redet. Und er hat ihn so einfach so. Er hat so sauer geguckt und so. Und dann kam der Vers. Genau, genau, dieser Vers. Ungefähr. Ja, seht ihr, ich war kein Moslem. Siehst du, Bruder, ich war kein Moslem. Wer hat gesagt, ich war kein Moslem. Ich nenne euch die Versen einfach aus meiner Gedächtnis und die Leute sagen, ich war nie Moslem. Der Spitzigkeit sagt, er war früher Christ. Jetzt ist er nicht mehr. Er soll mir mal bitte die Sakramente der Kirche aufrufen. Ohne zu googeln. Richtig, Schwätzerei. Die haben diesen Glauben nur, weil der Glaube für die Kohle ist. Sie dürfen da sehr, sehr viel Geschlechtsverkehr haben. Im Himmel Geschlechtsverkehr, überall Geschlechtsverkehr. Da ist der Christentum zu langweilig. Deswegen versuchen die uns hier zu sagen, während Gott ist der Richtige. Weil für einen Mann, der nur Bumsen im Kopf hat, ist das genau das Richtige. Das ist meine Meinung. Naja, für einen gestörten Mann, für einen psychisch gestörten Mann. Die kleinen Kinder Bumsen wären unzählige Frauen. Das ist doch nicht normal. Was ist das für ein Mann, der keine Stabilität sucht, sondern Harem. Die Frauen wie Tiere. Es ist ja auch so im Islam, du heiratest ja nicht. Du verkaufst, du kaufst. Du verhandelst ja mit dem Vater, wieviel du zahlen willst. Wenn du bei ihr ein Geburtsmal oder einen Klebefleck findest in ihrem Körper, dann darfst du ihn seiner Tochter zurückschicken und er gibt ihr dein Geld zurück. Das sind Verhandlungen. Das ist wirklich wie eine... Der Returschein kriegt man noch. Ja, eine wahre Garantie. Wir probieren. Wir probieren. Wir probieren. Wenn das nicht gefällt, schickst du zurück. Bruder, deswegen ist der, als der Mongole kam, der Asiate, er kam zu Persen in Raum auf jeden Fall. Und er hat gesehen, die Islamen, die beten den Teufel an. Die haben mehrere Frauen, die haben Sklaven, die haben Raub, die haben Schwert, die haben Pferde, die haben Pfeile. Die haben gesagt, das passt ja genau zu unserer Religion, das passt ja genau zu unserem Ritual. Deswegen haben die auch den Islam sofort angenommen. Weil die Worte das haben. Die haben genauso gelebt wie die. Und deswegen hat das ja auch noch alles verbreitet. Der Mongole hat alles, bis Europa hat er alles im Namen Mohamed und Allah. Ich werde alles verbreitet, Bruder. Aber jemand, der über Liebe spricht, jemand, der über gute Sachen spricht, versucht, die fertig zu machen. Weißt du, was ich meine? Jemand, der niemand etwas Böses tun wollte. Der nur über Liebe gesprochen hat, über schöne Dinge. So welche Wörter versuchen die umzudrehen. Das ist deren Religion. Das ist deren Religion. Die ist nur entstanden, damit die Worte Jesus nicht angenommen werden. Genau das ist das. Diese Religion ist nur dafür entstanden, weil die gesehen haben, dass die Bewegung der Christen eine sehr, sehr starke Bewegung war. Ist das die Gegenbewegung geworden? Ja. Dazu wurde die gegründet. Und nichts weiter. Ja. Bruder, Bruder, Bruder haben wir heute uns. Unterhalten wir beide, ne? Weißt du doch, ne? Ja, ja. Ja, ja, gut. Jetzt weiß ich jetzt. Deswegen musste ich nochmal gucken, ob du das bist. Aber du bist jetzt alles gut. Ja, ich möchte keine Moslem hochkommen, dann gehe ich mal runter, vielleicht. Das ist vielleicht nicht irgendwie. Ach, da ist schon einer. Den kennen wir schon. Aber ey, ich komme mit einem richtigen Account, Jason. Warum komme ich immer mit einem Fake Account? Das ist doch mein richtiger Account. Du heisst Ryan und nicht Jason. Ex-Moslem, du. Das ist doch mein richtiger Account. Ja, du wirst jetzt dann auch noch Ex-Muslim. Keine Sorgen. Ja, ja, ich bin auch. Jetzt dann wirst du auch noch Ex-Muslim. Ich wäre gerne Muslim. Weißt du? Ich wäre gerne Muslim, um zu sagen, möge Allah euch verfluchen. Möge Allah euch vernichten. Möge Allah euch Hungersnot schicken. Möge Allah eure Familie, Kinder und keine Ahnung was alles. Ich wäre gerne wieder Muslim. Siehst du? Um euch die ganze Zeit zu verfluchen hier. Bist du aufs Boot gesprungen mit Ex-Muslimen. Jeder Zweite auf TikTok ist Ex-Muslim. Weil sie jetzt erfahren haben, was die Wahrheit ist. Ja, aber frag sie mal, wann sie muslim waren und wie lange sie muslim waren. Und wie lange sie muslim waren. Möge Allah euch verfluchen. Möge Allah euch vernichten. Möge Allah euch. Alles mögliche. Ich wollte noch nicht mal die sechs Säulen aufzählen. Die sechs Säulen. Erkläre mir die Säule des Schahads. Was muss erfüllt werden, damit eine Schahad erfüllt ist? Erkläre hier, Jason. Ich bin nicht, weißt du? Erkläre uns hier. Erkläre hier. Komm, Jason, weißt du? Jason, was muss erfüllt werden, damit eine Schahad gültig ist? Deine eigenen christlichen Freunde haben dich rausgekriegt aus dem Leib. Was muss erfüllt werden, dass eine Schahad erfüllt ist? Das ist schon traurig. Was muss erfüllt werden, damit eine Schahada gültig ist? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Eben, Jahil. Ich werde schon... Er ist kein Moslem. Ich warte, letzte Zeit, letzte Zeit habe ich mich wirklich... Es ging mir schon schlecht, letzte Zeit, dass ich gesagt habe, ey, wer ein Moslem, hätte ich können sagen, möge euch alle verfluchen. Das ist super. Mida Loka, Mida Loka. Ey, Ryan, hör auf. Leute, Leute, wir hören euch nicht, wenn ihr alle auf einmal redet. Leute, wir hören euch nicht. Ey, Ryan ist kein Moslem. Mida Loka. Warte. Guck mal, der Lava Loka war Christ. Hör zu, allerdings, der ist keine Moslem, Ryan, der betet nicht, der weiß nicht, wie man betet, der ist Kefir, der betet nicht. Also, wenn er stirbt, werden für ihn keinen Salat al-Janesa machen, die werden für ihn nicht dieses Gebet von Toten machen, weil der Kefir ist. Wer nicht betet, wird auch nicht für ihn gebetet nach seinem Tod. Also, das ist ganz bekannt in dem Islam. Also, sie darf gar nicht seinen Mund, gar nicht aufmachen. Wenn die anfangen, die werden anfangen, den Jihad mit Diyah. Die werden Jihad mit Diyah machen als Erste. Sehr gut. Ich habe eine kurze Frage, dort gerade in der Saddach geredet und Returschein und wieder zurückbringen. Das bedeutet, deine Mutter hat auch deinen Returschein bekommen. Weil sie hat ja auch Saddach bekommen, oder? Mein Gott. Warum rist du so respektlos, ja? Schimpf dich. Nein, das ist ja eine Frage. Das hat nichts mit Respektlos zu tun. Nein, aber sag mal ehrlich jetzt. Es ist doch eine Frage. Hör mal zu. Ich will nicht beleidigen oder angreifen. Hör mal zu. Wenn ich Menschen höre, die über andere Mütter reden, dann werde ich sehr, 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 sehr sauer. Ich rede nicht über deine Mutter. Dann rede doch gar nicht einfach. Stell dir nicht über eine Frage, die die Mutter angeht. Eine Frage. Eine Frage habe ich dir gestellt. Ich habe eine Frage gestellt. Ja, ich habe eine Frage gestellt. Ja, ich habe eine Frage gestellt. Er redet doch immer. Stellt deine Mutter eine Frage. Ist doch egal. Stellt deine Mutter eine Frage. Wie soll ich meine Mutter eine Frage stellen? Er redet doch über Saddach. Er redet doch über Saddach. Er redet doch über das Geld. Oder? Der ist doch Ex-Muslim. Er sagt doch, die Frauen, die Geld kriegen, wenn was mit denen ist, sind die Returschein. Also redet er auch von seiner Mutter, wenn er so redet. Oder? Weil seine Mutter hat ja auch geheiratet. Und Saddach bekommt. Ja, rede bitte. Ich sage doch nicht, dass die Frauen bei uns Returschein kriegen. Du Holzkopf. Sprechen wir jetzt über deine Mutter. Nein, ich rede ja nicht über... Sprechen wir über deine Mutter. Ich rede ja nicht über bei unseren Frauen, dass die Geld kriegen, wenn denen was ist, wenn die Leberfleck haben oder sowas, dass sie es wieder zurückdrehen. Ich muss runter, sonst ich verliere wirklich meine Geduld. Ach, halt deine Fresse da wieder, du Hundeau. Ja, ich... Bist du Moslem bei mir? Nicht verleidig. Ja, ich gehe hier runter. Ich wünsche dir, Rayon. Gottes Segen dir, Rayon. Da kommt der Teufel noch. Gottes Segen. Ich gehe hier runter. Nein, nein, bleib, bleib, Luca. Der ist schon weg. Nein, es soll bleiben, ich kann das nicht mehr mit solchen Leuten zu sprechen, ey. Im Gottes Segen. Bruder, hör nicht auf so welche Menschen, nimm das nicht zu Herzen, wieder locker, nimm das nicht zu Herzen, diese Menschen sind nicht schlecht, das ist doch der Teufel, die zeigen, wenigstens zeigen dir ihr wahres Gesicht, nimm das nicht zu Herzen, Bruder, Herr. Nein, Bruder, ich... In letzter Zeit habe ich gedacht, ich wäre so gerne Muslim, ey, um diese Leute alle verfluchen hier, ey. Ja, wirklich, ey. Ja, Mann. Bruder, denn Herr Jesus hat auch, er hat ja auch Dämonen aufs Menschen getrieben, Bruder, du bist ja da und die Dämonen aus denen raus zu jagen, das schaffst du, du hast ja die Geduld dafür. Zur Zeit, ey, beleidigte nicht, Bruder. Ja, zur Zeit. Also meistens, meistens ist das so, Leute, wirklich, die beleidigen, die haben gar keine Argumente, die wissen nicht, was die einfach, die sind, weißt du, der Sturm, die sind quasi wie so eine Sackgasse drin, die kündigst mir und deswegen kommt nur noch Wut, das ist einfach diese Emotionen, die aus Nase rauskommt, ne, aber ein Mensch, der was gelesen hat, wenigstens ein Buch, ich sage nicht ein, zwei, drei, ein halbes Buch, der weiß, da kannst du mit ihm, wie sie kommunizieren, aber solch die beleidigen, daran erkennst du seinen Kuh, Bruder. Ja, Bruder. Ja, ich habe gedacht, er ist einfach, ich lasse euch reden, weißt du, besser geh hier runter, lasse euch reden. Er betet selber nicht, Leute, er betet nicht, wer nicht betet, ein Kefir, und der wird vor ihm auch nicht gebetet, wenn er stählt, die werden ihm einfach in ein Loch schmeißen, wie ein Hund, und begraben, sie werden ihn nicht waschen, die werden ihn nicht, keine Dings, Salat Lijanesa bei ihm machen, nichts, sie werden ihn einfach wie ein Hund schmeißen, ein Loch, Erde drauf, und tschüss. Wirkliche Reihe, die werden mit dir anfangen, und sollte die Islamin, die wir hier, ne, die Oberhand haben, wird so das Erste darunter leiden, ne, weil du ein Kefir bist, Terek, Salat, Kefir. Und, Bruder, bei Kafirs war das so, da war doch diese Geschichte, wo die Juden quasi gebetet haben über ein Grab, quasi auf dem Grab an, da war, die waren am Beten, im Stehen, und da sagte Momo, pass auf, wir werden das nicht mehr nachmachen, wir werden nicht mehr die Juden nachmachen, dann machen wir das nur noch im Sitzen, aber es ist auch gegen Kefir, auch im Sitzen oder im Stehen, wie war das noch mal, kannst du das vielleicht erklären? Die Museen machen es im Stehen. Im Stehen. Und welche war das im Sitzen? Da gab es, glaube ich, ein Hadith, wo die, glaube ich, wenn das Kefir ist, im Sitzen, glaube ich, ist es niedrigo. Weiß ich nicht, ganz, aber ich weiß nur bei uns, die sind aber am Stehen, es gibt keine Rakhal, nicht nur am Stehen. Ja, und ich glaube, als Erniedrigung, ob das jetzt für Juden oder Christen oder Kafir, ich glaube, die machen das im Sitzen, irgendwie, glaube ich, mal gelesen. Muss ich doch mal rauspicken, Bruder. Also, über die Kafir wird nicht gebetet, also, die, die nicht beten, sind ja Kafir, das ist einer der Schlimmste, aber wenn du nicht betest, bist du kefir, weil du musst beten. Es gibt nicht, auch in dem Koran, sagt dir, viele Versen über das Gebet und auch Hadith, ne? Mohammed wollte sogar die Leute verbrennen, nur weil sie nicht zur Moschee kamen, obwohl sie zu Hause gebetet haben, hat er gesagt, nein, ich verbrenne sie. Haben wir vorhin den Hadith gezeigt. Der wollte die Menschen verbrennen in ihre Häuser, weil sie nicht zum Salat al-Jama'ah, also zum Moschee gegangen sind, um gemeinsam zu beten. Der wollte sie alle verbrennen in ihre Häuser. Was glaubst du, was würde er mit so einem wie du machen, den nicht mal betet? Der will dich aufspießen. Glaub mir. Der wisschen sein Wartagin, wo er damit geduscht hat, wird er gegeben, sagt er, trink mal. Was für eine Frage soll ich antworten, Rayen? Was für eine Frage, ich weiß gar nicht, was ich frage, was für eine Frage hat er gestellt, überhaupt, Freunde? Achso, meine Mutter auch. Ja, meine Mutter wurde auch verkauft. Sie ist ja Muslim. Ihre Vater hat sie auch verkauft, hat verhandelt mit ihren Ärmern. Ist ja auch so. Bei jedem Muslimer. Weißt du, weißt du, ich sag, wenn Mölin meine Familie und mein Land gibt, sag ich das nicht. Nee. Ich bin ein pragmatischer Mensch und ein ehrlicher Mensch. Auch wenn mein Vater scheiße baut, sag ich das einfach. Also ich weiß nicht, was hat das damit mit mir zu tun? Ihre Vater hat das gemacht. Ja, weil es islamisch ist. Ja, weil das deine Religion ist. Und das wirst du auch machen. Deine Tochter wirst du auch verkaufen. Ne, und verhandeln mit der Mann, wie viel er will. Das wirst du auch machen. Das wirst du, wie willst du das aus deiner Tochter heiraten? Bruder, bravo. Meine Familie, warum? Ich sage, ich rede über die Religion hier. Meine Familie ist hier irrelevant. Ich rede über die Religion. Meine Familie ist irrelevant hier. Ich rede über religiöse Gesetze. Ob es mal auch meine Mutter gemacht hat nach islamischer Art, ist das irrelevant. Du glaubst, du beleidigst mich oder ich weiß nicht. Das tut mir gar nicht, wirklich. Scheißegal. Also, ich weiß das jetzt nicht. Ja, wenn du Mamed gibst, dann Blas hinein. Ja, das ist schwer. Du fragst, welche Stadt ich komme, deutsch. Also, du schreibst nach Deutschland. Also, ich wäre eher... Wenn ich Muslime bin, muss ich gerne euch alle verfluchen. Jetzt, in letzter Zeit, wirklich, Mann. Oh, Mann. Ich wurde extra so für ein paar Minuten der Islam am Nehmen nur, um euch verfluchen zu können. Also, ich weiß, ich kenne mich jetzt nicht mit allen Muslimen aus, aber ich weiß jetzt, bei den Kurden, bei den Araber, die aus Syrien kommen, bei denen haben sie so ein Ritual. Die Frauen, also die Frau, wenn die quasi zum Haar kommt, wenn der Vater die verkauft quasi, die schauen erst mal die Frau an, oder das Mädchen quasi, soll ich sagen, ich freue das Mädchen. Und so dicker und so weiß er die ist, und so wertvoller ist die. Ist das bei jedem Muslim, ist das so, oder nur bei den Kulturen, wo ich herkomme? Wie noch mal, wurde ich, habe ich verstanden? Wie meinst du das? Ich meinte, also, wo ich herkomme, Syrien, Irak, da die Ecke, die Frauen, die haben einen Wert, wenn die weiß und dick sind, wenn die quasi große Hände haben. Ja, jede Ware hat ihre Preis, ja. Jede Ware hat ihre Preis, jede Frau. Ja. Ja, genau. Und das ist quasi bei jedem Araber jetzt, ne? Das ist nicht nur da, wo ich herkomme, das ist bei jedem Muslim, ne? Ja, ja, nee, das ist so, ja, ja, die Mutter, bei uns guckt die Mutter, bei uns guckt die Mutter, wenn dieses Mädchen, zum Beispiel die Mutter wählt, ja? Die Frau für ihre Brot. Und sie guckt, wann geht diese Frau zum Hammam, ne? Einmal die Woche, zum Beispiel, dieses Mädchen geht jeden Samstag, dann geht auch die Mutter von dem Sohn, um sie nackt zu sehen, ne? Ja, um sie dann an ihren Sohn zu beschreiben und zu gucken, ob sie passt oder nicht. Sie muss sie auch in der Mutter. Ob sie eine Mutter mal hat, ich schwöre sie, das machen die bei uns. Hier können sich die Marokkaner hier bestätigen. Die Schwester hier, Sumi, ist auch Marokkanerin, Ex-Muslima, Sumi. Die Sumi. Die Sumi ist auch Marokkanerin, Ex-Muslima, die kann es euch bestätigen. Die verfolgt sie zum Hammam und guckt sie nackt und geht zu ihrem Sohn und sagt, ja, die ist so, ihre Brüste sind so, ihre Hinterricht so. Sie hat keinen Flecken oder kein irgendwas in ihrem Körper. Sie beschreibt ihn, weil in Hammam sind sie alle nackt. Komplett. Und die Frau unter sich. Ja. Und dann beschreibt sie ihre Sohn, ja, als würde sie sie heiraten, nicht ihre Sohn. Ja, das ist richtig. Sumi, Sumi, die Prof-Marokkanerin, das ist richtig. Siehst du, wie viele Marokkanische Ex-Muslime hier gibt? Du bist nur noch, du bist der, du bist nicht Moslem, also die Muslime sehen dich nicht als Moslem, gell? Und du bist einfach kaffier, aber willst du nicht zugeben, du denkst, du bist Moslem. Und nur der Letzte, der noch für den Islam kämpft, ohne Ahnung, ohne Moslem zu sein. Du kämpfst für den Islam und bist nicht mal Moslem. Die werden mit dir anfangen, diese IS-Leute, die werden mit dir anfangen. Und da fragte ich, oder wie du heisst, also Allah hat keine Ahnung von Embryologie. Also, ich tut mir ehrlich, ich leid für die Anträge der Chromosomen. Allah weiß gar nichts. Und da fragte ich, da fragte ich so ein paar Leute so, ich so, warum hat die denn so eine Frau, also ihr Wert? Dann haben die mir wirklich wertwörtlich gesagt, die so, und so größer der Hinter und so größer der Becken, und so mehr Kinder kann sie gebären. Deswegen ist sie wertvoller. Guck mal, diese Fantasie, die die im Kopf haben. Und so größer der Arsch quasi und der Becken und so mehr Kinder kann sie bezeugen. Das hier halt Frucht war es. Frucht war, ja, das ist mehr Frucht war so. Aber, 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 aber weißt du was, damit auch gemeint ist, nicht nur... Auch die Brüste. So mehr kann sie knallen, ja, weil die ist stabil, weißt du, Ajaib, weißt du, was ich meine? Ja, ja, Bruder, das ist alles aufgeheilung, das ist alles aufgeheilung, die wollen ein Fett haben, nicht das nur aufgeheilung, nichts anderes, Bruder. Die haben Fantasie im Kopf, nichts andere, die sind durch, die sind verkokelt im Kopf, nichts anderes. Bruder, im Endeffekt kannst du sehen, dass sie Schiebel nehmen, dass sie daran glauben, Bruder, weil im Endeffekt, guck mal, dass für jeden Menschen, der, der so, sagen wir mal, nur das im Kopf hat, Bruder, ist das die perfekte Religion, weißt du, was ich meine? Du hast ja auch recht, sie einmal zu sehen vor der Hochzeit, ne? Du gehst rein, du darfst sie sehen und so gucken, die Wache, ne? Du hast recht, auf einmal sie zu sehen. Aber nicht Gesicht, aber nicht Gesicht. Ja, ja, Körper, aber darfst du. Gesicht auch oder ohne Gesicht? Doch, doch, alles darfst du, das ist doch eine Wache. Ach, du. Hier nennen sie das, ja, ja. Wie funktioniert das denn, wie, ich darf, also, wie, 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 wie meinst du das, das, äh, erklär mal, wie, wie läuft das dann ab, äh? Also, wenn du zum Beispiel den Mal sehr am Vater, dann sagst du, ich möchte gerne die Wache sehen, der bringt sich im Zimmer, du siehst sie. Perpetuumobil, äh, ja, was, nee, Schilhanisch, nein, nein, ich spreche kein Emersuch, nein, leider nicht. Ich bin schon, nur, nur Arabisch. Hey, Sumi ist doch Marokkanerin, die kann das bestätigen, das ist ein Marokkaner, ein anderer Marokkanischer Ex-Muslimer. Ich freue mich über, wenn ich das, also, wenn ich immer mehr Marokkaner sehe, die den Islam verlassen, dann denke ich immer, mein Gott, es gibt immer noch schlaue Leute, unter unserer Volken, bin ich stolz auf sie. Nicht wie dieser Ryan hier, der die ganze Zeit hier stöhnt, einfach. Keine Ahnung vom Islam, aber null. Ich muss mal, ich muss mal wieder raus. Äh, ich danke dir, Bavo, dass du mich hochgenommen hast. Wie gesagt, Leute, lasst euch nicht ärgern, ne, bleib gesund, bleib stabil, wir hören uns. Okay, Brodi. Oder der Kottos. Leute singen. Das bedeutet, nähere dich, näher dich an meinem Herz. Das ist unsere Art und Weise zu begrüßen. Auf einmal sie hat gesagt, das bedeutet, näher dich an meinem Herz, da komm näher an meinem Herz. Ne, wir sagen nicht salamu aali koulu mal weiter. Und so, die Amaziri, die sagen, so lief Allah. Und die Übersetzung ist so viel wie, komm nah an meinem Herz oder so. Siehst du, wie lieb unsere Kultur war, wie lieb unsere Vorfahren waren, unsere Gesetze waren tausendmal besser wie die Gesetze von dem Islam, also nix damit zu tun. Wir hatten keine Schlachten, keine Hände abhaken, nichts, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Das ist ja auch verständlich. Die hatten ja auch in Mekka keine Dings. Die müssten ja diese schlimmen Sprachen machen, die Hände abhaken, Füße abhaken. Weil, stell dir mal vor, die haben nichts gebaut, keine Häuser, nichts. Wie willst du dann einen Knast bauen in einer Wüste? Mit einem Zelt? Da kann man doch tragen und wegrennen. Außerdem, wenn du ein Knast hast, wirst du die Leute futtern. Die hatten selbst nichts zum Essen. Knabe. Ich will einen Haltprediger und einen Lügner. Okay. Okay, Rayana, okay. Okay, Rihana. Ich will dich nicht mehr, Rayana, ich will dich, Rihana. Du Kafir. Der betet nicht und der nimmt den Islam im Schutz. Warum nimmst du ihn im Schutz? Die werden doch mit dir anfangen, verstehe ich nicht. Bist du lebensmüde? Geh erstmal beten, recherchieren, lernen und dann komm hier und debattiere wie erwachsene Menschen, nicht wie einer. Ignorant. Hey, Evie, hallo, Schwester, wie geht's dir? Ich hab dir gestern Anfragen geschickt, du bist gar nicht hochgekommen. Vorgestern auch. Hol mal Rente, Geld. Putin. Oh Gott. Bist du neidisch auf seine Rente oder was? 90% muss ich nicht mehr abhauen, ja. Genau, ja, richtig, Mido. Ja, ich weiß nicht, was du mit Putin hast, keine Ahnung. Er bekommt wirklich erst hergekommen. Lern mal mit wieder, mit wieder Deutsch und dann komm zurück. Ich bin ja gar nicht so lange in Deutschland. Ich hatte nicht die Chance, wie die Flüchtlinge auf deutscher Kurs oder in deinem Integrationskurs. Ich musste die Sprache selbst lernen, einfach so. Online, mit Menschen. Also, es ist ja keine Beleidigung für mich. Lerne du erst mal so viele Sprachen wie ich. Warum, hast du gemäßt, dass er selber kein Deutsch kann? Ja, ich bin seit acht Jahren in Deutschland. Ich bin ja gar nicht so lange. Ich meine, dass er kein Deutsch kann. Ja, ja, ich habe ein bisschen widergedreht. Einsozial. Das ist ein Anäfabet, man. Man kann weder lesen noch schreiben. Weißt du, mein, ihr hört Deutsch, lernt Deutsch, blablabla. Ich weiß nicht, die kennen meine Mentalität nicht. Die denken, ich denke, wie die. Ich bin so unterentwickelt. Ich weiß nicht, ey, Mann. Mein Gehirn ist viel weit, tausendmal entwickelt wie deiner. Für mich sind das keine Beleidigungen. Das ist einfach ein Fakt, dass ich kein nicht gut Deutsch kann kann. Das ist einfach ein Fakt und ich schäme mich nicht dafür. Im Gegenteil, ich bin dankbar, dass ich überhaupt kann, dass ich mich verständigen kann mit den Menschen. Ich weiß nicht, die denken, die beleidigen mich, aber das funktioniert nicht bei mir, Mann. Mit mir kannst du nur mit Argumenten und mit richtigen Debatten kommen und nicht mit solchen Kinderspielen. Das zählt bei mir nicht. Ja, ja, natürlich, Mido. Der wird der Erste dran sein. Die werden einfach schlachten, ein Loch schmeißen wie ein Hund. Die werden nicht beten und einfach die Erde auf ihn schmeißen. So gut war es. Argument, nur persönliche Beleidigungen. Ja, aber das klappt bei mir nicht. Das können sie versuchen. Die merken, die beleidigen doch den ganzen Tag. Ihr habt doch gesehen Joker. Der hat gespuckt, beleidigt, irgendwas. Ich habe ihn einfach beleidigen lassen, bis er gespät wurde. Bei mir, ich sehe es nicht als Beleidigung. Nee, gar nicht. Im Gegenteil. Ich bin stolz auf mich, auf das er mich erreicht hat. Hat die andere debattiert, Bruder? Habe ich so kurz ein Video gesehen von dir. Wer hast du es gefunden? Mit mir und Joker? Ja, du Joker, Hamdi, denke ich war dabei und andere. Aber ich habe andere Videos auf YouTube. Ich dachte, du hast das auf YouTube gesehen. Nein, es war da. Ich habe sogar meinen YouTube-Kanal, Bruder. Ich habe nicht gelöscht, weil ich habe Leute, die ich habe mein Instagram gelöscht. Alles habe ich gelöscht, Bruder. Alles. Ich bin froh gewesen, dass sie hier immer gekommen ist. 30 Tage, das hat mich so aufgeregt, Bruder. Mich so kennenlärmt. Aber heute bin ich froh. Nee, ich habe mit Joker, Lestis, der war hier bei mir, haben sie debattiert. Ich habe eigentlich nicht debattiert, ich habe einen Hadid genannt. Ach so, schlafen? Alles gut, Schwester, schlafe dich aus. Und dann habe ich mit ihm debattiert, nicht debattiert, ich habe einen Hadid genannt, die kam hoch, die sagte, ja, du lügst und sowas, stimmt nicht. Ich habe ihm dann die Quellen gegeben, dann wieder hochgeholt. Dann hat sie gesagt, ja, mach mich jetzt groß, wenn du ein Mann bist. Ich habe ihn groß gemacht, dann wollte er den Hadid nicht zeigen. Er hat es gefunden und war schockiert. Wollte es nicht zeigen. Das könnt ihr Leute finden auf YouTube, einfach Babu Ex-Muslim schreiben und Joker. Ihr werdet ein Video finden bei einem Kanal, der heißt Islam Aufklärung Wallagail. Und auch Fashion gestern. Fashion war wieder gestern abends da. Der kam zweimal rein, aber der wollte nicht hochkommen. Der hat sich nicht mehr getraut. In jeder Jahr, ich habe mich fertig gemacht, der Arme auch. Der kam mir und sagt, ja, ich habe gehört, ich werde hier gebraucht, Sie brauchen meine Hilfe. Ich habe gesagt, ja, ja, okay, was willst du sagen, wir reden gerade über das Klaverei. Und er wusste gar nicht, der Arme, nix, null, ey, Leute, es ist einfach nur peinlich. Ich verstehe, warum ihr nicht eure Imame fragt, aber warum kommt ihr nicht mit Antworten, warum kommt ihr hier nur mit Beleidigungen? Das zählt nicht als Argumente, im Gegenteil. Das zeigt nur, dass ihr primitiv und einfach ungebildet seid. Und einfach an alles glaubt, ohne Beweise. vor Weihnachten, vor Weihnachten. Joker ist der erste Muslim, den der islamische Stadt fangen wird. Aber die werden nicht akzeptieren, weil er lakierte Finger hat. Also er und Reihen, die werden sie aus einem Hochhaus und Tanga trägt. Deswegen, der wird nicht akzeptiert. Im Ernst jetzt, eure Ernst. Die werden er und Reihen aufgeteckt, den Slippenstift, ne, und Tangas. Letztens hat er so gestöhnt, ich glaube, da hat er auch irgendwas, der hat den Fatwa gemacht von Tawsi al-Dubor. Kennst du die Fatwa, Jakobus? Tawsi al-Dubor, wo die miteinander machen, um da Bomben zu verstecken hinten. Das habe ich mir vielleicht mal vorab, ich sage es vielleicht. Ja, aber ich weiß nicht. Ja, danach muss der andere das Ganze unten ausweiten, so, oder? Ja. Kennst du, kennst du, Jakobus? Ja, ja. Gehört, gehört. Jetzt fände ich mir ein, welche Geschichte das war. Man hörte so viele Sachen. Doch, das hat auch ESP gemacht, man. Midojil, danke dir, danke, Bruder. Danke für eure Unterstützung. Wirklich, sehr nett für euch. Guck mal, der, der sich dann in die Luft springen wollte, hat zugelassen, dass sie ihn ja, wie heißt das Wort nochmal? Dass sie ihn ja halt ausweiten. Ja, ja, ja. Dass sie ihn ja ausweiten, damit die Bombe da reinpasst. Das haben die wirklich gemacht. Ich schwöre, das sollte Ryan vielleicht auch machen. Also, der hörte sich letztens hier so an, als würde er auch auf sowas stehen. Sein Anus, sein Anus verbreitet quasi. Ja, ja, nicht quasi, aber wirklich. Aber es gibt so ein Hadith, oder? So, je genug ist. Ein Fatwa, Fatwa Tauzir al-Dubur. Ich nenne dir doch gerade die Fatwa-Fahrer. Fatwa Tauzir, Tauzir, das heißt, Tauzir, ja, ja, Tauzir ist Verbreitung, ja. Ja, al-Dubur, Dubur ist das Anus. Verstehst du? Ja, ja, Dubur, genau, Anus ist das nur Verbreitung des Anus. Ja, sage ich gerne. Das ist wirklich Schweste, das ist ein Fatwa. Und die gab es, und das haben die gemacht, Und der hört sich auch letztens so an. Ich glaube, die werden ihn, er und Joker von einem Hochhaus schmeißen. Das machen die mit den Schwulen. Und dass er sowieso nicht betet, ja, hat er die höchste Schraube verdient. Mario Pilcher hast du noch nie gehört. Sie werden ihn, ob ich dort reinstecke und sage, geh, spring dich in die Luft. Warum, sagst du, besser benutzen zum Dschihad? Ja, die hat nicht, ja. Aber die werden ihm natürlich, natürlich noch eine Chance geben, dass er wieder sich als normaler Mann wandelt, ne. Die haben ja, glaube ich, irgendwie die Schwulen eine Chance, ne. Ist das nicht so, bevor die die einsperren? Nein. Klisch, das nicht für Buchtas. Nein, das für die, nein, für die, die nicht beten. Wenn du nicht betest, ja, aber nein, Schwule gibt es nicht direkt von meinem Hochhaus. Ach, direkt ist das, ja, oh Mann, übel. Übel, übel, direkt. Aber gut, dass du zurückgekommen bist, Brüder Loka, gut, dass du zurückgekommen bist. Ich habe dich wirklich vermisst, ich habe es auch den Freunden gesagt, ich war sauer, dass du weg warst, ich dachte, dass dich jemand beleidigt hat oder so, ich habe wirklich, du kannst dir alle fragen, ich habe wirklich gesagt, dass es mir nicht gepasst hat. habe ich gemisst. Ich bin privat, Brüder, weißt du, ist so, passach passiert und dann war ich sehr traurig, so, weißt du. Und Brüder, ich bin auf TikTok gekommen, Brüder, sehe Kinder, die sterben, weißt du. Und dann habe ich gedacht, krass, man, habe ich probiert zu löschen. Dann habe ich gedacht, komm, geh wieder, komm ich wieder, dann sehe ich Erdbeben, Vulkanausbruch, Brüder, Hochwasser, weißt du, da wohl jede Welt ist so kaputt. Ich halte das nicht aus. Und dann habe ich wirklich gedacht, ich wäre so gerne Muslim. Ich habe das gesagt, man denkt, ich habe wirklich gedacht, Brüder, ich wäre so gerne Muslim, damit ein paar Leute einfach verfluchen. Ihr auf TikTok kommen, sagen, du bist ein Käfer, du verfluchen, Allah, weißt du, wie vorher als Muslim. Ich sage denen immer, ich bin kein Christ, ich darf fluchen, ich darf beleidigen, mache ich trotzdem nicht, aber ich darf es. Ich habe die Erlaubnis, dafür wie der Typ gestern, und ich habe gesagt, findest du normal, dass die Muslimen Leute geschlachtet haben und dies und das. Ex muss dem Amir schicken, gerade eine Einladung. Und da habe ich gesagt, findest du normal? Du gehst mit Ding, weißt du, alles gut. Wenn du willst, wir geh herunter und du kannst mit Ding. Ich glaube, ich glaube, der hat nur einfach Anfrage an allen geschickt, wahrscheinlich nicht nur an mich. Der war wieder auf und wieder zurück. Ich sehe, er hat ja 200 Zuschauer. Ja, der arbeitet, die sperren immer wieder, weißt du, die setzen immer wie Verstoße und so, die machen immer. Ja, habe ich gemerkt. Deswegen war er wieder auf und wieder auf. dass der Bruder gestorben bitte mit Ding online. Nein, er hat eine Anfrage geschickt, okay, aber wenn er keine Frage geschickt, möchte ich ihn auch nicht stören, der ist auch mit seinen Leuten, das ist nicht gut. Weißt du? Weiß ich nicht. Das ist ein, doch, ich sehe ihn nicht. Gegen mir gar nichts, aber gegen ein paar Leute da, die mich Kinder des Teufels nennen, die mich falsche 50er nennen, die sagen, hätte der Heilige Geist nicht. Gegen die paar Leute habe ich gepasst, aber mir ist eigentlich ein lieber Mensch eigentlich. Ja, ich mag ihn auch sehr. Er ist wirklich gut, er macht auch gute Arbeit. Ja, sehr gute Arbeit, ich habe ihn auch geguckt, er ist wirklich gut, ja. Nein, er macht wirklich gute Arbeit. Ich wünsche ihn, dass er gesund bleibt, und dass ihm nichts passiert von diesen Kranken. Sie sind krank, Bruder. Leute, die verrückt sind, er hat zweimal, hat man probiert, ihn zu töten, so weitergegeben. Stell dich vor, Bruder. Ja, ich weiß, das ist schon krass. Das Leute, die wir schreiben, jetzt sind wir mittlerweile jetzt egal. Wir haben auch immer gesagt, okay, Leute, wir müssen damit klarkommen. Zum Glück können sie ja nur beleidigen und keine Spucke, das ist nichts. Stellt euch mal vor, es würde hier die Spucke rauskommen, aus der App. Das wäre ein Problem, also solange sie nur beleidigen, es geht noch. Ich stelle dir vor, eines Tages, als ist die Technik so weiterentwickelt, spuckst du es so, da kommt einfach Wasser aus deiner Art. aus deiner Art. Ja, da war es so. Dings, wie heißt die noch mal? Danke, Mido. Ja, ich bin Frühstück, guten Appetit, Bruder, das ist ja schmecken. Ja, ich bin daran schon Feuerwehrschlauch, ja, 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 scheibenwischer, oder wie heißen die, brauchen wir, wie bei dem Auto. du bist für alle eine Ungläubige ja, ja, natürlich ich bin für jeden Ungläubiger, aber es ist okay für mich ist es okay, ich bin kein schlechter Mensch immerhin zum Glück aber guck mal zum Beispiel diesen ganzen verrückten Muslimen, ja die sind zwar gläubig, aber die schlimmsten Menschen überhaupt, die lügen, spielen glücksspielen, alles was deren Religion sagt, nicht machen, machen sie, okay, lügen dürfen sie eigentlich, ja, das ist ja keine keine Sünde, aber ich meine, die machen doch alles falsch manche essen sogar Schwein versteckt ich schwör's dir, und da machen kein Ramadan, weißt du, wie viele Muslime ich kenne die Ramadan nicht machen, die Türke sowieso die Türken essen auf der Straße, die rauchen Zigaretten habt ihr das gar nicht gesehen, oder nur ich, Leute dass die Türken gar nicht fasten, die meisten die brauchen natürlich nicht die heutigen Türken sind die kein Ramadan, die ungläubigsten Muslime auf der Welt ja, nee, die sind modern, Bruder nee, nee, die haben schon die haben schon alles hinter sich, und die wissen, was da los ist, die wissen, dass der Islam falsch ist, und deswegen die leben, ihr Leben, finde ich okay nee, das gibt auch aber manche, manche, die das ist diese AKP-Leute, das ist diese AKP-Leute ich habe viele gesehen, ich habe viele gesehen, einfach weil sie sagen, okay, wir arbeiten wie, ist ja auch normal, zum Glück machen sie das, das ist auch ihre Gesundheit das ist nicht normal, dass du mit ohne Wasser mit ohne Wasser, dass du ohne Wasser 18 Stunden bleibst, das ist doch gefährlich für deine Nieren ich habe gesehen, letztens die Krankenschwester hat gesagt dass viele Muslime, meistens Muslime kommen mit Stein in den Nieren, im Ramadan haben die zu viele, weil sie zu wenig Wasser trinken Reinhold, Babu, bist du auch für einen Christen ein Ungläubiger? Ich weiß nicht Bruder, weil ich weiß wirklich nicht, was jetzt Christentum darüber sagt, weiß ich nicht Ich sage das so du bist natürlich kein Christ, ja aber mein Gott hat keinen Gefall an den Tod der Ungläubige sondern viel mehr, dass er umkehrt und gerettet wird und bis der Tod ich sage euch ganz klar Kehrtum aber ich bezeichne also du glaubst ja an Gott und es gibt nur einen wenn du sagst, ja ich glaube nicht im Christentum, du kennst nicht, du glaubst nicht im Islam, aber für mich gibt es nur einen Gott und dieser einen Gott will euch retten und er liebt euch alle und so in dem Sinne ich muss mein nächstes lieben wie mich selbst und darum ich liebe euch, dass ihr alle umkehrt und den Herr Jesus annehmt Danke Bruder für die Erklärung R.K das Schlimmste ist sie zwingen sogar ihre Kinder zu fassen ja man sie zwingen ihre kleine Kinder zu fassen nein das ist normal, das ist gesund wenn Allah sowieso schreibt das kann doch nicht Schlechtes sein die gehen, ey Leute ihre Art und Weise ihre Logik und ihre Art und Weise die Sachen zu analysieren die gehen nicht davon aus, okay gucken wir, ob Fasten gesund ist wenn es nicht gesund ist, dann hat Allah kein Recht nein, die gehen von dem Punkt, dass Allah hat immer Recht und er kann nur Recht haben und wenn er nur Recht haben kann, das bedeutet dann dass der Fasten nicht schlecht sein kann also wisst ihr, also die die argumentieren falsch wie nennt man das, das ist halt ich kenne das nur auf Arabisch wie nennt man das dass du halt in einem Zyklus Argument siehst zum Beispiel sagst du Allah hat den Koran geschickt du sagst ihm, was ist der Beweis? du sagst ihm, woher soll ich wissen, dass der Koran von Allah ist? er sagt, der steht im Koran, verstehst du? und dann bleibt er nur zwischen Allah und Koran der Beweis nur mit Allah und Koran und dreht sich ihn runter das ist einfach ein logischer Fälschluss man kann nicht so argumentieren man geht nicht davon, Allah um zu beweisen nein, man geht von außen um Allah zu beweisen ja, zirkuläre Beweisführung danke schön Frank, danke schön ja, zirkuläre Beweisführung das heißt ja äh sorry, weil wie gesagt, ich habe das nur auf Arabisch die ganzen Sachen gelernt ja, das muss ich mir auch zirkuläre Beweisführung ja, es ist ein Naar und Dairi welche war das auf Arabisch? ja, istidler Dairi Dairi, ja diese Rundung, ja ja richtig zirkuläre Beweisführung ja, wenn man die Wörter immer nicht auf Deutsch spricht man vergisst sie dann irgendwann und man hört die, weißt du, dann kommen die wieder hoch das war das das hier wusste ich nicht, das ist so auf Deutsch heißt wusste ich nicht, weil ich habe es noch nie benutzt ich kann es nur auf Arabisch, habe ich auf meinen Debatten auf Arabisch benutzt, aber auf sechstum essen hallo f.k ja Gottes Segen an alle Gottes Segen Schwestern hallo, grüß dich ich muss mir sagen, ich liebe euch auch alle meine lieben Geschwister alle und ähm ja ich habe das jetzt gerade gehört und wollte kurz was dazu sagen einige wissen das schon von den Geschwistern äh in der Grundschule wo ich gearbeitet habe vorher wo ich jetzt nicht mehr arbeite da habe ich äh ja sogar Kinder also Hass unter Kindern gesehen muslimische Kinder haben mich als schmutzig beschimpft weil ich Schweinefleisch esse und das musste ich mir als Erwachsene anhören das war wirklich nicht leicht und Kinder untereinander dass sie gesagt haben ja Christen sind doch vom Teufel und ähm ein Kind hatte mal eine Kreuzkette an und die ist bespuckt worden und die muslimischen Kinder haben gesagt ja das ist normal weil die Christen kommen ja vom Teufel und sowas habe ich da gehört und also da denke ich mir wie kann man als Eltern den Kindern sowas beibringen ja ich habe gesagt wir müssen alle respektieren es ist egal wo wir herkommen was wir sind aus welchem Land aber äh die waren so schon äh ja wie soll man das nennen äh verbissen so verbissen von ihnen so wüten über diese Menschen ja die waren schon so die haben eine Gehirnwäsche bekommen schon in diesem Alter das hat man gemerkt ja Schwester du musst dir vorstellen die lernen das nicht von den Eltern die Eltern Entschuldigung die Eltern bringen dir durch den Koran alles bei weil sowas was du jetzt alles erzählt hast steht alles im Koran dass sie uns als Affen als Schweine als Nidjes alles benutzen deswegen der Koran aber Bruder ja aber der Widerspruch Schwester aber der Widerspruch die fühlen sich minderwertig diese Eltern guck mal die fühlen sich hier minderwertig sind sie ja auch die sind nicht produktiv meistens die Mutter sitzt nur zu Hause arbeitet selten wir wissen wie das funktioniert und die haben dann eine Minderwertigkeitskomplex und um das zu kompensieren sagen sie für deren Kinder der Islam ist das Beste was es gibt der Islam macht euch besser egal auch wenn diese Leute mehr Geld haben auch wenn sie mehr Wissen haben auch das allein von Islam das Beste was diese Menschheit gesehen hat versteht ihr und das macht dieses Problem dass diese Kinder quasi Faschisten sind aus ihrer Kindheit schon aber darf ich noch was sagen ich sage es war das Problem Entschuldigung das Problem ist dass aber in der Schule selber Islamunterricht stattfindet und dass da schöne Dinge erzählt werden die aber zu Hause nicht erzählt werden weißt du da wird der Islam so schön geredet nur die schönen Sachen raus gesucht und dann zu Hause kriegen die dann die anderen Sachen schau mal schau mal mein Sohn ist zu mir gekommen und hat zu mir gesagt dass Christen geschlagen werden und da habe ich gesagt wer hat das gesagt dann hat er mir gesagt wie er das gesagt hat dann habe ich gesagt nein das ist böse ein Muslim der ein Christ schlägt ist kein guter Mensch dann hat er gesagt ja aber die Person hat so und so gesagt und dann habe ich gesagt nein das stimmt nicht das ist sehr böse Mensch das macht man nicht schau mal ich treffe Leute ich habe schon Kinder getroffen die zu mir gefragt haben bist du Christ und ich habe gesagt nein weil damals war ich Muslim und dann hat er gesagt ja gut weil Christen sind Schweine und ich sehe das jetzt bei meinem eigenen Kind die kommt und so Sache sagt dass Christen geschlagen richtig ist weil sie dreckig sind wie siehst du und das ist der Punkt die Leute sie lernen das schon und mein Sohn ist Fünfjähriger also stell dir vor wenn dein eigenes Kind kommt und so einen Scheiss erzählt weil er die hören das egal ich will nicht darüber sprechen so genau detailliert aber das ist der Punkt dass ich nur das Bruder die sagen denen ist kein Fleisch die nicht geschlachtet ist das ist Haram ne du musst Kopftuch tragen belästigen die Mädchen in den Schulen die machen schon Dauer ab sechs sieben Jahren schon in den Schulen sollen alles ändern und alles wie wir vormunden ja da waren tödliche Kinder bei uns die haben ein Mädchen beschimpft ein kleines Mädchen das waren neunjährige Kinder die haben gesagt was du machst ist Haram da habe ich gesagt hör mal mein Freund ist das dein Ernst was du hier sagst lässt du das Mädchen bitte in Ruhe also ich solche Sachen und Bruder wieder du machst genau das Richtige du musst deinem Sohn immer sagen dass das einfach du musst ihm einfach die Liebe zeigen vom Herrn und auch ihm sagen dass das böse ist weil gut dass er dich hat sag ich mal ja gut dass du ihm das sagst gut ich bin kein Muslim mehr es wäre Amok gelaufen in der Schule wenn mein Sohn mir sowas sagt wenn er ganz genau die haben sowas auch zu meinen Kinder gedacht diese Abschlücher die haben mein Kind auch terrorisiert ja von wegen das Haram Schweine ist Haram darf man nicht essen ja und alles was nicht Muslim ist muss Muslim werden später die sind Kofar oder was weiß ich ja die Eltern erzählen zu Hause die Kinder nehmen dieser gute Ruf von Eltern an ja genau ja wenn sowas passiert Entschuldigung wenn sowas passiert sollte das Jungsamt alarmiert werden das ist eine ernsthafte Sache das Kind wird ja radikalisiert der mischt sich in andere Gelegenheiten der bevormudet Leute und der ist nicht mal alt genug um überhaupt nicht eine Meinung zu bilden warum machen sie das nicht ja ich habe direkt die Polizei eingeschaltet radikalisierte Kinder auch radikalisierte Familien dass die Kinder dann weggenommen werden am besten keine Lust mit dieser Leute Diskussion und denen helfen vielleicht irgendwo anders dann ja weil das geht nicht und dann auch die Eltern dafür bestrafen finde ich nein ja richtig das ist nicht Schuld von Kindern das ist Schuld von Eltern ja ich bin auch direkt zur Direktorin gegangen weil die beiden Jungs die das so gesagt haben und gemacht haben ich habe gesagt ihr dürft niemanden anspucken und dann haben die so geflüstert ich habe gesagt ja was flüstert ihr denn da ja wir dürfen das nicht sagen dann habe ich gesagt ja was denn sagt mal ja ja der Teufel war ja Christ und deswegen haben die Christen verdient dass man sie anspuckt und als ich das gehört habe bin ich sofort zur Direktorin gegangen und ich hoffe die hat wirklich was gemacht weil die sagen das ja dann nicht aber ich hoffe die haben Angst guck mal was sie in Schweden gemacht haben die haben die Kinder weggenommen und dann kam eine Frau und weil ich ja Arabisch kenne die müsst ihr euch vorstellen die arabische Sendung spricht die Frau anders ne als vor den äh 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 schwedischen Medien die sagt ja meine Tochter wollte nur doch was Nettes machen die wollte ein bisschen Dauer die hat sich Sorgen um ihre Mitschüler gemacht dass sie in die Hölle landen seit sie neun war die Tochter hat mit neun angefangen ne sie trägt schon den Hijab mit neun sie fing an ihre Mitschüler zu belästigen ist kein Fleisch allgemein kein Fleisch weil das nicht geschlachtet ist nicht nur Schweine die sind noch radikaler die Menschen keine Sorgen die haben genug Schweine gekriegt von mir Duna ich habe es 15 Jahre lang muslimische Schweine gegeben Duna alles halal Bruder komm rein Alatallah Aleikum Alajdadak ist sehr gut gemacht aber du hast sie nur gesund gemacht du hast sie nur gesund gemacht du hast sie nur gesund gemacht und dann hat sie dann angefangen zu sagen ja sie haben das Kopftuch tragen die haben dann die Mutter angerufen die Schule die haben eine Versammlung gemacht die Administratorin die Lehrer der wusste ey hören sie mal ihre Tochter hat sich nicht solche Sachen einmischen die Eltern haben unterschrieben was ihre Kinder essen oder nicht essen sollen ihre Tochter soll sich da rein einfach nicht einmischen die terrorisiert die Kinder die Kinder gehen nach Hause weinen wenn wir wirklich in die Hölle landen wird uns Allah wirklich bestrafen und sind terrorisiert ja die hat die ganze Schule mit terrorisiert die Tochter das steht euch mal vor also die Tochter die hat das weiter gemacht bis elf jahre zwei jahre lang hat sie das weiter gemacht sie hat nicht damit aufgehört weil es also irgendwann müssten sie doch das Kind wegnehmen ich meine die haben die ihr das gesagt mit neuen die hat wieder gemacht die haben die haben alles möglich versucht trotzdem hat sie nicht aufgehört bis elf oder zwei jahre lang dann habe ich das Kind genommen und die fing zu beleidigen die nehmen unsere Kinder weil wir Muslime sind die sind gegen den Islam was hat meine arme Tochter gemacht die wollte doch den Menschen nur was gutes tun das ist doch nicht schlecht wenn sie sagt es ist kein Schwein es ist doch so Allah sagt doch das Schwein verboten ist sie denkt nur weil sie das glaubt das ist ja auch die Wahrheit das ist ja gerechtfertigt ne die Mutter gerechtfertigt auch noch aber weißt du Babu ich habe gehört dass ich weiß nicht gestern in einer Schule oder in einem Kindergarten ist schon kein Weihnachtsbaum mehr das fand ich auch echt sowas von unmöglich wegen dem genau genau irgendwo da weil das die Muslime beleidigen würde haben die kein Weihnachtsbaum und kein Weihnachtsschmuck mehr gemacht oder so deswegen glaube ich dass die Schulen ja halt immer mehr damit diesen Sachen einverstanden sind ich kann das nicht verstehen also keine Ahnung dann sind die Kinder nicht mehr fleißig in der Schule wenn die sowas mitbekommen und solche Themen reingehen ja das halt muss man direkt Polizei einschalten ich finde die Religion gehört nicht in der Schule das ist meine Meinung ja guck mal das ist das ist ein von Christen und die haben recht auch eigene Religionen in der Schule sitzen und der Weihnachtsbaum hat nichts hier zu suchen weil das Islam ist alles terroristische Religion ganz einfach was ist besser Weihnachten oder Schlachtfest was ist besser für die Kinder zu sehen Weihnachten oder Schlachtfest Geschenke Weihnachten schön ja ist schön ja ist schön man bekommt Geschenke man hat Liebesgefühle überall herrscht Liebe die Leute sind Freunde ist doch schön Bibel zeigt Menschenliebe aber doch nicht dieser ja dass man einfach mindestens einmal im Jahr miteinander liebevoll umgeht und freundlich und so ist doch schön einmal im Jahr machen die Leute das und das stört sie doch auch und die die Schlachten das ist auch nicht das freiwillig wer ja fassen kann fassen wer ja nicht keine sagt du bist Kaffer oder was weiß ich meine Eltern meine Eltern die haben mich gezwungen den Lamm zu schlachten ey noch als Kind wie sollen diese Kinder dann erwachsen sein wenn sie erwachsen sind haben Blut sie sind daran gewöhnt mit Blut mit Messer zu schlachten die haben schon sie erschreckt ja gar nicht mehr keine Wunde dass sie Terroristen werden dass sie einfach mit Messer stechen und so dass es für sie ganz normal ist was ist besser dein Kind ein Fest von Liebe beizubringen oder ein Fest wo es geschlachtet wird wo Blut und wo Messer und wo den ganzen Müll rein ist Entschuldigung Leute ich verstehe das nicht vor allem die Deutschen jetzt ob das jetzt die Schulen sind oder Kindergarten wie sie sich dieses frohe Fest quasi dieses Baum die schon seit 500 Jahre existiert und glaube ich Evangelisten haben das im Programm gesetzt mit diesem Baum einfach über in jedem Haus sollte jede Weihnacht sollte immer ein Baum stehen quasi das ist einfach ein Ritual über Fruchtbarkeit über Liebe über das vor allem jetzt dass sie das abschaffen wollen das kommt bei mir nicht im Kopf rein nur weil blöd 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 dieser typ da unten vielleicht wieder so ein videos laufer lassen wie leute wie leute abgeschlachtet werden das ist schon mal so vorurteilshaft tik tok hat tik tok hat grad einen bang man muss seine Kamera an und aus machen damit man sonst nicht runter gekickt wird zweitens das ist so das ist so privativ wenn du jetzt anfängst direkt zu sagen ja er will mir Videos zeigen oder sonst was warum kannst du dich nicht mit dem Islam anfreunden aber du heißt doch Seyfullah al-Beslul du weißt doch wer Seyfullah al-Beslul ist ja klar das ist Khalid ibn al-Walid der hat doch einen Kopf von einem Typ gefressen was sollen wir von dir erwarten wo steht das dann bring mir die Quelle blöd blöd steht überall dann bring mir die Quelle genau ich bin dann Khalid ibn al-Walid du hast doch die Busche und lest dich du hast Internet geh doch rein und lesen nein 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 so läuft das nicht bring mir die Quelle wie soll das laufen ich bring ihn warte mal Sekunde Leute die Geschichte guck mal ist bekannt ich kann ihn jetzt einen wahl schicken da steht Sekunde in mehrere Bücher steht das der hat Malik ibn al-Walid getötet seinen Kopf gekocht und gefressen vor den Arabern um den Schrecken zu machen dann hat Mohammed gesagt Allahumma ibn al-Ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid dreimal und das war das richtig wo steht das wo steht das in Ibn al-Kathir und in Ibn al-Asir beide und auch mehrere andere in welchen Bändern welchen Buch welches ja da muss ich gucken ja das ist einfach so hergesagt ich hab dir gesagt ich hab dir doch gesagt wie das ist nein nein du hast doch gelesen das musst du doch dann wissen lüge 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 das ist eine lüge okay okay ich du bist bist du Sunnah Sekunde bist du Sunnah oder Schi'i ich bin Sunni natürlich Sunni okay ich beweist dir das mit einem Video von einem Imam der al-Azhar studiert und da als Imam ist diese Geschichte was Bruder Babu gesagt hat das gebe ich das glaubst du es dann imam mit der Quelle dazu mit der Quelle dazu Al-Azhar das ist nicht ein groß machen und dann mal das ist dein Buch ja guck mal guck mal hast du jemals versucht hast du jemals versucht normal ranzukommen guck mal du hast du nicht mal hallo wie geht es hier sonst was ich bin reingekommen Digga ich werde direkt attackiert was erwartest du von mir was erwartet du hast doch so früh gesagt dass es nicht stimmt du hast gesagt das stimmt nicht aber warum kommt das stimmt warum ich bin ja in deinen Augen ein Hinterwettler ich bin ein Araber nein 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 ich bin ein Hinterwettler nein das ist nur Takiya einfach Takiya ich kam rein du hättest genug hallo gesagt guck mal wir sagen hallo seit 15 Jahre wir nehmen hart von verdienen von islamische Bruder aber die nehmen nicht an wir sind Teufel der heißt Seyfullah der will schlachten der heißt Seyfullah das Schwert von Allah der will schlachten der will hier machen einer auf Amen ihr habt mich dies gemacht ihr habt mich nicht verstanden ich heiße doch nur Seyfullah ich heiße doch nur das Schwert von Allah ich bin ganz friedlich wirst du mich verarschen wir kennen wer Seyfullah al-Maslul ist das ist Khalid ibn Walid wir kennen die Geschichte was wieso ich sagte dir nur wer das ist woher soll ich das wissen wer das ist stimmt mal Bruder wir beleidigen hier keinen Araber ich bin auch Araber hier gibt mehrere Araber im Chat keine beleidigen Araber schau mal mein Bruder er hat ein Bild er hat ein Bild wo die ganze Welt islamisiert ist er heißt Seyfullah hat ein Schwert und also mein Bruder Taqiyah bis er die Oberhand hat Taqiyah natürlich Taqiyah das kennen wir doch soll ich das Video kurz zeigen genau diese Geschichte mit ihm mit Seyfullah nicht zeigen nur hören glaube ich ist besser oder er erzählt ja darüber er erzählt ja darüber der 1 zu 1 wie du gerade erzählt das Bruder wie ein Kopf geschlachtet hat er hat drei Steine gestellt und Feuer gezündet hat einen Topf genommen und auf diese Steine gestellt und dann den Kopf rein ich kenne doch die Geschichte ich kenne das das habe ich vor 20 Jahre gelesen und wenn er so den Bild hat und so einen Namen trägt dann ist er auch eine Terrorist was heißt Seyfullah und eine ganze gehört die ganze Welt deinem Allah jemand darum sage ich werde ich werde ab und zu wirklich denke ich ab und zu weist du werde ich Muslim einfach um diese Leute verfluchen aber ich muss sagen Gott segnet euch Gott segnet euch ich mag der Herr Jesus euch segnen das sage ich sogar gerne aber nur zum den Unterschied zeigen weist du einfach 15 Sekunden Muslim einfach per fluchen alles mögliche und dann wieder Krisen Die kommen auch gegenseitig nicht klar. Eine ist rechts, eine ist links und die gehen dann andauernd auf sich los. Darum sage ich, weißt du, wir sind 15 Sekunden Muslim und uns den Unterschied zeigen, weißt du, Muslim, da verflugst sie und alles mögliche, weißt du, und dann bist du wieder Christ, möge der Herr Jesus euch segnen. Wieder Luca, shalom, wer ist erstmal ein richtiger Christ, danach können wir weiter reden über Israel. Ich bin ein richtiger Christ. Einmal ein bisschen. Du bist der Heuschler auf TikTok und meint, wer ist Christ. Ich bin ein Christ, du bist kein Muslim, Anwar. Kannst du Arabisch, oder? Nein, kann ich nicht. Nein, also, ich sage einmal bitte für mich, was muss erfüllt werden, damit deine Schahada gültig ist? Du Käfer, komm. Du kleiner Scheisser, Mann. Erkläre mir hier, was muss erfüllt werden, damit deine Schahada gültig ist? Du bist, du bist der größte Heuschler auf TikTok und du bist nur wegen Geld hier. Erkläre mir, Anwar. Erkläre mir, Anwar. Bitte wartet bitte schnell. Anwar, erkläre uns hier, was muss erfüllt werden? Ich erkläre dir gar nichts, Mann. Eben, siehst du, weil du ein Käfer bist und du nicht einmal das weißt. Du weißt es nicht einmal. Du bist nur wegen Geld. Du weißt es nicht einmal. Leute, Anwar, wieder locker. Was ist los? Hä, dieser wieder locker, der stichtet nur, wenn der ein Christ ist, bin ich der größte Heuschler auf TikTok. Er ist doch niemals ein Christ, Mann. Ich spreche mit Aldo mit grosser Respekt. Jesus, warte schon. Ich spreche mit Aldo immer mit grosser Respekt. Aber du bist einfach nur ein Kaffir, Aldo. Du bist ein Käfer. Du weißt, mit Christentum nichts zu tun. Du bist hier nur wegen Spenden, Mann. Gib's zu, Mann. Gib's zu, Mann. Was soll ich zugeben? Wieder locker soll zugeben. Voll. Er ist ja immer so am Platz drüben und das nur bei mir. Sag uns, was muss es erfüllt werden, damit eine Schahada gültig ist? Wieder locker reden. Wir haben euch nicht gehört. Besser mehr mit Minuten. Wieder locker reden oder ich mach weiter? Ich möchte nur von Anwar wissen, okay? Er sagt immer, kommt immer, hier mit grosser Mund. Er soll uns erklären, was muss erfüllt werden, damit seine Schahada gültig ist? Wenn er nicht das erklären kann, ist er ganz klar ein Käfer, okay? Soll ein richtiger Muslim, weil ich bin kein Muslim mehr, sofort Tick für auf ihn machen und sage Käfer, Käfer, Käfer. Punkte, Bruder. Kannst du weitergeben? Erstmal, du kannst keinen zum Käfer erklären, du Oberkäfer. Heuchler, der du bist, der nur von dem Geld von Christen hier aus ist, ja? Der extra seinen Spendenlink rein tut und der nur die Christen abzieht und hier einen auf Christ tut und einen auf, ja, ich bin der Beste von euch und so. Ich bin der größte, scheinheiligste Vollidiot auf TikTok. TikTok sportlich. Und hat mit dem Christentum, Wallahi, gar nichts zu tun. Er ist nur hier, um euer Geld zu nehmen und schlecht über den Islam zu reden und dafür bezahlt ihr den auch mehr nicht. Und er muss mir nicht sagen, was einen zum Muslim und was einen zum Käfer macht, ja? Du hast doch vom Islam nicht mal was zu tun. Und ihr seid so dumm und fällt auch noch auf den herein. Subhanallah. Wie doof kann man nur sein? Wieder locker hin oder her. Mach deinen Spendenlink weg und du bist lange kein Christ mehr. Redet hier über den Islam und will unsere Religion schlecht machen. Nein, er ist angeblich mal ein Muslim geworden. Der hat noch nicht mal Ahnung von Sachen, wie man richtig betet und will uns erzählen, dass er mal ein Muslim gewesen ist. Und will einen hier zum Käfer erklären auch noch. Oh ja, du will der. Bete mal weiter deinen Jesus an. Barakurafikum achwan. Soll ich weiter machen? Soll ich mal diese Leute, die ihren Hintern nicht mal waschen wollen und sagen, was Islam ist und was dies, das ist. Und bleib bitte höflich in den Islam. Ich bin höflich. Ich bin gegenüber denen höflich. Nein, aber in dem Islam gibt es kein Hinterwaschen. Es gibt drei Steine, es ist Dichmar. Drei Steine abfischen gibt es in dem Islam. Es ist Dichmar. Kennst du Lich Dichmar, Schorot, ist Dichmar oder nicht von deinem Islam? Weißt du, wie man sich denn hinten abgewaschen hat oder nicht? Mit drei Steinen. Mach Mikrofon an drei Steine. Es ist auch Wasser. Wenn man aber kein Wasser hat, ist es zu ziehen. Es gibt nur Steine, keine Wasserbude. Nein, nur Steine. Es gab also kein Wasser. Ja, da hast du auch was falsch verstanden. Deshalb bist du auch zu Christ. Ich bin nicht Christ, ich bin nur Ex-Muslim. Die waren ja auch in der Wüste, woher das Wasser? Der hat gesagt, der hat den Typ geschickt. Schickt mir, gib mir drei Steine, um mich abzuwischen, den Hintern. Der hat ihnen einen Stein gebracht, einen Knochen und einen Mist, getrockneter Mist. Dann hat die Mohamed gegeben und zurückgegeben den Mist und den Knochen. Er hat ihm gesagt, das ist Essen vom Dschinn. Er hat gesagt, das ist Essen vom Dschinn. Also von den Dschinn. Ja, bring mir andere Steine. Es gibt nur Istijmar mit drei Steinen. Das ist das ganze bekannt im Islam. Also wenn du Istijmar nicht kennst, dann bist du auch kein Muslim. Jesus, willst du was sagen, Bruder? Jesus. Ja, der hat auch nicht so viel Ahnung. Er tut alles, dass der richtige Muslim ist, aber der hat keine Ahnung. Null Ahnung. Er hat auch von Eltern genommen, du bist ein Muslim, du sollst beten und fasten. Denn mehr weiß er nicht. So, das Einzige, was er sagt, du bist ein Kaffee. Was hat Eltern beigebracht? Von zu Hause ein paar Satze. Mehr nicht. Er hat keine Ahnung von Islam. So, deswegen lohnt es sich nicht, auch mit ihnen zu diskutieren. Ihr werdet andauernd verlochen und Ausdrucker sagen. Ja, er hat keine Ahnung. Guck mal, steht nicht in deinem Buch Steht oder steht nicht. Was bedeutet das? Tote, die Unglaubliebe, egal wo du sie immer findest. Ich kann sogar solche Fakten nehmen bis morgen. Islamische Fakten. Unser Thema hat mit Christen oder mit Politik nichts zu tun. Wir erzählen Islamisierung und Terroristen. Was wir hier aufklärung haben. Wir haben auch eine Aufklärung von islamischen Fakten. So, er kann sich dazu äußern, aber mit Respekt. Wir diskutieren seit so langer Zeit miteinander. Kommen viele Leute und gehen, aber immer mit Respekt. Wir haben alle Beweise vom Koran, alles von Hadith Al-Bukhari. Wir haben alles schon durch. Ich bin ein Ex-Muslim, ich habe alles schon durch. So, sie können sich dazu äußern. Ja, Anwar, ich muss dir sagen, mein Lieber, du bist sehr, sehr arm und blind im Kopf. Tut mir leid für dich. Wir haben festgestellt auch, dass du nicht hochintelligent bist. Im Gegensatz zu deinem Bruder Fahmi, der mittlerweile schon wisst, dass er dein Bruder ist. Du bist ganz andere Nummer. Mit Fahmi, er weiß natürlich, was er redet. Der redet auch nicht 100 Prozent, aber der ist viel lockerer als du. Der hat keinen Hass. Ich weiß nicht, wo du das her hast. Du kannst es nur, denke ich, nur von deinem Koran sowas gelernt haben, mein Lieber. Und mittlerweile, dass du Luca jetzt so beleidigt als Kafir und so, lieber spende ich mein Geld an so einen wie Bruder Luca, der alles Gutes tut und die Wahrheit predigt, anstatt eine Moschee zu gehen und das Geld an eine Moschee zu geben und dir das Geld an den Touristen spenden. und da Waffen zu kaufen und die Leute zu bekämpfen. Deswegen, du, wenn du hochkommst, bitte bring Quelle. Ohne Quelle mach dich nicht mehr lächerlich. Du bist schon tausendmal hochgekommen zu christlichen Streamen. Ich habe dich noch nie in einer Debatte oder irgendeiner Diskussion, wo du mir eine Quelle gezeigt hast. Du kannst nur beschimpfen. Du tust immer der Harmlose. Du tust immer das, das, aber du bist ganz anders. Du bist eine schwarze Schlange bist du. Und im Gegensatz, was du sagst zu Jesus, am Jesus anbeten, hör mal Jesus in deinem Koran, du verehrst ihn, der wird 95 Mal erwähnt, wo Mohammed nur einmal erwähnt ist, auch nicht Mohammed, sondern Ahmad. Ahmad, der die Kleine genommen hat, der seine Schwiegertochter genommen hat und seine Tante, und er hat eine Tote genommen. Wie kannst du sowas mit einem Mann vergleichen an Gott, der keine Sünden hat? Also, er hat zu mir gesagt, zuerst, dass ich mein Popo nicht wasche. Ich wasche mein Popo mit Wasser und Seife. Okay? Nur so eine Information nach jedem Stuhlgang mit Wasser und Seife. Aber schau mal, was dein Prophet, dein Lieblingsprophet, gemacht hat. Es wurde gesagt, okay, Sant'Allah, du vollziehst Voodoo aus dem Brunnen, in dem die Körper von Hunden, Menstruationslumpen, Müll, Fallnis und viele andere Sachen, wer den anderen hat diese erwähnt. Ich kann alles zeigen. Mach weiter. Er hat gesagt, das Wasser ist rein, und es wird durch nichts und rein. Mach so wie dein Prophet Voodoo. Mach Voodoo wie dein Prophet. Und dann komm wieder hier, du Käfer. Du kannst gar nichts antworten. Nichts kannst antworten. Okay? Du Tachutdiener. Du weißt nicht einmal, was es erfüllt werden muss. Du bist hier in der Land der Kufers. Okay? Dienest du der Tachut? Beugst du dir der Tachut? Und der Prophet hat gesagt, du musst es ablehnen, sondern bist du kein Muslim. Du bist hier, machst dich eins mit den Kufers. Okay? Und du bist dann einer von ihnen. Du bist kein Muslim. Du bist nur ein Käfer. Und alle anderen Muslime, die nicht Tachfir auf dich machen, die sind alle selber Käfer. Okay? Wer nicht Tachfir auf einen Käfer macht, ist selber ein Käfer. Und jeder, der mit dir zusammen ist, ist selber ein Käfer. Mach wie dein Prophet Voodoo. Ja, das ist dein BRBida'a. Die Brunnen heißt Bida'a, Freunde. Genau. Ja, heißt Bida'a. Okay? Mach dir Mut auf, ich bin sauber. Du bist gar nicht sauber, Mann. Sehr wahrscheinlich duschst du nicht einmal und machst hier eins auf sauber. Mach mal diese scheiß Dings aus, Mann. Mikro, äh, Mikrofon aus. Also diese Dings aus, ist kein Problem. Also Bida'a, Luca, du hast eine ganz schön große Klappe, das kennen wir ja, aber das steckt aber auch nichts dahinter. Ja, nee. Und Jakobus, du bist du so am Labern. Also Jesus hat gesagt, ihr sollt euer Brot auf Menschenkot backen. Zeigt das in der Mäne. Normalerweise heißt das hier, Jesus hat gesagt, du sollst deine Feinde lieben und die, die Sprüche, sollst du segnen. Steht nicht in deine Propheten, dass deine Propheten eine Klappe und seine Sohn haben mit Lohr. Bitte, bitte. Nicht alles zusammensprechen, bitte. Steht das alles nicht? Ihr dürft heiraten mit drei Jahren und einen Tag? Ist ein Lügen. Das ist ein Lügen. Rabbi Rashi ist die Quelle. Beweis mit Quelle. Ey, herauf zu lügen, herauf zu lügen, herauf zu lügen. Hey, mach bitte wieder, mach bitte wieder, ich rede das mit zwei Minuten und ich zeige die Quellen. Während ihr lügt, ich zeige Quellen hier. Nein, nein. Bravo, danke. Deine christliche Takir, du wisst genau, wo die Quellen drinsteht. Ja, ich bin auf sowas gerade nicht vorbereitet, aber was ich euch sage, steht ansonsten kann ich euch auch gleich die Quellen gerne bei mir zeigen oder ich kann die gerne gleich aufmachen. Ja, Jesus sagt, ihr sollt Brot auf Menschenkacke backen. Danach konnten die das nicht mehr essen, die haben gekauzt. Danach hat er erlaubt, das auf Tierscheiße zu backen. Jesus hat sich gerne auf Knaben gelegt. Ja, euer Vorbild, euer bestes Vorbild. Vergewaltigung ist bei euch erlaubt. Ja, und wenn ihr sagt, Altes Testament und so, Hebräer 10, 28, ihr dürft das nicht verwerfen. Ja, ihr grabt selber in eure eigene Religion. Die Frauen dürfen bei euch nicht mal erben. Ihr wisst gar nicht, was ihr da überhaupt glaubt. Ihr müsst weg von diesem Glauben. Ja, das ist ein Irrglaube und Paulus, alles, was er euch gebracht hat, der hat euch angelogen. Und dass ihr überhaupt selber daran glaubt und das verstehe ich auch nicht. Und subhanallah, wenn ihr in eure eigenen Glauben grabt, ihr holt noch hundertmal schlimmere Sachen heraus. Subhanallah. Und ihr seid die größten Heuchler, dass ihr so was überhaupt alles glaubt und zulässt und so weiter. Und eure Frauen, die hier die Bibel verteidigen, die haben doch von der Religion keine Ahnung. Sonst würden wir wissen, dass sie dort weniger behandelt werden, also weniger wert sind als ein Hund. Diese Quellen haben wir euch auch alle schon gezeigt und diese Quellen sind bei uns und der Jakobus, der hier die ganze Zeit so eine Scheiße labert, genießt mal hier die Quelle von Lukas, wo er sagt, ihr sollt eure Feinde, ihr sollt die segnen. Ja, und wenn sie euch fluchen, sollt ihr sie eigentlich gut behandeln. Und das, was ihr hier gerade macht, ist auch nicht mal christlich. Und subhanallah, ich weiß gar nicht, was ihr da im Islam überhaupt versucht zu suchen, wo eure Schriften hundertmal schlimmer sind. Ja, grabt selber lieber bei euch, denn da kommt echt Sachen raus, da bleiben einem die Haare auf den Händen stehen, ja. Subhanallah. Ja, ne, lasst mich darauf vorbereiten. Also hättest du gesagt, deine Bruder, dass du zum Babu Ex-Muslim gehst, hättest du dir gesagt, lass es sein. Frag deinen Bruder Fahmi, der kennt mich, frag ihm, ob ich Ahnung habe oder ihr Lügen erzähle. Frag deinen Bruder einfach, ob ich weiß, was ich sage oder nicht. Und wie viel Ahnung ich habe und wie viel Wissen. Anwar, ich muss dir sagen, ich muss dich enttäuschen. Guck mal, man merkt, dass du wirklich deine Schriften nicht gelesen hast. Wenn du deine Schriften gelesen hättest, hättest du nicht gesagt, dass Paulus lügt, weil deine Schriften, Johannen und der andere und Paulus steht da, der Prophet, verstehst du? Der steht bei euch in euren Schriften. Und zweitens, wer die Tora und den Injil ablehnt, der lehnt automatisch seinen Koran. Das steht doch alles bei dir. Deswegen, wie kannst du erstmal unsere Bibel und die Tora erstmal angreifen? Und das mit dieser Rebekah, das haben wir schon tausendmal euch gezeigt. Es gab Brüder, die das berechnet haben, die das gezeigt haben und wenn du mir sagst, Rebekah, es ist drei, zeig mir die Zahl drei, ich werde jetzt Mosle. Zeig mir einfach nur die Zahl drei, das will ich mal sehen. Und wie du auf so eine Rechnung kommst, ich verstehe das nicht. Deswegen, du drehst alles, du musst ein bisschen lesen mal leben und zeigen, nicht einfach reden. Du musst zeigen, wenn du zeigst, Wallah, dann glaube ich dir. Aber weil du nicht zeigst, lügst du automatisch, weil du keine Ahnung hast. Deswegen, ich bin sprachlos. Es gibt nichts mehr, was wir nicht mehr gezeigt haben, was wir nicht mehr geredet haben, aber irgendwie kommt das in deinen Kopf nicht rein. Und außerdem, wenn wir Kuffar sind, was machst du hier? Nimm dich und nimm deine Familie und geh doch nach unten. Da liegst du genau wie ein König, da kannst du vier Frauen hier geben, da kannst du deine Töchter, ob du hast oder nicht, an 50, 60-jährige Männer geben, die mit vier anderen Frauen noch dabei sind. Oder kannst du alles machen, da bist du frei, da bist du in Scharia. Aber ich will hier nicht in Europa. Was machst du hier in Europa? Also, dann zurück zum Thema, er hat gesagt, er wurde hier Spendel zusammen. Er hat hier kein Spendel zusammen, aber die größten Spendel zusammen sind die Muslime und die stecken ihr Geld all in den Sack. Okay, wie viele Imame und alles Mögliche. Okay, die Leute, die Spendel zusammen, das sind die Muslime die ganze Zeit. Okay, ich sehe überall Spenden, Spenden, Spenden. Okay, und auch wenn ich Spendel zusammen würde, wo ist das Problem? Okay, also ich habe hier keinen Link zum Spenden, gar nicht, ich weiß nicht, worüber du sprichst. Es zeigt einfach, dass du nur ein Lügner und ein Besessener bist wie dein Prophet. Okay, du bist ein Lügner und ein Besessener wie dein Prophet. Ich habe schon vorher gesagt, es wurde gesagt, okay, Santa, lass du vollziehen, wo du aus dem Brunnen, in den Körperteilen von Hunden, Menstruationslumpen und Milch geworfen werde. Es sagt, Wasser ist rein, wirst du nicht so rein. Mach wo du wie dein Prophet. Und dann glaube ich, dass du ein Muslim bist. Dann hast du erzählt, wegen Kuhmist. Ich habe Hunger in meinem Leben erlebt, ich weiß, wie das ist, nicht zu haben. Ich habe sogar eine Hunde-Ration essen müssen, weil wir nichts hatten. Und ich würde auch das hier essen, wenn ich Hunger habe. Kuh Mist Kuchen. Kuh-Düng-Kuchen. Ich würde das nicht, ich schäme mich nicht, weil ich weiß, wie das ist, Hunger zu haben. Okay? Ich habe in meinem Leben Hunger gehabt. Und glaub mir, ich würde sogar das hier essen. Aber in der Bibel steht darauf, Brot backen, wie in vielen muslimischen Ländern, wie in vielen muslimischen Ländern gemacht wird. Es wird auf Kuh-Dünger Brot gebacken und gekocht. Aber du hast keine Ahnung vom Leben. Du bist nur hier und lügst. Eine Lüge nach der anderen. Nichts kannst du beweisen. Nichts, wie immer. Nur Lügen. Anwar, Bruder, du bist dran. Anwar, entstumm dich. Anwar, du musst dich entstummen, Bruder. Wie gesagt, das steht in euren Schriften. Und wenn ihr wahrhaftig seid, dann ihr wisst, wo das drinsteht, dass ihr euer Brot auf Menschen backen sollt. Und was du erzählst, wie der Luka, vielleicht in einigen Ländern machen die das irgendwie, aber ich weiß nicht, was du da gerade, woher du das hast, dann zeigt die Quellen. Das sind aber dann, wenn schon Christen, die haben die Bibel gelesen, als Vorbild genommen. Und das steht in euren Schriften, in euer Buch Gottes, da steht drin, ihr sollt euer Brot auf Menschenkacke backen. Das steht schwarz auf weiß da drauf. Und was du von deinem Mund von dir gibst, das zählt sowieso nicht, Jani. Und das mit den Spendenlink, das haben die Leute über dich gesagt, wie der Luka sammelt Spenden und so. Ansonsten, du hast mit Christentum wirklich nichts zu tun. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mit dir überhaupt rede, Jani. Und das mit Quellen und so, da steht alles bei euch drin. Ihr wisst das ganz genau. Sonst würde ich das jetzt auch nicht hier sagen. Ich habe es gelesen bei euch. Wenn ich mich darauf vorbereite, dann kann ich euch das gerne zeigen. Ich kann es jetzt hier gerne raussuchen für euch und dann blamierst du dich. Wo zeigt, wo steht das? Und du weißt genau, wo das steht. Ja, subhanallah. Und wie gesagt, bei euch ist alles Mögliche erlaubt, was Menschenverwerflich ist. Ja, nur ihr seid irgendwie blind. Und Allah hat euch blind gemacht. Deshalb glaubt ihr blind an diese Schriften. Ja, und womit ihr auch, ihr seid ganz schön, ihr werdet ganz schön persönlich. Jakobus auch. Subhanallah. Wobei euch, eure Schrift sagt, wer flucht oder andere, der ist aus der Religion raus bei euch. Ja, ne, war der Klaufig. Seht ihr, Jungs? Ja, Anwar, also wirklich, ich muss dir nochmal sagen, zu dem Hadith Jakobus, dass er nach Scharia leben soll. Brauchst du schnell den Hadith? Ja, der kennt das schon. Jetzt habe ich das nicht hier öffentlich sein, sonst muss ich das aufmachen, mein Dings. Aber der weiß schon, Bruder, der hat schon so viel, er hat schon so viel Information bekommen. Du kannst ihn, wenn Mohammed runterkommt, sagt, pass auf, ich bin Mohammed und ich habe das und das und er sagt, nein, du bist das nicht, das war der Idee der Mohammed. Du kannst ihm sagen, was du willst, das Problem, da kommt bei nichts im Kopf rein. Weil er schämt sich, weißt du, nach dem Motto, die haben so viel Scheiße gebaut, so viel Mist gebaut, die Muslime, dass er sich dafür schämt, dass er sagt, pass auf, die haben damals gemacht, ich präsentiere noch die. Deswegen, er schämt sich dafür, der weiß nicht, was er da sagt, deswegen nehme ich ihn auch nicht übel. Und über diese Code, was du da erzählst, der Code ist einfach quasi wie eine Kohle. Die haben damit Brote oder ihr Essen, das war einfach quasi wie ein Zündungsmittel war das. Wenn du das noch nie gesehen hast oder gehört hast, trotz, wenn du aus Tunesien kommst, hast du sowas noch nie gesehen. Das verstehe, guck mal, man sieht das auch bei der Araber, wo die mit Kuhscheiß oder Kuhkamele ihr Brot und sowas als Glüh benutzen. Deswegen weiß ich nicht, wie auf sowas kommt. Und dass du so viel immer wieder auf den Herrn Jesus Christus eingehst, ohne Beweise. Das ist so, so traurig. Weißt du, das ist so traurig. Zeig mir irgendeine Zeile, wo Jesus Christus gesündigt, was Schlimmes gemacht hat. Gibt es nicht in unserer Bibel. Aber in deinem Koran, wo Mohammed am einen Tag 70 Mal zu Allah gebetet hat zur Verzeihung. Er wollte immer verziehen werden, weil er hat so viele Sünden gemacht. Er wusste nicht mehr, wo er ist. Deswegen, dass du immer sagst, Jesus, Jesus, lass doch, wenn es auch ein Mensch ist, was dir da sagt. Aber dieser Mensch hat nie was Böses gemacht, im Gegensatz zum Hamad. Also, vielen Dank. Ich spreche mit Quälen. Er labert hier nur. Die ganze Zeit. Aber da habe ich mich daran gewöhnt, mit Anwar. Jetzt, Spenden. Als Muslim habe ich so viel Geld gespendet. Es wurde viel Spende gesammelt. Wenn ich das mache, ich weiß nicht, warum du darauf, warum du da verwerflich findest. Wirklich nicht. Ich kann nicht verstehen, warum du verwerflich findest, wenn ich Spende sammle. Das ist so. Also, ich spende zur Zeit keine. Also, ich sammle kein Geld. Ich habe einmal da link geteilt für Kinder, die gestorben sind. Zum Beispiel durch einen Bruder von euch. Kinder in Palästina war das. Die ein Video gemacht hat. Das habe ich gemacht. Dann habe ich auch einmal Spende gesammelt. Ja, das ist so. Aber, das machen ihr euch alle auch, ihr Muslime. Und, ich verstehe nicht, warum du mich da angreifen willst. Also, das stört mich überhaupt nicht. Dann, ich spreche mit Quälen. Das ist Hezekiel 12. Jeder kann hier lesen. dass Gott befiehlt, der Prophet, sein Brot auf Menschenkot zu backen. Und dann sagt der Prophet, oh Herr, ihr habt doch noch nie etwas Schlechtes gegessen. Und dann sagt er, okay, dann tust du anderes, also auf Tier misst backen. Menschensohn, du sollst dein Brot mit Zittern essen und dein Wasser mit Frucht und Sorge trinken. Und du sollst zu dem Volk des Landes sagen, so spricht der Herr von den Einwohner Jerusalem im Land Israel. Sie müssen ihr Brot mit Sorgen essen, ihr Wasser mit Entsetzen trinken, weil das Land verdorrt wird, seine Fülle verraubt wegen der Gewalt tat aller derer, die darin wohnen. Anwar. Ich bin wieder dran. Also ich wurde auch hier hochgeholt, dass ich die Quellen nicht parat habe. Aber er weiß schon, er hat es auch vorgelesen. Das steht da drin, also wiederum Jakobus, du kannst sagen, was du willst. Es steht bei euch drin und wenn ich was Falsches sage, dann würde mich man hier auch schon korrigieren. Wie gesagt, ich wurde hochgeholt und wieder locker, das was du so sagst, aufzulügen, mit deinen Spenden, du hast Spenden für dich gesammelt, das haben auch deine Glaubensbrüder hier gesagt. Ja, nee, und ich weiß das auch ran, als erster Quelle, aus erster Quelle. Und Schwamm drüber, aber auch scheißegal jetzt. Okay, gehen wir nochmal zum Brot hin, und zwar, was die, wenn man das Brot, ja, also wenn man diese Dünger als irgendwie Brennstoff benutzt, das ist was ganz anderes, was Jakobus gesagt hat, die haben das auf der Menschenkot, und die konnten das nicht verkraften, die haben sich davon übergeben, ja, und dann hat man denen erlaubt, das auf Tierkot zu backen, ja, ist euer Gott nicht allwissend, dass der weiß, dass Menschenkot scheiße ist, also nicht gut ist, und die Leute davon massenhaft krank wurden und davon gekotzt haben, ja, Subhanallah, und das ist nicht das einzigste Verwerfliche, was in der Bibel ist, die Bibel ist komplett, Subhanallah, egal wo du da reinguckst, ihr wollt bei uns graben, bei euch steht hundertmal schlimmer drin, und Jakobus als Arameer oder was du auch immer bist, du weißt, in der Bibel steht drin, 20.000 Arameer hinrichten lassen, ich weiß gar nicht, was du überhaupt in dieser Religion zu suchen hast, und zwar er hat Maß genommen und die danach so hingerichtet, andere Leute von dir sagen, ja, das war halt eben ein Befehl für Ungläubige, ja, dann weiß man ja direkt, wie man als Ungläubiger bei euch behandelt wird, Subhanallah, grabt nicht bei uns, bei euch in hundertmal schlimmere Sachen drin, und verlasst das Christentum, kommst zum Islam die Wahrheit, Allah auch, Al-Ana 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 richtig, du musst halt wissen, wir haben den neuen Bund, alles andere ist hinter uns, ich gehe jetzt auch, wie ihr das macht, ich werde auch nur noch jetzt mit einem alt Testament mit euch sprechen, Auge und Zahn und Zahn anders versteht ihr das nicht anscheinend, wenn du hier, sage ich jetzt, über Kot, über Scheiße sprichst, das ist ein Wort, wo du drüber lachst, aber was ist, wenn ich dir sage, habe das vorhin erzählt, was ist, wenn ich dir sage, dass Mohammed sein dreckiges Wasser, wo er damit Voodoo gemacht hat, sich gewaschen hat, seine Schuhe gewaschen hat, seine Genitalien und das Wasser hat er die Leute verteilt nach dem Motto, das ist ein Segen, wer das dreht, der wird nie krank, das ist eklig, also wie kann das bei euch sein, dass ein Prophet angeblich der von Allah kommt, der seine rechte Hand ist, sich wascht, seine Füße, seine Genitalien und seine Haare schneidet und so weiter, alles in dieses Kanister mit Aisha zusammen und dieses Wasser gibt den Leuten wie eklig ist das denn und du sagst wir sind nicht sauber wer macht den Voodoo wer wäscht denn sein hinter von hinten bis zu seinem Gesicht mit einer Hand ohne Seife dazu mein Lieber das ist ekelhaft da muss man drüber sprechen aber du kannst mir nicht sagen wie Brot gemacht wird wie wie das gebacken wird das ist alles hellere wand mein Lieber schau was dein Prophet was Mohammed gemacht hat und außerdem über der Aramea da brauchst nichts zu sagen weil wir haben uns selber Fleisch gebissen wir haben dein Koran geschrieben mein Lieber wenn du noch nicht weisst wir haben deinen Koran geschrieben so jetzt bin wieder da also nur einmal Anwar ich weiss dass Christen mich angreifen hier das ist nichts Neues für mich ich weiss dass Christen die größte Heuchler sind hier auf TikTok Christen greifen Katholiken Orthodoxen Freikirchler alle greifen mich hier an ok das weiss ich habe ich Spender gesammelt ja einmal habe ich Spender gesammelt ja es ging ob es speziell ich schäme mich nicht dafür verstehst du kein Problem aber ich weiss dass Christen Muslime holen um mich anzugreifen dass Christen mich angreifen dass Christen wenn ich mit einem Christen debattier bin sie holen gerne Muslime und mich anzugreifen und mich probieren fertig zu machen aber nichts was ich mache schäme mich ich habe nicht gesagt ich bin hier keine Ahnung was ich habe auch nicht gesagt dass ich so ein sauberer Mensch bin wie du es ist mir scheißegal was die Leute über mich denken die Leute sollen mich sagen was sie wollen aber ich bin hier und spreche über die Bibel ich habe hier vor mir Hezekiel 12 zeige mir deine Lügen hier drin ich habe gesagt Gott hat zu dem Prophet gesagt er soll das machen es ist kein Befehl an Christen Gott hat zu dem Prophet gesagt weil die Christen und diese Menschen so dreckig sind die sogar ihre eigenen Geschwister angreifen soll der Prophet das aus Zeichen machen und der Prophet hat gesagt mein Herr ich habe nie was Schlechtes gegessen oder Schlechtes gemacht dann hat Gott schon gesagt okay dann tust du das auf Kuhmist machen auf Tier Mist und wie gesagt ich weiss was bedeutet Hunger zu haben ich würde Kuhlade essen Kuhbrot essen ich würde essen wenn ich Hunger habe du weiss nicht was wieder Luca ich fange gleich an zu heulen dass du das alles so so Jani gut verpackst das konntest du schon immer so deine Spendenaktion ist für was ganz anderes aber scheiß schwamm drüber man du greifst an man greift dich an das ist normal aber zu anderen Sachen die Herkobus hier waschen unsere Hand hinten und dann waschen wir unsere Gesichter mit vielleicht machst du das hast du das vielleicht bei den Eltern abgeguckt oder so Muslime waschen sich vorne nach dem Toiletten Gang und dann hinten und wir waschen dann ganz normal unsere Hände und danach wenn wir so machen müssen machen wir so wenn wir waschen fünf Tage also fünfmal zum Gebet unsere Hände unsere Füße unser Gesicht alles ganz normal und Subhanallah so willst uns hier was beibringen man wir dürfen noch nicht mal mit dreckiger unterwäsche beten bei euch ist alles scheißegal man greift uns nicht an grab bei euch und du grabst hundertmal schlimmer egal was ihr über uns sagt eure Quellen haben hundertmal schlimmere Sachen Subhanallah ihr reicht alleine schon dass Vergewaltigung bei euch erlaubt ist 50 Schekel muss der dem Vater geben und kann die dann heiraten und die darf sich nicht mal scheiden lassen egal was sie macht Frauen dürfen sich bei euch nicht mal scheiden lassen Subhanallah ihr müsst entweder Trick 88 machen die für ihr sagt sie geht euch dann halt eben fremd und wenn sie euch fremd geht dann könnt ihr die scheiden lassen ja also bitte diese Religion ist nicht für den Menschen gemacht Gott des Christentums wenn man das Gott nennen kann es von Menschen hand geschrieben hat überhaupt nichts weiß überhaupt nichts von Menschen und ist nicht für die Ewigkeit und alle Frauen sollten die Bibel nicht verteidigen kommt lieber zum Islam dort ist Liebe echt die Nächsten Liebe und nicht wie bei euch alles rum gehorchelt braucht hier keine Hilfe ne wie war das wurde ja ich kann Ihnen auch jetzt Quellen zeigen wo bei Ihnen natürlich das sogar mit kleinen Kinder gemacht werden darf mit kleinen Säuglinge gemacht werden darf kleine Mädchen auseinander geserfetzt werden und so weiter das kann ich dir alles zeigen wenn du möchtest du musstest nur einfach ja sagen wir können gleich den Timer ausmachen in Ruhe und dann zeige ich dir Kapitel für Kapitel oder Hadith für Hadith laut deiner Schriften wie Mohammed das alles gemacht hat ich werde dir auch sogar zeigen dass Mohammed seine eigene Tochter mit ihr rum gemacht hat dass er seine Zunge in ihr Zunge reingesteckt hat das werde ich dir auch zeigen in Ruhe man will nur Zeit und Geduld haben und du musst das annehmen weil das von deiner Schule ist mein lieber und wenn du das verherrlichst dann sage ich nur Halleluja du machst nichts anderes was dein Prophet nicht gemacht hat ich habe kein Problem damit nur so hoch will ich nicht kommen ehrlich zu sein weil mit dein Bruder diskutieren wir ganz andere so ein lieber ehrlicher Mensch sage ich gegenseit zu dir das finde ich so traurig ich weiß nicht man merkt es dass du mit ihm noch nie gesessen hat du siehst ja meistens immer deine Moschee wo du lügen darfst du darfst uns fünfmal als Heuchler als Belügen und uns als Kaffern nennen aber Gegensatz zu deinem Bruder wie gesagt ist ganz anders schade dass du nicht so bist aber irgendwann wirst du aufwachen aber ich hoffe das wird nicht zu spät es wird nicht zu spät mein lieber ja ich habe eigentlich nicht mehr so viel zu sagen aber ich habe schon alles erzählt für dich also du bist so wenn ich für mich spenden sammeln das erlaubt mich die bibel ok so wie die muslimen auch spenden sammeln ok nur einmal ich weiß dass Christen mich angreifen hier tagtäglich nennen mich Kinder des Teufels falscher 50er ich hätte der Heilige Geist nicht ich weiss das alles aber schau für mich ist ok jeder kann sagen was er will weil ich weiss eine Sache wir alle werden unsere knie vor der her jesus christus beugen wir alle und ich sehe hier wer Geld verdienen will schlussendlich hast du jetzt 3000 jünger dörpies ich gönne es dir aber dein prophet wurde exorziert weil er besessen war ok gabriel kam zum prophet und fragte hast du dich beschwert bist du krank der prophet sagte ja gabriel sagt in dem name of allah i exorger you von everything weil dein prophet besessen war so wie du besessen bist wie gesagt die christin greifen mich tagtäglich an nicht nur muslim auch christin auch christin macht mich überhaupt nicht aber dein prophet war besessen wie du besessen bist ok und dann sehen wir es gibt kein unter neu bei dem nicht ein jinn teufel ist sie die gefährden sagten gesund er auch bei euch der auf sagt ja weil du ein jinn in dir hast und du besessen bist wie dein prophet besessen ist bist du auch besessen man muss exorzismus bei euch machen ok man muss euch den teufel aus der nase ziehen man muss euch alle ruck machen bei euch exorzieren ok und du kannst labern was du willst ich weiß dass die Menschen Christen mich angreifen wieder locker übrigens mich immer wieder zu lachen hast du das selbst interpretiert dass djinn austreiben tut und so was es gibt arten von seher die man mit prophet gemacht hat und hat von jibreel auch die medizin bekommen und das ist der koran ja und das mit deinem exorzist und sowas ich weiß nicht woher du hast hast du das von jesus oder von euren schriften oder so ja ihr habt nur mit besessenen leuten zu tun bei euch und das ist ja auch kein wunder subhanallah bei euch geht es wirklich wenn man diese horrorfilme sieht und so die haben das doch das meiste von der bibel und so die bibel ist das haupt drehbuch von solchen filmen subhanallah jane und prophet war der beste mensch der jemals gelebt hat und wenn du guckst jane eure schriften die nur kriege befehlt haben und die nur sachen alte testament kommt immer gegen die muslime zum vorschein ja wenn es darum geht muslime zu töten oder muslimen etwas anzutun sprich irak libyen und alles wo ihr dort eure schändlichen sachen gemacht habt im namen des christentums im namen jesus wo wo bush sagt we do this in the name of jesus christ ich weiß nicht ob du das überhaupt auf englisch verstehst mit deinen drei gehirnzellen und jakobus tut so einen auf schlau und so das wissen wir doch schon längst der redet ja ne der redet schlauer als der ist subhanallah ich kann euch nur eins legen jungs christentum und ist eine sehr gewalttätige religion ihr könnt froh sein dass hier nicht die christliche scharia herrscht würde die christliche scharia herrschen ja die frauen haben sich ihre rechte hier erstmal vom christentum hart erarbeitet und was sie die bibel verteidigen verstehe ich das nicht ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr nur mit dein bibel nur mit dein muhammad ist der beste ich will ich mal sehen wie die scharia hier herrscht wie du deine töchter dann halt einen 50 jährigen gibst mit mehr töchtern in ein haus das will ich mal sehen dass du nicht deine töchter das gut schönste wünscht wenn ein man vier frauen hat den will ich mal sehen dass er vier frauen ernährt ich kann du nicht mal ernähren ich kann du nicht sauber machen wie willst vier freund heutzutage das die scharia hände abhacken und so und der prophet erzählt da lese ich dir kurz was vor mit deiner surah 3 140 guck mal was momo sagte wenn ihr eine schlampe erledigt habt so habt ihr auch dein feind ähnlich erledigt so sagt dein freund dein prophet gegensatz zu unseren herrn unser herrn sagte in matthäus 5 38 bis 40 sagte ihr habt gehört dass ich gesagt habe auge um auge zahn um zahn ich habe gesagt ich sagte euch widersteht nicht dem bösen sondern wenn jemand dich auf deine rechte back geschlagt wird dann bete auch für ihn deswegen ich bete nur für dich wirklich dass du aus diesem dunklen finsternes loch tunnel wo du kein licht siehst Junge du hast gar keine garantie dass du in dein paradies kommst ich bete für dich dass du zu uns kommst nimm den herrn jesus christus an nimm ein licht das ist deine zukunft und wie ein spruch unser bruder luka wieder immer sagt verlasse den islam das ist wahnsinn was du da machst das ist der teufel in sich du betest einen teufel an muhammad war verhext der war verteufelt merkt dir das doch junge zu aller herz jakobus einer wie du war verhext er zweite sache ihr seid mir ist das egal wer von euch irgendwas macht aber ihr könnt nicht über religionen debattieren oder über religionen euch lustig machen während da millionen von anhänger sind und die auch dadurch vielleicht verletzt werden sauer werden aggressiv werden ja wenn ihr doch wenn es euch doch wirklich darum geht hey weißt du was ich möchte jemanden vom christentum überzeugen oder hey weißt du was ich möchte jemanden vom islam überzeugen dann bestimmt nicht auf diese art und weise was denkt ihr über wem ihr eigentlich redet würdet ihr jetzt wirklich so auf der straße gehen und so mit euren nachbarn reden wenn ich jetzt ein muslim bin ich bin jetzt muslim und einer von euch ist mein nachbar würdet ihr euch wirklich so trauen mit mir dann so zu reden würdet ihr nicht wisst ihr warum weil hinter dieser hinter dieser internetwelt haben schon sehr sehr viele wahres ich aus dem fenster geschmissen ich lege euch nur eine sache ans herz das letzte mal kam ihr kennt den bestimmt der hat frieden geschlossen und wenn ihr mit mit frieden kommt man bringt dem frieden entgegen respektiert doch einfach die anderen religionen einfach nur respektieren und wenn jetzt einer von euch sagt ja wir müssen den aufwecken ihr müsst scheiß ihr seid nicht hier als propheten gesandt worden dass sie überhaupt irgendwas machen müssen respektiert menschen und andere personen und andere glaubensgruppen und hört auf gott zu spielen hört auf damit das geht an alle seiten weil es geht gar nicht mehr klar alter was hier auf tik tok abgeht jeder ist hier der übelste papst geworden und der übelste keine ahnung was hört auf mit dieser kacke ihr sitzt alle auf tik tok und macht einen auf übergelehrte das funktioniert nicht wenn ich jetzt was über christentum sage ein christ fühlt sich verletzt wenn er was über islam sagt ich fühle mich verletzt was wollt ihr damit bezwecken was wollt ihr damit erreichen ja von meiner seite war es das kannst mich wieder weg machen dankeschön für die zeit danke ich wünschte mir ich werde mich jetzt nicht einmischen weil das ist zwischen christ und muslime das ist meiner dings aber ich möchte gerne dass ihr zwei muslime nochmal zurückkommt wenn ich hier bin und vielleicht wir auch debattieren oder unterhalten können es wäre wirklich schön ok also zum ersten mal sich trauen ich habe keine Angst von euch ok mir scheißegal was ihr hier für scheiße labert wenn ihr wollt kommt und bringt mich um wenn ihr so mutig seid visabillallah ok kommt bringt uns um das ist ja das was euer koran befiehlt ok ihr seid heuchler für mich heuchler ihr wartet bis ihr genug seid damit ihr überhaupt kämpfen könnt ok das ist die reine wahrheit ok und ich lüge nicht ich zeige hier quellen ok arm war da der besessene ok spricht die ganze zeit der jäger den scheiß ok über die bibel aber ich habe hier gezeigt das ist sahih muslim 2100 86 und da steht dass muhammed besessen war und exorziert wurde ok das ist eine reine tatsache das ist keine lüge er war besessen und er wurde exorziert ok wenn ihr wenn ihr euch was zeige dann könnt ihr sagen was ihr wollt es ändert sich nicht an tatsache dass er besessen war dass er voodoo gemacht hat wo körperteile sind menstruation lappen mühl faulnisse und andere sachen geworfen wird das was war schwarz ich kann alles zeigen und er hat trotzdem wo du gemacht ok lüge ich nein aber anwar lügt über die bibel er lügt hier die ganze zeit über die zeit keine einzige quellen gehört genau zu verlassen das rettet eurer seele null quellen nur labern wieder locker mit deinen billigen 08 15 tricks und so du bringst mich nur damit zu machen man kann rücker machen über einen auch der krank ist und sie brille kam mit surah den nase das ist eine art von sehr die 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 auf unseren propheten gemacht haben ja dass er vergesse ich wird und so und so mit deinen verlogenen sachen wie der lokal die du immer wieder bringst wie alte bücher aus dem regal rausgezogen nochmal aufgemacht nochmal vorgelesen ja werde doch mal erwachsen du steckst im kopf ich weiß nicht wie alt du bist du bist aber auf jeden fall nochmal 15 jahre zurückgeblieben man ja werde mal erwachsen werde mal reifer und bring mal was neues das was du immer bringst du wurdest hundertmal schlafen gelegt und traust dich das immer noch zu bringen aber das ist normal bei so leuten wie dir die gehen heute schlafen und da war doch nochmal was ach ich muss das nochmal mit diesen ruckier bringen und sowas ach gute idee hat vergessen schon was gestern passiert ist das ist typisch und deine religion du nimmst die auch gar nicht ernst was ist tiktok aus was hast du mit dem christentum zu tun du gehst da und machst nur weltliche sachen und so was für gottesdienste oder irgendwas damit hast du doch nichts am rot wir muslimen wir beten fünfmal am tag wir lesen den koran wir rezitieren den koran im gebet was wisst ihr denn von euren schriften keiner kann die bibel auswendig ja wenn du jetzt mir sagst bibel hat aber 80 bänder und sowas ja ihr habt gemischt mit hadith und alles drum und dran bei euch ist doch ihr wisst doch gar nicht mal was richtig und was falsch ist subhanallah ein buch gottes kommt mit 80 sachen willst du einen die bibel vortragen musst du 80 bücher holen oder in einer anderen gruppe 63 oder so ich will euch mal kurz was von der bibel vortragen machen wir hat und haben hier da musst du zwei drei körper und ein Auto kofferraum voller bibel mitbringen damit du die bibel vortragen tragen kannst oder ich sage euch nur noch eins nimmt das ernst das paradies gibt es nur im islam zu den einen muslim jason arz bin ich nicht du und dein vater seid arz wenn du noch mal beleidigst du kriegst den gleichen zurück ich bin nicht so einer wie die eine christen ich lasse mich von so einer wie du ein kafir gekommen hier gekommen ist zum schnorren nicht arbeiten 24 stunden in der shisha bar und andere frauen hinter sie zu besichtigen ich bin gekommen hier zu arbeiten deswegen lass das beleidigen bei mir brauchst du nicht anfangen zu beleidigen ich beleidige drei und vier und fünf mal ist dir das klar zu Anwar du mal lieber du gehst ja ständig immer auf Jesus ich gehe du gehst ständig auf Jesus ich habe dir vorhin gesagt oder ich erzähle das noch mal kurz weil das wiederholt sich nur noch alles ich muss jetzt alles zeigen das werde ich dir auch gleich ausmachen zeige ich dir alles dass Mohammed die Juden ich sage nicht Sarsour Sarsour Mohammed er hat die Juden und die Christen so manipuliert so fertig gemacht dass er quasi ihr versprochen hat wenn ihr für mich stirbt und wenn ihr mir Geld gebt werde ich euch Grundstücke im Paradies geben im Paradies guck mal diese Vorstellung hat er die Leute verarscht und sag mir wenn du mir beweist dass du garantiert ins Paradies gehst ich will die Suche von dir haben und ich zeige dir das Gegenteil dass du nicht ins Paradies kommst weil als Paradies Typ musst du jemand töten was du die ganze Zeit hier vorspielen wirst als als Märtyrer kommst du mit dem Blut der Christen oder der Jungen der Kaffer in deine Haut als Zeugnis für dich kommst in dein Paradies sonst hast du vor der Brücke wie die Penners warten hast du keinen Eintritt nicht du und nicht die Frau ich will von dir zu 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 haben ich weiß nicht was sagen soll der Bruder hat hier schon eine normale Rede diese leute hier dieses tiktok rambos diese putin wieder ihr schämt euch nicht aber ehrlich also wir haben gesehen nur einmal seit ich Anwar kenne er sagt ich bin nicht bereit ich bin nicht bereit ihr habt mir vorbereitet ich bin hier wir sind hier wir sind hier nimm deine sache vor ich habe meine sache gezeigt dass dein prophet besessen war besessen und du sagst du kommst immer das gleiche besessen exorziert exorziert dein prophet war besessen und du gibst zu dass er besessen war ok jeder muslim hier sagt es nicht so schlimm besessen war dein prophet besessen er hat einen teufel in sich ok und das ist der beweis er hat einen teufel in sich und das ist muslim 2114 a und du sagst ich würde weltlich leben und keine ahnung schau mal ich sage die neue ich weiß dass christian mich angreifen dass christian mich hier beleidigen mich verleumden wie ihr muslim ich weiß das ok und ja ich wollte eigentlich mein tiktok löschen weil ich habe genug mit leuten wie euch zu sprechen aber es gibt genug gute muslim die die wahrheit wissen wollen und den islam verlassen das ist so und mein leben ist mein leben schau dein leben an schau dich in spiegel schau deine sünden an weil dein platz wird die hölle sein und dass dein platz die hölle sein wird warte bis die nächste runde werde zeigen dass dein platz die hölle sein wird weil du ein okay ich werde das beweisen hier vor alle dass du also wieder locker du nennst mich ein käfer du gesellst Gott auch einen sohn bei und du sagst Jesus ist Gott auch bei euch ist Gott drei er wurde wieder verschont und wurde ans Kreuz genagelt wie wie wollt ihr euer Gott noch erniedrigen subhanallah also für euch ist so ihr habt hier in der dunja das paradies aber das ende wird für euch düster sein und das hollenfeuer sein wenn ihr nicht zum islam konvertiert und ihr seht subhanallah dass bei uns leute konvertieren ja in einer woche sind vier leute konvertiert in einem tag zwei jani zeigt uns das mit euren gekauften möchtigen ex muslim also ex muslime die des islam ja eure ihr müsst lügen ihr müsst taqiyah machen ihr müsst leute bezahlen und in den chat holen damit die so tun als ob ihr ex muslime sind ja und was von sich geben angeblich neun jahre muslim angeblich fünf jahre angeblich 20 jahre die wissen nicht mal wie man vernünftig betet die wissen gar nichts vom islam ja nicht schämt ihr euch nicht mal solche leute hinzuholen und die von euch irgendwie was weiß ich was ihr denen gegeben hat wahrscheinlich die leute die käuflich sind geben sich eher mit paar euros zufrieden und ihr seht bei uns ihr seid so neidisch auf unsere religion so neidisch bei uns ist alles echt und die konvertieren und die hören uns monatelang zu und subhanallah und die haben die Sachen von euch das ist keine religion ein gott der füße wäscht zieht sich nackt vor den jüngern aus was wollt ihr dort greift uns über ein paar haditha an die noch nicht mal sah ist subhanallah und alles was dem koran widerspricht nehmen wir sowieso nicht an und ihr habt eure hände sowieso überall werdet ihr auch ihr predigt nämlich für die hölle ach bin ich schon wieder dran ach ach ich bitte für dich aber ich muss dir sagen ich persönlich ich kenne kein loyaler moslem kenne ich nicht ich habe so viele zu tun gehabt ich habe immer wieder die Typen studiert ich konnte wie Mohammed sagte ich kann in deinen Kopf reinschauen habe ich in deinen Kopf reingeschaut und deine Kollegen es gibt kein netter moslem wenn er die scharia will und du bist kein netter mensch du zeigst hier notakia junge ich lese dir aus dein buch aus deiner surre 551 wo er sagt nehmt die christen und die juden nicht als als beschützer die beschützen nicht gegenseitig und wer sie als freunde nimmt der wird selber als kafir als kafir wirst du verurteilt junge laut dein hadith bukhari sagt der sarsour momo sagte der prophet sagte dass kein moslem für die taten eines ungläubigen bestraft werden sollte also für dich ist das stolz wenn du mich umbringst das ist für euch das dein zeugnis deswegen was machst du hier im habibi nimm doch deine familie und deine leute und geh weg und was du sagst so viele sind konvertiert worden ja zum christentum das glaube ich dir da gebe ich dir recht ich habe das heute habe ich das erzählt ich kenne so viele muslime kurden und jetzt sagst du das sind keine muslime das sind genau muslime wie du die anderen alle ist die wissen dass der satan da lauert und die retten sich alle die wollen alle den helles licht haben mein lieber ja ja kann ich dir so viel erzählen also er hat gesagt die menschen nehmen den islaman was interessiert mich wer den islaman nimmt schlussendlich waren ja muslim haben den islam verlassen und das machen viele die islam nehmen sobald sie sich richtig informiert sehen hier habe gesagt ich werde zeigen dass Amwar für die hölle erschaffen wurde ein unschuldiges kind und er sagt ich also ja ich habe nicht so viel Zeit hier steht einfach darum für die hölle erschaffen er erschufzt sie für die hölle aus neun länder ihres vaters waren und Amwar spielt hier ganz groß bei bei dem außer dem es keinen Gott gibt die jenige unter euch handel wie die zwischen ihm und das paradies nur die entfernung einer elend bleibt wie Amwar er kommt hier bin ich so gut aber plötzlich die schrift des schicksals ihn bewältigt und er beginnt wie die bewohner der hölle zu handeln und so in die hölle eintritt wie du Amwar ein Käfer macht hier eins auf Muslim aber du bist ein Käfer und kurz vor deinem Tod wirst du noch mehr ein Käfer und du landest in der hölle warum weil Allah dich für die hölle schafft und die jenige handelt wie die bewohner der hölle vielleicht ich bis zwischen ihn und die hölle in Entfernung von der ähle bleibt und die schrift schicksal bewältigt und er landet beginnt wie das paradies zu handeln und ins paradies eintritt Amwar du kommst in die hölle aber vielleicht komm im himmel weil Allah dich für die hölle erschaffen hat du Käfer okay mach hier weiter deine Spielchen aber dein Allah hat dich für die hölle erschaffen und dort wirst du sein Jesus Christus ist Gott verlasst Islam rettet eure Seele so liebe Anwar ich wünsche auf jeden Fall Gottes Segen du sagtest gerade eben dass wir predigen und die Menschen in Irre führen dann frage ich dich wo dein Allah war 600 Jahre und die Menschen in die Irre geführt hat wo wir behaupten dass Jesus gekreuzigt war und 650 Jahre später kommt einer und sagt nein er wurde nicht gekreuzigt bist nicht du der jenige der die Leute in die irre führt beantwortet mir bitte diese frage und wenn interessiert dass die Menschen das Christentum verlassen und den Islam annehmen schön für sie sollen sie doch machen der Herr selber sagt in den letzten Stunden werden viele vom Glauben abfallen aber bei euch ist das Problem wenn einer von euren Glauben abfällt der darf Nackentherapie erhalten er darf sich massieren lassen du weißt ganz genau was ich damit meine deswegen hat jeder von euch Angst den Islam zu verlassen und die Wahrheit zu finden ganz einfach das war es von mir ja ich wollte nur sagen ich wünschte du kommst nochmal aber dann nicht um mit Christen zu debattieren oder sonst mit mir es wäre wirklich schön jeder Muslim ist willkommen und es wäre schön wenn ein paar Muslime jetzt auch Anwar unterstützen können Leute wenn Muslime sind ihr könnt gerne Anfrage schicken und ihn auch unterstützen das ist einer gegen drei ist nicht so ganz fair ja das habe ich auch vorhin zu Putin gesagt ich möchte ungern hoch weil es an drei Leute und jeder kriegt zwei Minuten euer Freund kommt hoch ich würde gerne helfen genau ich würde sagen einfach zwei Muslime und zwei Christen bleiben oben sie diskutieren und bitte mit Quellen weil Anwar ist ja seit halber Stunde hat keine einzige Quelle gezeigt und deswegen mein kopf erstens meine leute würden mich deswegen auch haten ja wenn ich jetzt rede ohne dass es wirklich in der bibel drin steht und zweitens christ junior ich habe noch nie mit dir gesprochen aber du hast auch vernünftig geredet dafür kriegst du auch respekt von mir also diese 600 jahre das guck mal gott hat alles prophezeit ja es steht in eurer bibel dass muhammed prophezeit wird ja und wenn Allah ein datum festgesetzt hat dann hat Allah ein datum festgesetzt und Leute die Jesus gefolgt haben wie es dort war und nicht von der später und Leute haben dann Jesus auf einmal für Gott gehalten die haben ihn angebetet nachdem er tot war ja diese Leute die dann Jesus für Gott gehalten haben die sind natürlich im Heulenfeuer und sind bis heute noch die Jesus für Gott halten die Gott einen Sohn beigesellen sind wenn sie nicht taube machen den Islam annehmen im Höllenfeuer ganz einfach laut eure Religion sind wir das auch aber wir haben Jesus bei uns Alhamdulillah uns kann nichts passieren auch wenn Jesus kommt so und so wir haben Jesus bei uns im Koran ist ein edler nicht wie bei euch einfach so der wurde angespuckt musste sein Kreuz tragen und dies und es gibt nichts Sachen was eure Religion nicht mit dem gemacht hat ich werfe euch das nicht vor das sind eure Schriften da steht das so drin ihr könnt nichts ja dann überzeugt mich dass der Islam was Gutes ist dass er was Gutes getan hat dass Momo was Gutes gemacht hat überzeugt mich dann komme ich zu dir aber wir haben dich schon mehrmals bewiesen dass Momo nichts nicht korrekt war gegen Menschen gegen Christen gegen Juden gegen alle Menschen sogar die Frauen gegen die Frauen überliefert von Abu Huraira der sagt der Gesandte Allah sprach eine Frau und einen Hund beschmutzen mein Gebet jedes Mal wenn er gebetet hat wenn eine Frau vorbeikäme und er die angeschaut musste wieder von neu an anfangen zu bieten weil eine Frau ist für den ein Spielzeug kennst du das nicht und dass diese Frauen auch diesen wir wissen dass du nicht lesen schreiben kannst aber dass diese Frauen noch annehmen und so weiter da muss ich sagen die sind wirklich blind da gibt es noch ein Hadith wo Eiche sagt bringt die Frauen das Lesen und Schreiben nicht bei die sollen einfach nur näherin sein also nähen die sollen zu Hause nur bleiben nähen Klamotten nähen und Kinder machen nichts anderes deswegen dass du mir sagst Esklam gut und schön und ich habe das noch nirgendwo lesen können zeig mir ein paar Hadithe zeig mir ein paar Suchen vielleicht kannst du mich überzeugen mehr kann ich nicht sagen ja ich habe da nichts mehr großartig zu sagen aber ich mag es gleich wenn wir gleich den Timer weg haben zeige ich dir viele Hadithe viele Suchen und da können wir darüber debattieren in Ruhe weil es immer knapp mit dieser Zeit dann dass du bist hier in deinem Gehirn die Genste zusammen schraubst SSJ du bist dran Bruder so erstmal ganz kurz Salam Aleykum meine muslimischen Geschwister und hallo an die ungläubigen Götzendiener nur ganz kurz machen wir diese zwei Minuten weg damit die nicht flüchten können dass sie direkt reden können so könnt ihr einfach irgendwas reinwerfen und einfach irgendwas behaupten ohne die Quellen und dann will ich euch direkt widerlegen und so also ich würde auch in zehn Minuten gleich wieder reinkommen und dann habe ich auch eine Frage weil hier als Aramea ich weiß gar nicht wie kann man eigentlich Aramea und Christ sein hast du mal die Bibel gelesen dass Gott befiehlt die Aramea zu vernichten und auszulöschen das ist meine erste Frage zweite Frage kommt eigentlich noch dazu wieso redet ihr einfach wieder unwissend über den Islam her sag mal bitte ehrlich macht diese zwei Minuten weg und danach kommen wir richtig darüber reden wer wirklich getäuscht hat ob Allah im Koran getäuscht hat oder der Gott der Bibel getäuscht hat das schauen wir uns danach in Ruhe an ok aber macht diese zwei Minuten weg weil ich kenne eure Tricks ihr wollt hier einfach irgendwas bla 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 und dann einfach auf die Argumente nicht eingehen also bitte macht diese zwei Minuten direkt weg und dann können wir alle in Ruhe reden wir lassen uns ausreden und dann können wir schauen wer getäuscht hat Gott der Bibel wie in Niremia 4 10 aber die Verse hebe ich mir noch alles auf also ich bin fertig mach die zwei Minuten weg wenn sie das respektieren bruder die schreien alle auf einmal und wir nicht deswegen ich kann auch 5 minuten machen wenn hier wollt das zu lang weil ich kenne diese tricks die wollen einfach irgendwas reinwerfen da wollen sie nicht antworten ich kenne diese leute macht euch keine Sorgen meine erste frage ist nur als arameer weil der hat respektlos geredet er sagt nicht einfach nur Mohammed sondern er sagt Momo er sagt Momo ich habe eine Frage an dich als Arame dass du so minute bleibt ich kenne diese käfer bitte die zwei minuten wieder an damit ich zum wort komme nein 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 niemand macht extra welle niemand macht extra welle ich kenne den käfer krass 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 ihr seid alle erwachsen ihr seid alle erwachsen wir haben hier wir haben jetzt zwei christen jakobus und wieder an war und so sehr sehr zeit zu zweit ich jetzt runter wir sind nicht im ring bruder aber auch damit die kommentare sagen dass ich fünf minuten da bin bitte bleib da okay ich bin fünf minuten da gar kein problem wieder locker und der kobus und dann lasst mich doch ein endlich mal nach schweiz ein man was soll das hier kommt man verschwinde man du bist so ein täuscher man so ein täuscher du bist hier magst du die grisliche bruder und bei dir bist ich wollte ich wollte etwas bringen weil du gesagt hast dass jesus die nacht ausgezogen hätte für seine junge ich wollte zeigen da mach mich bitte groß es ist was ich sage man sie wollte diese zwei minuten wegnehmen weil sie flüchten wollen die ganze zeit flüchten wollte ihr keine antwort auf nichts okay nichts auf nichts hast du geantwortet außer nur gelogen die ganze zeit und das ist genau das was dieser sufian will okay abdurrahman bla 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 ein schmerz also scherze pflegte und mit den leuten sprach und sie lachten und brachte und unterbrachte er sagte lass mir vergeltung üben er sagte nicht vergeltung er sagte du trägst ein hemd und ich aber nicht da hob der prophet sein hemd und der man umarmte ihn und begann seine seite zu küssen dann sagte das ist es was sie wollte umarmen mich umarmen mich du bist einfach nur erbärmlich da kommt der andere da nimm die zeit weg warum kommt nicht warum ihr spreche nur ohne beweise ohne nichts und da kommt die andere nimm die zeit weg weil sie flüchten wer flüchte komm hierher komm hierher wir werden sehen wer flüchtet der bruder soll genug zeit geben und wir gehen auf alles ein wer macht hier umarmt und hemd hoch und bla 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 wer 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 bringt deine quelle mach wie ich dein computer auf deine kamera auf und zeiget eure quellen und und nicht nur bla bla aber okay genau das ist was ich wollte okay einfach nur erbärmlich man da kommt einer hier ja nimm doch die weg nimm doch die zeit weg ich kenne diese leute ich kenne euch ich kenne euch anwar wurde du bist dran anwar du musst zurück ja ich bin wieder da ja jesus hat sich auf den knaben gelegt er wollte natürlich die quellen guck mal wenn ich jetzt lüge ich bin ein lügner und alle jesus hat sich auf den knaben gelegt mund auf mund und hat seinen körper gewärmt ihr wisst was das bedeutet subhanallah will hier einen auf dings reden eure religion ihr wisst das alleine schon erlaubt mädchen zu vergewaltigen und danach bezahlt er den vater mit 50 schekel 20 schekel kosten kartoffel 50 schekel könnt ihr auch schon ausrechnen was das ist gar nichts sie darf sich nicht scheiden lassen von ihm egal was passiert genauso wie eure frauen die dürfen sich nicht von euch scheiden lassen es sei wir nur nach dem buch darf die frau sich nicht scheiden lassen egal was der man macht vergewaltigung der ehe wurde hier erst 1984 abgeschafft subhanallah was redet ihr überhaupt kommt christliche scherriah die frauen sind als erstes die von hier von deutschland flüchten gehen die gehen flüchten wegen eurer christliche scherriah was wollt ihr überhaupt wollt ihr den islam angreifen das geht immer nach hinten los man sieht je mehr ihr über uns herzt die leute kommen interessieren sich für den islam und konvertieren die konvertieren bei uns im live nicht bei euch wie angeblich der war ex muslim angeblich der die hatten vom islam noch nicht mal den bruchteil eines wissens subhanallah da sieht man dass Allah und Allah sagt die wahre religion ist der islam wir haben alle propheten bei uns vereint wir ehren unseren Jesus am kreuz hängt Jesus ist ein edler prophet Jesus ist da auch rasulullah wie muhammad und musa und hört auf so scheinheilig zu tun ihr seid froh dass er du bist noch mal sage ich dir sehr sehr arm im kopf ich zeige dir kurz was was dein rasul gemacht hat damit die auch alle sehen ich wollte nicht eigentlich so weit kommen dass ich das zeige aber anscheinend du hast keine will jetzt zeige ich dir was was dein hamad mit seiner tochter gemacht hat geschweige von seiner schwiegertochter von imam al-said 700 al-arabische der war der sechste imam jetzt lese ich dir kurz was vor war natürlich neidisch die sagte oh momo oh gesandter allah ich dass du fatima deine tochter muhammad auf den mund küsst und deine zunge in ihrem mund von fatima steckst der gesandte allah antwortete ja ich küsse fatima weil auf den mund und stecke meine zunge in ihrem mund rein wenn ich mich nach dem paradies sehe das ist ein paradies an fatima reiche rieche ich den duft des paradies und den duft des tubas baum tubas baum ist ja so geruch baum in dem paradies finde ich fatima ist ein himmlische frau du redest mir von du sagst mir was der islam ist momo hat seine eigene tochter beformelt junge verstehst du das nicht geschweige von der schwiegertochter geschweige von seiner tante und eiche lass mir zur seite und dann sagst mir die frauen die christliche frauen du wenn du deine frau mit einen anderen siehst du musst erst mal vier leute sind dein allah diesen nehmen weil er dieses tat gebetan hat ich weiß nicht warum du immer raus gehst wenn jemand von uns redet du hast gesagt vorhin zu mir dass Mohammed in der Bibel prophezeit wird kannst du mir bitte dafür eine Quelle geben wo der Prophet Mohammed kommen wird 600 650 700 nach Christus dass er kommen wird als ein neuer Prophet dafür hätte ich gerne ein Vers davon und von deinem einem Vers wo du gesagt hast dass Jesus über einen Knaben war und ihn wiederbelebt hat dafür möchte ich auch gerne ein Vers und von dir werde ich gerne wissen in Surah 65 Aja 4 wer die Mädchen sind die noch keine Monatsblutung haben wer ist damit gemeint welche Frauen sind damit gemeint die noch keine Monatsblutung haben würde ich gerne von ihr wissen und bitte ich bitte dich rede mit quellen du gehst raus machst screenshot füge sie bei tiktok hinzu und zeige sie hier so wie ich oder der wieder locker und sprich bitte mit quellen Dankeschön also ss wenn du nicht teilnehmen wirst wenn du sagen wirst mach die zeit weg und ich habe und dann wirst du nicht reden warum kommst du hoch wenn du sagst lass raus warum sagst du lass raus habst dir angst ich habe sie nicht mal geholfen hätte sie geholfen ist gar keine Chance gegen mich nein ich bleibe still weil ich bin und ja ja also wie gesagt ich habe gezeigt wer also er hat gesagt in dem sinn dass Jesus sich ausgezogen hat und darum zeige ich nur was sein Prophet gemacht hat und dann machen wir das Ganze nochmal durch lass mich sagte nicht vergelt er sagte du trägst ein Hemd ich habe nicht da hob der Prophet sein Hemd und der Mann umarmte ihn und begann seine Seite zu küssen da sagte er das ist es was ich wollte Gesand Allah das ist was ich wollte Gesand Allah zeige mir eine Quelle bis jetzt habe ich nur bla bla gehört nur bla bla nichts nichts und das mit Menschen Code habe ich die widerlegt habe gesagt er steht dort auf Menschen Code backen aber hat Gott das gesagt zu den Propheten und nicht zu den Menschen es ist kein Befehl an uns aber das hier das ist was ich wollte Gesand Allah umgearmt geküsst dann sagte er das ist es was ich wollte Gesand Allah schau mal wir können so weit treckig reden oder wir reden gut miteinander ich habe andere Quellen ich bringe es nicht weil ich nicht jemand provoziere aber du hast das gebracht mit Jesus du hast das mit Jesus gebracht ich kann andere Sachen bringen mach weiter wenn ihr so dreckig reden wollt kann ich auch ok ich kann das auch so also da ihr Angst habt und nicht direkt reden wollt dann rede ich so weil mir reichen zwei Minuten für euch alle zusammen also Jakobus ich möchte erstmal eine Antwort von dir warum Gott in der Bibel du als Aramäer warum Gott befiehlt die Aramäer zu vernichten und abzuschlachten dann hast du vorhin ein Hadith gezeigt du Lügner du bist so ein dreckiger Lügner zeig deine Quelle danach wenn du wahrhaftig bist und hier sind 108 Leute drin zeig die Quelle wo unser Prophet die Zunge in den Mund reingesteckt hat du bist so ein Lügner aber was wir sehen können ist in 1. Korinther 7 und lesen wir mal 34 was da steht und geh mal zum Urtext da steht du darfst Sex mit deiner Tochter haben hier sagt es Paulus ganz klar und deutlich wer sich gegenüber seiner Jungfrau ungehörig zu verhalten glaubt wenn sein Verlangen nach ihr zu stark ist der soll tun wozu es ihn drängt wenn es so sein muss er sündigt nicht sie sollen heiraten geht mal bitte auf den Urtext da steht ganz klar Tochter du darfst einfach deine eigene Tochter laut Paulus 1. Korinther 7 36 darfst du mit deiner Tochter Sex haben das Nummer 1 Nummer 2 dann kommt die mit den Hadith von unserem Propheten wo es in einer Schlacht war wo ein Sahabi unser Prophet hat ein Sahabi mit dem Stock geschubbt und der Sahabi wollte sein Recht aber nur weil er in Krieg gegangen ist und nimm dein Recht welcher Führer auf dieser Welt würde sagen zu ein Sahabi zu seinen Gefährten hier bitte nimm dein Recht da hat das Sahabi sein Recht genommen indem er hat seinen Bauch geküsst und hat gesagt das letzte was ich wollte bevor ich in diese Schlacht gehe ist dass meine Haut deine Haut berührt aber schauen wir mal wer Jesus berührt hat das war ein Mann ein Sahabi der Jesus wird massiert und eingeölt bedeutet bei den Juden ganz Körper sie hat auch seinen Schwanz angefasst ganz einfach Jesus wurde eingesetzt Bruder passt auf eure Worte was ihr sagt Leute bitte Anwar du bist dran Bruder bitte versucht ihr andere Wörter zu benutzen keine will wie gesagt ich bin nicht vorbereitet wenn die sich trauen diese Christen die gerade hier sind die so eine große Klappe haben Machen wir eine Debatte und nicht nur drei werden konvertieren an einem Tag es gibt mindestens 5 6 konvertierungen in 2 Stunden wenn die wahrhaftig sind und wir reden bei mir mit Quellen und nicht bei euch wie wir werden gestimmt wir bekommen jetzt ich wurde hier hochgeholt ich bin unvorbereitet ich habe nur dieses Handy bei mir ich bin nicht bei mir zu Hause ich habe niemanden gestimmt ich meine nicht ich meine ich bin jetzt man hat mich hochgeholt ich habe keine Anfrage gestellt ich bin unvorbereitet und das was ich gesagt habe merkt euch dass du hast in den videos ist eine sache davon gelogen bin ich ab jetzt kein muslim mehr und diese christen die hier oben sind sind alle heuchler alle drei der einer erzählt mir was von ja macht kaffee pause ich habe gerade nach was geguckt ja das ist kein problem aber wir debattieren mit 100 christen macht das bei mir das läuft fair ab ich habe hier meine quellen und jeder von euch der sich traut der wahrhaftig ist von euch der sich christ nennt kommt bei mir und wir debattieren darüber und ich werde meinen laptop vorbereiten und meine quellen und wenn ihr danach noch christen seid dann seid ihr keine menschen denn eure religion ist nicht für den menschen gemacht der islam ist für den menschen gemacht und allwissend und bei euch ist jesus nicht mal allwissend und er hat sich nackt ausgezogen und sich den knaben die jungen die füße gewaschen und hat sich dann was drüber gezogen und er hat sich auf einen knaben gelegt und das alles hört euch das an ich bringe die quellen ich nicht flüchten ihr könnt mutig genug mit mir zu bittet du bist ein heuchler du hast keine quelle du kannst nicht lesen du bist ein nix anderes und hierzu abu sofia an dieser labermaschine der der einfach nur mist labert der zieht alles aus dem kontext von dein imam al-zuyoti was du sagst paulus dass er das und das gesagt hat sind ho und ich lege die ich jetzt auch imam al-zuyoti sagt jede frau die sich ein man zu heirat begibt und dafür nicht erlaubnis von ihrem vater und von ihren herren hat ist eine hure so dann frage ich mich in deiner surre 33 50 wo muhammad so viele frauen genommen hat und ohne erlaubnis diese sklaven waren das auch alle huren das will ich von dir sehen es gibt einen anderen Hadith wo sprach als der prophet in ihr haus kam und fragte zu den sklaven gib du mir 4 s ix dann sagte sie wie kann eine königin so ein unzivilierter wilder mensch mich gebe der prophet hob seine hand um ihr zu schlagen darauf invulierte sie und sagte ich suche zuflucht bei Allah vor dir die hatte Angst gehabt von diesem satan weil er einfach zu ihr reingegangen wollte das von ihr haben so sprach er mit einer Stimme du hast zuflucht bei dein gesucht da bin ich das ist da spricht ein reicher die selber Angst hatte wo er ein anderer Hadith ist wo sie auf dem Brust gebruchst hat und ihr so weh getan hat dass die Flecken bekommen hat du folgst ein Nabi der Frauen vergewaltigt und misshandelt hat das kann ich dir beweisen ich ziehe nichts aus dem Kontext ja lieber Anwar das sollte absolut gar kein Angriff sein auf dich bezüglich der Kaffeepause aber wir lieben gern such dir ein Thema aus was du willst aus christlich aus muslimisch suchst dir aus können wir gerne darüber reden diskutieren jederzeit das ist mein Account du kannst mir folgen ich folge dir wir können alles auf ehrliche Basis reden und wie gesagt jederzeit ob es dir ist oder auf meinem Kanal spielt erstmal keine Rolle aber bitte dann mit quellen und von mir aus Bilder oder machst dein Video auf mit dein Tablet jederzeit sag mir einfach Bescheid wir können gerne Babu mitnehmen ich weiß nicht du kannst bestimmt Arabisch weil dein Bruder kann auch Arabisch wir können auch in Arabisch weiter reden und diskutieren und genau wie du machst auf jeden Fall ich bin jetzt erstmal raus Babu okay bruder danke alles gut ich habe vorhin einen chat gesehen jemand hat geschrieben dass hier Hadith verdreht werden also das war nicht ein guter Freund Hamdi sagt dass ich hier würde die Hadith einfach verdrehen ich mache das nicht nur Sahih und der kann sich auch entscheiden Hamdi irgendwo eine Debatte zu machen wo jeder seine Quellen zeigt fragt ihn sagt ihn Babu will mit ihr eine Debatte machen mal gucken ihr werdet sehen dass er Angst hat weil er weiß dass ich arabisch kann und er kann mich nicht tricksen der macht das nur bei irgendwelchen Mädchen die nicht keine Ahnung haben habe les Video gesehen von ihm der hat komplett alles falsch erzählt alles falsch also der verdreht die und wenn er meint der kann jetzt nochmal zu Fion also ich bin Christ deine alten Manuskripte die du erwähnt hast siehst du kannst du bringen aber ich werde dir jetzt etwas zeigen ok das ist die Bibel 1. Korinther 7 Vers 36 das steht nicht wegen Kinder wenn ihr hier Bibel Hub gehen ok steht auch nicht zu von Kinder aber die eigene Kind zu heiraten das ist bei euch hat er gesagt du darfst dein Kind heiraten die Unzucht begangen ist oder gemacht wurde nicht darfst sie heiraten und bunge bunge machen mit dein eigen Kind ok und dann hast du gebracht da wegen ja da was was du erzählt hast vorher aber du wolltest das rechtfertigen dass Jesus hat sie massiert und bei den Juden bring eine Quelle bring endlich mal eine Quelle wir bringen hier eine Quelle nach der andere und ein Prophet nicht Vergeltung er sagte du trägst ein Hemd er aber ich habe nicht da hob der Prophet sein Hemd und der Mann umarmte ihn und begann seine Seite zu küssen dann sagte das ist es was ich wollte gesund das ist es was ich wollte gesund das ist was ich wollte ich bring nichts außer lügen verdrehen keine Quellen labern nichts SS du bist dran Bruder SS du musst zurück damit wir dich hören ah ok bin ich dran ok also er hat gerade gar nichts die reden ohne Quellen die haben sich gerade nochmal blamiert er konnte mir nicht die Quelle von Fatima erbringt dass der Prophet angeblich die Zunge reingetan hat so so ein Lügner nur weil Jesus in der Bibel Lukas 7 ganz klar Striptease spielt und sich von einer prostitiierten massieren lässt ekelhaft und Ölen und Salben wir wissen ja was bei den Juden oder den Muslimen was wie wir die Toten bei uns zum Beispiel auch waschen und so weiter und so fort da wird ganz ganz körper gesalbt und in 1. Korinther geht zum Urtext 1. Korinther 7 36 steht ganz klar Tochter im Griechischen muss mal nach gucken und dazu kommt meine Frage habe ich vorhin noch mal gestellt an Jakobus ich weiß nicht warum du antwortest warum antwortest du nicht wie kannst du als Aramea Christ sein indem dein Gott befiehlt Aramea zu vernichten und zu bekämpfen und auszulöschen also antworte mir darauf gib mir ein Vers im Koran wo Allah sagt dass man eine Rasse eine bestimmte Rasse du gehörst dieser Nation an und Gott befiehlt dass man dich auslöschen soll ich möchte darauf dass du antwortest warum wie kannst du dann Christ sein während er das befiehlt und dann kommen die hier noch her und sagen über Sklaverei im Islam lesen wir doch mal erstens im Neuen Testament steht ganz klar vor wie man überhaupt mit Sklaven umzugehen hat das bedeutet im Neuen Testament wird über Sklaverei gesprochen weil sonst würde man nicht sagen wie man sich mit Sklaven wenn man hier zwei liest wenn du eine hebräische Sklaven kaufst du soll er dir sechs Jahre dienen im siebten jahr aber soll er freigelassen werden ohne Lösegeld bla 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 und so weiter und so fort also ganz klar im Alten Testament und Sklaverei guck mal das ist zu kurz Zeit ihr wollt nur flüchten macht diese zwei Minuten weg damit wir gegeneinander reden können also wenn sie schaffen die Quellen ich rede dann kurz ja leute wenn die soll aufhören zu sagen dass ich hier eine sache babo hör auf bitte haben die zu beweisen dass ich hier lügen erzähle und hadith verdreht der macht das ja weil die leute kein deutsch verstehen ich 5 minuten der gibt seine argument und mit den tafsinnen mit alles mal gucken wer lügt und wer die hadith verdreht ich werde ihn vernichten ich werde ihn vernichten die wird nie wieder sich auf die ist ein Mann fragt dein Bruder wenn ich ahnung habe oder nicht von islam fragt dein Bruder bitte mein Bruder ist nicht der maßtab für den islam aber babo jani dass du so abwertend redest über einen man jani der auch nicht dabei ist nein der redet doch über mich sagt ich verdrehe hadith hier der redet doch über mich in seinen streams und das stimmt nicht man das ist nicht gut oder dann soll er einfach mit mir eine Debatte machen und dann sehen wir oder habe ich was falsch gesagt ich war bei ihm zweimal der wollte mit mir diskutieren der hat mich runter geschickt zweimal war ich bei denen warum haben die hat sehr viel wissen vielleicht hast du das video wo er gelogen hat von mädchen wo er gelogen hat er sie verarscht doch da stand die mädchen ab 9 jahre nicht gesagt hier 14 jahre hier wo es ist einfach gelogen das ist die jungfrau das ist die frau die jungfrau ist und du fragst deine mädchen nur wenn sie neun jahre alt ist unter neun jahre die hat keine meinung unter neun jahren die wird gezwungen und sie darf sich nicht scheiden lassen wenn sie die pubertät erreicht so steht in dem tafsieren wenn er ein zu dieser jahre der jetzt runter gegangen ist ich sag das nicht das sagt dein imam hier ist der Name von dein imam al-zahre im 700 das ist die Zeit wo die sich gespaltet haben arabisch das kannst du auch hier lesen hier war der sechste schiitische sechste imam der imaiten der zwölfte schiitische und das war in der Zeit wo Mohammed sich alle gespaltet haben und da behauptet er wo die Zunge reingesteckt wurde ich lüge nicht hier ist der Hadith und das habe ich sogar beseitigt zweitens ihr sagt zeig mir eine Zeit wo Mohammed die Leute bekämpft hat und sowas Muruk hier Sura 65 du beschreibst mich als Affe als Schwein Allah dein Allah sagt die Menschen Schwein und Affen du sagst mir sowas und zweitens ich kann dir Bücher zeigen ohne Ende bis morgen kann ich dir zeigen du kannst mir nicht mit sowas ankommen lieber und hier sind die Schriften die Kumran gefunden 1948 und die sind im Original Tool die hab ich ja alle in dem Bücher Bruder so und hier ist ja halt 1 zu 1 was Jesaja damals geschrieben hat da sind und deswegen nicht umsonst steht nimmt die Tora und den Injil an wer das nicht annimmt der wird auch den Koran nicht an deswegen Momo wusste schon warum er das gesagt hat weil das sind wahre Sachen und außerdem wir Aramäer habe ich dir schon vorhin erzählt wir haben deinen hässlichen lügnerischen Koran geschrieben das war das merkt euch den Namen Leute das war Zachariya Bahaira hieß er mit war das war die aramäische die den australischen glauben angenommen haben die gegen jesus waren das waren solche menschen wie dieser tuff waren und wie die alle heißen die uns in der irre verführt haben wir haben mit unserer schrift der mechanische die sind raus ich lese noch auf zeit ich habe jetzt auch meine bücher weg ja deswegen das sind das Bruder die ich rede nicht irgendwie ich zeige aus den bücher alles ich zeige noch mal alles was die wollen Jakobus nur eine kurze frage Islam ist eine falsche und gefährliche Religion nein ich meine ich frage noch mal glaubst du an den Islam ich glaube der Islam ist eine falsche und gefährliche Religion deswegen nehme ich nicht ernst die ist gefährlich für uns wie die Menschen in Europa es gibt den Islam man sieht das doch es sind Schlachtmörder sind Terroranschläger das sind Terroristen ihn ist befohlen dich umzubringen wenn du seine Glaube nicht annimmst Surah 5 Surah 9 5 oder Surah 4 97 87 sorry er ist verpflichtet dich umzubringen und er geht so lange mit dir bis er dich umhaut er ist lieb er tut alles er wird ein Ritual annehmen er wird sogar mit dir in Kirche gehen er wird sogar mit dir essen er parken er wird Con kann ist das lügen gut das haben ihre Imame geschrieben der Schwert am Nacken das ist deren Wort Leute passt auf die sind gefährlich und hört dir nicht zu was die sagen wenn die einen Koran zitieren die bringen immer nur das sind sechs Suren wo es immer barmherzigkeit steht oh Allah 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 hat das gemacht Allah hat das dann soll er mir ein zeigen ein vers ein fest wo momo in koranisch erwähnt wird nur als achmad erwähnt soll er mir zeigen was er was gutes gemacht hat gegensatz zu unseren herrn jesus christus da kann ich dir gern unser ganze bibel zitieren soll er mir ein suche zeigen dass man gut ist gemacht möchte ich möchte einfach eine sache sage ich danke alle christelwege neu schauen muslimer kommen rein und geben zu dass ihr mir alle hier angreifen ich finde das sehr sehr schade weißt du dass das ich muss erleben wie ich mit christen rede und christen holen muslimer damit sie mich angreifen dann kommen so jahils hier und greifen mich an weil ihr christen lügen über mir erzählt ihr christen sollte euch wirklich schämen okay das ist ich meine ich spreche hier mit muslimen aber ihr christen sollte sich richtig schämen man dass ihr so muslimer gehen und lügen über mich erzählen mich degradieren verloren denn alles mögliche muss ich hier leben okay alles mögliche eine sagt die bingang 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 eine sagte mir ein falscher für die andere sage kindes des teufels der andere sagte bin ein satan ist dat crossmann wie die christivat den hier miteinander herumgehen ich sollte sich euch always schämen wieder gut läuft ja woran glaubst du ich bin christ Traurig, dass ich das sagen muss, dass Christen mich hier angreifen. Ach so, okay. Ja, das ist im Prinzip die Scheinheiligkeit. Bruder, da sind alle falsche Accounts, da sind keine Christen. Da sind alle Muslime, die einfach falsche Account haben, die schreiben. Bruder, ich kenne die, ich kenne die, ich kenne Leute, die zu mir gesagt haben, aber ganz klar hier, ich werde ein falscher Fünfziger, ich werde ein Kind des Teufels, andere nennen mich Satanisten, andere sagen das und dort. Ich weiss, ich kenne diese Leute und ich habe es selbst erlebt. Und das ist nicht ein Fake Account, das ist die Wahrheit. Das ist so. Bruder, die wissen, dass du das alles drauf hast. Die können damit nicht mehr umgehen. Guck mal, wie dieser Anwar, dieser Häuschler, ich kenne ihn schon so lange, der hat mir, zeigt mir einen Stream, wo er ein Hadith oder eine Suche gezeigt hat. Er spricht einfach, was er gelernt hat, wie ein Papagei, den du auf Baum stellst, in Nahrung gibst, aus dem Mund, aus dem Hinter, ist das gleiche Wort. Bruder, ein Mensch, wenn er hochkommt und redet und zeigt, zeigt, ob das Bücher oder Web oder was weiß ich, Quellen, das ist männlich, das ist wahrhaftig. Aber nicht einfach, ich habe gehört von meinem Imam. Natürlich, der Imam, der macht so viel Geld hinter deinem Rücken, er will seinen Arbeitsplatz sichern. Sonst wird er auch so Shisha-Typ wie du, wie die anderen 24 Stunden in Shisha-Bar sitzen und saufen. Natürlich will er seinen Arbeitsplatz mit vier Frauen sichern. Was ist los mit dir? So schwach seid ihr im Kopf oder was? Der wird euch niemals alles erzählen, ein Imam. Der würde niemals die Wahrheit erzählen, weil er pferdet, weil da sind so viele Anhänger über ihn angewiesen, von ihm abhängig. Und wenn er misserzählt, da sind keine viele weg. Aber es gibt wahrheftige Erzählungen. Leute, bitte schreit euch nicht. Ich habe über diesen Thema schon mal gesprochen. Ich habe dich im Schutz genommen, wo du gar nicht hier warst. Jakobus kann dir auch sagen, ich fand es nicht gut. Ich habe wirklich gesagt, nee, das ist nicht okay. Ich habe wirklich darüber mehrmals geredet. Ich habe alles mitbekommen, aber wir brauchen darüber jetzt nicht zu reden. Warte. Jakobus, ich muss dich leider runter schicken, Bruder. Du wurdest gerade gemeldet. Habibi, das sind die Häuschler, die keine Macht haben. Alles klar. Du wirst gesperrt, Bruder. Du wirst gesperrt. Ja, sorry. Und du auch jetzt, oder was? Egal. Nein, du nicht. Alles gut, okay. Das zeigt mir immer noch. Ich glaube, du, warte. Ich bin doch jetzt allein. Warum seit ich immer noch hier? Krass, ich sehe immer noch hier die Dings. Nein, aber hier bei mir zeigt nicht, was für was ist die Meldung, sondern, dass du es warst, aber ich habe dich dann runter geschickt. Aber zeigt mir, wahrscheinlich, Tiktok spinnt. Und soll ich ausmachen? Ja, ich sehe mich. Ja, ich sehe mich. Ich sehe den Namen Abu Bakr in den Kommentaren. Ja, ich sehe mich. Ja, ich sehe mich. Nein. Ich sehe mich. Ja, ich sehe mich. nur weil, wir alle hier runter... Weil, hier alle runter macht. Wem habe ich jetzt runter? Ich habe jetzt hier Dings, Bruder. Einschränkung, aber ich habe den Jakobus runtergeschickt, trotzdem zeigt er mir doch hier Einschränkung. Verstehst du? Aber nicht im Roten, da ist nur der, der Einschränkung von ihm. Soll ich trotzdem bleiben Oder soll ich rausgehen und nochmal kommen Ich starte neu Okay Leute, ich bin gleich wieder zurück Leute, die nicht folgen, folgt Dann findet ihr mich Ja, immer außen vor Viel Spaß Bis gleich